Hallo Leute und ein herzliches Willkommen wieder zu einem neuen Real Life Honor Livestream, heute wieder mit dabei mit dem Mark Rumpel der Bumpel und wir sind ganze zwei Minuten zu spät, ne eine Minute sind wir zu spät, perfekt, nicht mal zwei Minuten, eine Minute zu spät, so muss das sein Leute, auf jeden Fall, wer das noch nicht wusste, wir sind kurz davor die zwei Millionen Abonnenten zu knacken, ne war ne Spaß Leute, ich war ne Spaß, eine Million Abonnenten hat es frisch geknackt, also das nicht wusste, man kann hier frech abonnieren, Glocke aktivieren, ich bedanke mich nochmal für die eine Million Abonnenten und ich konnte mir schon den Playbutton bestellen, das heißt, der Playbutton ist auf dem Weg und den werde ich natürlich auf Instagram posten, also wenn ich nicht wusste, Instagram bin ich auch aktiv, folgt mir gerne der Aktion Official und los geht die Luzi, ich fange immer hier oben im Palito, das ist schon mal aufgefallen, immer im Palito, irgendwann welche werden wir nochmal mitgenommen, aber was Mark Rumpel, das weiß ich nicht, irgendwann welche mitgenommen, weil alle wissen, ich starte hier oben, schau mal, ich kriege richtig Anschiss hier oben, richtig Anschiss, alter, und wir sind endlich Millionär, ihr wisst ja, letzter Stream 1 zu 7, wir haben uns auszahlen lassen, wobei, es fehlen auf die Juwelen, das müssen wir noch gucken, ob die Juwelen gewaschen worden sind oder nicht, da kommt noch ein bisschen Geld zusammen, aber, Leute, Bank sagt 2,7 Millionen, ja, wir sind Multimillionär, und das heißt, wir gönnen uns heute richtig fett, das wird geil, die Dame kann ich bitte hier mal her, ach ne, ich hab ja eh ein bisschen Geld dabei, Rubel los und so, so, by the way, kann ich mal schon was hier raushauen, äh, Cisco war gerade im Chat, und ihr wisst ja, unser Bewerbungshaus ist gerade offen, ne, Cisco hat sich beworben auf Freelive Online, weil ich weiß nicht, muss mir, äh, no admin, und wisst ihr was, wollt ihr seine Bewerbung sehen? Passt auf, wir haben 400 Wörter Minimum, ne, weißt du, was er schreibt? Hallo, ich würde gerne einreisen, vielen Dank, Franzisko Winkler, das war seine Bewerbung, vor 21 Minuten, lieber Cisco, du hast dir echt viel Mühe gegeben, er hat sich einfach beworben, und er macht einfach, er macht einfach so drei, drei kleine Sätze, vier Sätze, und das war's, geil, ne, aber ich hab schon, ich hab schon geschrieben auf Discord, vielleicht, dass wir mal ne Rundführung machen zusammen, wär schon lustig, aber er, er hat eine harte Bewerbung geschrieben, Kuss geht raus, das ist die beste Bewerbung, die wir gelesen haben, das ist das, wurde direkt in zwei Minuten abgelehnt, ah, Kuss geht raus, so, äh, erst mal die Rubel los, dann mal schauen, ob das heute überhaupt Glück bringt, oder nicht, Taui, oh, ui, schau mal, wir müssen heute wieder auf Rot setzen, hab ich gehört, heute wird auf Rot gesetzt, ja, schon wieder die Herzchen und die, die alles auf Rot bekommen gerade, ja, passt, aber heute wieder Glück auf unserer Seite, das ist natürlich supi, dann starten wir durch, das ist der Sound auf der Spende, so, äh, äh, ganz viele Donis schon reingewurbelt worden, Manuel Ross, danke für 5 Euro, Donation und den vielen Herzchen, ganz viel rote Herzchen auch an dich zurück, lieber Manuel, äh, Maxime Nespé, danke fürs Wipwerden, GamerMixTV, danke fürs Wipwerden, Pascal Linder ist dabei mit 5 Euro, vielen Dank, Ero Streets, ja, alles Gute Nachträgliche und kannst du, der will immer, dass ich hier Cheat-Kurler und Ero Streets begrüße, ein Gruß geht raus an euch zwei, in jedem Stream direkt aber, ne, in jedem Stream, so, jetzt holen wir mal unsere Karre und vielleicht hat heute der Autohändler offen, ja, Autohändler offen, ja, 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 wird heute fett gegönnt, so, wir holen uns da erstmal ein Auto raus, was so schnell ist, mit was sind wir denn, ach, jetzt war ich mal den, den Benzer gefahren, der so geil war, ne, was war denn das nochmal für einer, wurde der abgeschleppt, ne, äh, Leute, was war denn das nochmal für ein Benzer, den ich mir gekauft habe, da stand Cheezus drauf, ne, ah, hat sich der Karl-Heinz gekauft, den hat sich ja Karl-Heinz gekauft, ich trottel, der war aber so geil, der war, nein, den hat sich ja Karl-Heinz gekauft, schau mal, ich komme schon mit den Charakteren komplett durcheinander, das war es wieder komplett, wo ich mal mein GTR, mein Schmuckstücke, mit dem Kennzeichen, uck, passt schon, Alter, ich denke mir, wo ist mein geiler, mein geiler Cheezus-Benz hin, einfach mal Karl-Heinz gekauft, die trottel, ich hab das voll vergessen, voll vergessen, Bruder, in Funk müssen wir auch gleich gehen, ja, ich weiß, Leute, müssen wir gleich, ich tanken schnell die Kiste auf, jo, erste Spende, nichts Großes, äh, ich hab trotzdem zu danken, 1,90 sind trotzdem 1,90, Bruder, man danket, man danket, sehr hart, auch wieder dabei, boy, wie geht's, freu mich auf dem Stream, sehr gut, ich hoffe, 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 Marc und Anna wird gegrüßt, Dankeschön für 4,90, äh, Julias, meine erste Spende, nicht alles auf einmal ausgeben, Dankeschön für 3,00 sind, die 2 Cent werde ich mir, äh, werde ich nicht auf einmal ausgeben, versprochen, Manuel Bielmeier, Alter, wie viele Donis sind das bitte, Kurt, kurz, kommen die jetzt alle reingewuppelt, so schnell, hä, oder ist das, ist das wieder so ein Bug, von Tipi, dass es so schnell reinwuppelt, ganz komisch, was zogst du, du sagst dabei, Dankeschön, und, äh, Kurt, gut, vielen Dank auch dafür, ne, bis runter, scrollen.de, jawohl, ähm, da hat ein Xyren, Xyren, ganz viel donated vor dem Stream, vor 21 Minuten, äh, vielen Dank, Xyren, für über 20 Euro, Bruder, vielen Dank, war wirklich, der hat ja super Chat Donations gemacht, hab ich noch gar nicht gestreamt, vor einem Jahr oder so, sicher, sicher von Tipi Stream so ein Jahr später, ist mal eingeblendet worden, ist aber auch schon passiert, dass ich, ach, wisst du, was wir jetzt machen, pass auf, ich hab das ja wieder ausgestellt, dass wenn wir die, den Fokusverlust haben, unter Audio, hat mir letztes Mal mehr gezeigt, dass wir, ach komm, verarsch mich doch nicht, hä, ich bin doch die so schnell gefahren, verarsch mich doch nicht mehr, verarsch doch wen anderen, oder, Servus, guten Tag, könnten sie gerade mal für mich hier das Fenster oder machen, äh, ist das unten, bitte, das Fenster ist unten, ah, ja, Anderson, mein Name vom LAPD, ich bekomme bitte einmal den Führerschein, Anderson, wie heißt der mit vorne, das ist die Sounde, Alexander, Alexander Anderson, ja, Anderson, Anderson geschrieben, Anderson geschrieben, Anderson, ausgesprochen, Anderson, okay, gut, was brauchen sie, einen Führerschein, bitte, jawohl, alles willkommen, Ja, warum will ich überprüfen, kursiere Daten mit dem System, sind sofort wieder bei Ihnen, ja, Herr Anderson, nicht über zwei Meter gefahren, ich werde schon angehalten, Alter, das wäre so typisch, ich fahre zwei Meter, Polizei, aus dem Busch, mit dem, mit dem Dings hier, mit so einem, mit so einem Dings Motorrad, Alter, das wäre so typisch, das ist immer, weil ich hier oben anfange, das ist halt, ich fange immer oben an, und immer wenn ich hier runter fahre, die Autobahn, ich werde mindestens einmal angehalten, egal wo, entweder ich werde hier oben angehalten, und sonst, maximal, ja, komme ich bis hier, ne, bis hier, bis 1 zu 7, und hier werde ich dann angehalten, hier, jedes Mal, Alter, jedes Mal, soll ich dem sagen, soll ich das mal mit Geld flexen, soll ich den, soll ich den bestechen, ich hoffe, ich habe meinen Führerschein, ich weiß nicht, wie schnell bin ich in Gefahren, ich hoffe, meinen Führerschein bin ich abgenommen, na komm, wir machen mal Funk an, auf Ehrenbruder Basis, aber, verbinden, check, 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 was geht Bruder, ja, hallo, ja, grüße, ich habe eine kleine Prinzessin, das ist auch da, Prinzessin, hallo, ich habe gerade iPhone gekauft, obwohl ich schon iPhone hatte, ja, dann kaufst du jetzt das neuere, mache ich auch immer so, irgendwann wird Akku kaputt, und dann holst du was neues, bin gerade in der Verkehrsanhaltung, mich hat gerade, mich hat gerade, oh shit, so ein Enduro-Fahrer aus dem Wald, ist rausgefahren, bin ich angehalten, einfach der Undercover-Boss, oh ne, der holt Kollege, scheiße, aus welchem Wald, alter, der holt gerade Kollege, ich habe nichts gemacht, ich bin nur gefahren, an mir letztens ausgerufen, Verkehrskontrolle, auf einmal, ich habe einen Spaß gemacht, ja, dicker Waller Film heute, erst mal Zeit, der Kollege, guten Tag, jawohl, Herr Rumpel, ja, ich müsste Sie einmal bitten, aus dem Fahrzeug auszusteigen, was habe ich gemacht, das klären wir gleich alles, ja, sagen Sie mir doch, warum, warum, warum muss ich aus dem Fahrzeug aussteigen, das klären wir gleich alles, steigen Sie jetzt bitte erstmal aus, ja, ich will nur wissen, was ich gemacht habe, das klären wir doch gleich, mir ist das sicherer, wenn Sie jetzt erstmal aussteigen, ja, mir ist das immer sicherer, wenn Sie mir mal erklären können, was los ist hier, dann kommt er da mit einem zweiten Kollegen, und ich stuhe mich da rein, erkläre ich Ihnen sehr gerne, wenn wir uns hier aussteigen, ja, schau mal, wir können ja hier das aufklären, oder, Sie steigen jetzt bitte aus, wir machen das so, wir machen das so, ich werde Sie jetzt noch einmal drauf, auffordern, das zu machen, ansonsten werde ich Sie direkt klären, ich komme auf das nicht, schau ist drauf, ich fahre weg, Jungs, ich flüchte, ich brauche Hilfe, Digger, ich habe nichts gemacht, ich habe nichts gemacht, Bruder, äh, vier Einheiten kommen vom Hauptplatz, auch nochmal zur Unterstützung, ey, bitte, ich brauche Unterstützung, die, 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 die wollen mich, ich weiß nicht mal, was ich gemacht habe, habe ich irgendwas verbrochen, ey, Bruder, was hast du für Auto, Nissan GTR 34, äh, R35, ich steig mal oben auf mal, die wollen mich richtig hart haben, ich habe nichts gemacht, Bruder, ich bin nicht auch in Kontrolle, ich weiß nicht, was ich getan habe, die sind ja voll auf ihren Filmen drauf, Ich habe Polizeikontrolle gehalten, aber, wo, wo bist du, Polizeikontrolle gerade, wo bist du gerade, Schauplatz, Aufplatz, Aufplatz, Okay, ich schaue, dass ich irgendwie zu 1 zu 7 komme, ohne, dass mich irgendwer nimmt, Weißt du, ich hatte, ich hatte gestern Gerichtstermin, ich habe den verpennt gestern, vielleicht deshalb, Ja, jetzt weißt du, warum die dich verfolgen, Ja, warum, Passiert dich jetzt ein, Du stehst auf der Fahndung damit, Hä, warum, ich habe doch nichts gemacht, ich wollte, ich wollte doch heute ganz normal Hilfe und das klären, Wenn du dich nicht abmeldest zum Gerichtstermin, dann stehst du, Ich habe mich abmelden lassen, Erzähl doch keinen Scheiß, Weil jetzt fährt mir dieser, diese blöde, ist zu Wien, da ja, die Scheiße, ich habe so viele Waffen dabei, ich habe da keinen Bock drauf, Schäfer, Thomas und ich, kommen gleich mit dem Enzo zur Unterstützung, dann kommen wir zumindest die Waffen noch an, Wir stellen uns dann zu dir und dann, nee, durchsuchen mit einer von sich, Das Scheißproblem ist ja am Unterboden an, Wo bist du? Ja, ich fahre gerade am, äh, Elektrizitätswerk vorbei, Nein, mich hat es überschlagen, oder hat es mich, nein, mich hat es nicht ganz überschlagen, mich hat es nicht überschlagen, Alter, mich hat es fast überschlagen, Bruder, das war kurz vor Überschlag, ich hätte eigentlich, also eigentlich, ne, wäre es jetzt noch ein Stück weiter gegangen, hätte ich jetzt anhalten müssen, da wäre ich hier jetzt Knockout, Leute, das war sowas von knapp, ich werde jetzt langsam wegfahren, weil ich bin hier jetzt Offroad, aber ich wollte das, hätte ich ja Offroad einen Unfall gebaut, das war sowas von knapp, ein Überschlag vorbei, ach du Scheiße, ich habe gerade ein Leben vor mir gesehen, jetzt wäre ausgewiesen, ach du Scheiße, jetzt wäre kurz ausgewiesen, das war so hauchdünn vor Überschlag, das war so hauchdünn vor Überschlag, Bruder, auch jetzt noch Hilfe, oh Scheiße, der kommt, ja, Alter, ich habe mich anstatt überschlagen mit der Kalle, ich war kurz vor Überschlag, Warte, Bruder, ich war gerade wie eine Autobahn, in Norden hoch, Richtung Palito, ey Bruder, ich brauche recht zu unterstützen, mich hat es fast überschlagen da hinten, Bruder, ich war mein Opel, und dann komme ich nicht ohne, das war richtig dicker Waller Film heute, wie getan hast du denn, ja, noch relativ cool, das Problem ist, ich kann nicht untertauchen, ich habe Unterboden hinten an, ich kann die jetzt nicht ausmachen, bist du Rumpel, ja, jetzt war ich gerade am Route 66 vorbei, da bei dem Blitzer, jetzt fahre ich Richtung 1 zu 7, verhalten uns mal auf Abruf bereit, falls der Bubus nicht schafft, nicht mitzuhalten, ist, ist bei 1 zu 7 jemand, unterteilt, ich war gerade Richtung 1 zu 7, ich habe die abgehängt, wir sind jetzt gerade, Autobahnabfahrt 1 zu 7, bin auch in der Nähe von 1 zu 7, aber wir haben den Kopf hinten dran, ja, Alter, komm, der wartet genau hier, der pisst das genau da, ich brauche Hilfe, bitte, ich bin da bei 1 zu 7, die fahren da genau den scheiß Weg lang, die wissen ja genau, wo ich hin will, das ist so ein Drecksack, Alter, weißt du, wie genau mir entgegenkommt, ja, der fährt, der kommt, jetzt kommt noch ein Fahrzeug hoch, mit der Straße bei 1 zu 7 dran, ja, Jungs, ich habe jetzt echt ein tiefes, tiefes Problem, ja, ich fahr gerade berghoch, ich krieg die, ich krieg die scheiß Unterboden nicht aus, ich krieg diese beschissenen Unterboden nicht aus, ja, mach ich, mach ich, mach ich, ich fahr gerade hoch, der fährt mir grad frontal in die Seite rein und fährt einfach weiter, ja, ich fahr gerade hier so einen richtigen scheiß, zusammen mit der Kiste, ich kann gerade überhaupt nicht fahren, oder wo willst du, ich kann nicht mitnehmen, ja, ich fahr jetzt Richtung Hollywood-Zeiten hoch, und fahr dort irgendwo in den Wald oder so, weil dann kannst du Auto weg, ja, probiere ich gerade, park denn irgendwo in den Busch oder so, weil dann hole ich dich auf, weißt du, ich bin gerade erst aufgewacht, ich bin nur so verschlafen, ich kann gar nicht Auto fahren, ah, ich sehe dich dort oben, ich sehe dich, park denn dort in den Busch, ich bin hinter dir, ja, ich will den Wagen aber irgendwo wegbringen, weißt du, also selbst die Cops, die wir gerade ein bisschen anteasern, mit Burnouts und viel zu hoher Geschwindigkeit folgen uns nicht, die wollen dich, ich bin beim Sein, ich bin beim Sein, Bruder, du bist beim Sein, fahrst du mich nicht hinterher, du bist doch dort den Berg hochgefahren, naja, ich bin da beim Sein jetzt, ey, ich war mir sehr sicher, ich habe mich ausgetragen, aber sowas von, Bruder, soll ich dich abholen, oder oder halt dich fern, das Fahren kommt beim Sein, oder wo? Komm, fahr weg, okay, ich bin das mal in Sicherheit, ja, aber fahr irgendwo, fahr irgendwo anders hin, das bringt sich nichts, die sind übelst matt, was hast du denn gemacht? Ja, nichts, ich habe nichts gemacht, der hat gesagt, du anhalten, das Problem ist, ich habe zu viele Waffen dabei, ich habe M4, Alter, ich will nur die Waffen loswerden, und das ging es mir, kann ich dich schnell einlagern hinten, das werden die mich jetzt kriegen, weißt du, mir ging es gerade nur um die Waffeln, Warten die erst mal nach Hause, oder was? Ja, nee, die warten, da warte, ich fahr mal, sag mal, warten die unten, meinst du sieben beim Gebäude? Ja, die stehen hier gerade, ja, komm, Dreh um, Dreh um, Dreh um, Dreh um, Dreh um, Scheiß drauf, ja, dann fahren wir, wir fahren jetzt woanders hin, Ich habe nichts gemacht, ich stehe auch nicht auf der Fahne, aber ich fahre jetzt immer hin, ja, ich weiß noch immer nicht, ob das daran liegt, dass ich den Termin verpennt habe, aber ich habe Frau Brot vorgeschickt, die sollen mich entschuldigen lassen, also ich dachte, das ist damit geklärt, falls sie dich entschuldigt hat, ja, ich habe Frau Brot vorgeschickt, die hat gesagt, die lässt mich entschuldigen, weil ich verpennt habe, ich war ja nicht da, wenn sie dich nicht entschuldigt hat, ja, dann habe ich ein Problem, glaube ich anscheinend, aber ich weiß ja nicht, ich will ja die scheiß Waffen loswerden, das verstehen die ja nicht, äh, fass uns bitte irgendwo rein, dass ich die Waffen weglegen kann, ins Auto rein oder so, es gibt mir gerade nur rein um die Waffen, ich will mit nicht wieder, die Cops sind alle noch, auch bei denen in der Nähe von der Nationalbank, ja, noch fahrt er hoch, perfekt, Frau Verrauben ist glaube ich auf, irgendwas illegal ist denn hier, der Wagen hat 40 Liter Kofferwagen, heftig, schauen wir mal die Motorhabe an, wie groß, heftig, heftig, okay, gut, weißt du was wir jetzt machen, wir fallen es Richtung, ähm, Richtung Gerichtsgebäude, ich, äh, stell mich dort, alles klar, ich habe da keinen Bock drauf, dass sie mich jetzt verfolgen, den ganzen Tag, weißt du, wegen so einer Scheiße, also wenn es da ist, ich kam erst aus Knast, ich weiß nicht, was sie wollen von mir, ich habe nichts gemacht, ich bin gerade erst aufgewacht, auf einmal hinter mir Polizei, so, also wie war denn Kontrolle, musstest du aussteigen, oder was ist das? Ja, der hat gesagt, steig aus, und so, der zweite Kopf ist vorhin hingefahren, so, ja, steig aus, und ich so, warum, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, ja, sag ich dir nicht, sag ich mir nicht, sie aussteigen, ist das kompletter Schwachsinn, sei so, ne, ganz ehrlich, wenn du mir nicht sagst, warum, dann steig ich nicht aus, ja, Alter, wenn du mir nicht sagst, dann steig ich doch nicht aus, verpisse ich mich doch einfach, da kann man doch sagen, was los ist, noch irgendwas illegales, ne, alles gut, passt, Ich war kurz vor Überschlag, ich war echt in Gefahr, ne, mein Auto hat's ausgehebelt, Richtung, äh, Wand rein, und dann hat's mich fast mit dem Ding, Kopf über, ne, ich bin, ich bin mit der, mit dem Dach, bin ich an der Wand geschrammt, und wäre diese Wand nicht gewesen, dann hat's mich komplett überschlagen, und ich wäre, was eh wo gewesen, Alter, Bruder, oder was magst du denn? Ja, das war sogar, ich bin gratis aufgewacht, ich kann die Auto fahren so, die können doch mich nicht einfach, äh, von hinten schon mal rein dingsten, weißt du, das geht doch nicht, ich komm mit mit mir, weißt du, jetzt hab ich mal eine Million, und jetzt wollen die da was von mir, auf einmal will der Staat was von mir, weißt du, ich hab bezahlen können, 80k halt dafür verfahren, ja, aber das mach ich auch gleich den In-Sie-Modus an, und, und, und lass Geld im Ausland liegen, oder sowas, weißt du, wenn die mich jetzt hier anpissen müssen, ich mach's uns auch gleich In-Sie-Modus an, wenn die mir hier ins Bein pissen wollen, In-Sie-Modus, ja, das ist ja wirklich so, Bruder, mach mal einfach weit, Musket ist legal, Leute, die dürfen wir dabei haben, mach mal dort Colab, mit Chat voll, Musket ist legal, das ist ein legales Waffeleisen, die dürfen wir ja überall mit dabei haben, moach, weh, Frau Broth hat mich nicht ausgetragen gestern, das war gestern, ne, ich weiß nicht, doch, das war doch gestern, oder vorgestern, ach, ich weiß es gar nicht mehr, hallo, ich bin's, die Katharina, Seilfrank, kontrollieren jedes Auto, was aufs Geländen, draufhährt, oder vom Gelände runterfährt, Hallo, Was geht's? Oh, nur frage, ich habe einen Termin verpastelt, und, eigentlich war meine Frau da, um das zu klären, nein, perfekt, dann weiß ich, wer Anschiss bekommen wird, weil, ich habe mich gerade, ich habe mich gerade offiziell einer Polizei, äh, Anhaltung widersprochen, weil ich gedacht habe, meine Frau hat sich darum gekümmert, also in der Zukunft, aber wir haben uns schon gedacht, dass sie nicht kommen, also, Achso, ja, haben sie sich gedacht, ja, das haben wir uns schon, wissen Sie, was das Problem ist, ich bin jetzt gerade erst aufgewacht, und habe den Stift von der Polizei entendrin gehabt, weil ich gedacht habe, ich habe das geklärt, aber jetzt ist, meine Verlobte hat das geklärt, anscheinend ja nicht, herzlichen Glückwunsch zur Verlobung, Herr Ruppe, danke schön, danke schön, wir werden eine große, eine große Heiratwürmer veranstalten, was sage ich Ihnen, wenn wir die Funken fliegen, das ist schön, ja, können Sie wenigstens, trotzdem haben Sie den Termin verpasst, ich weiß, aber kann es sein, dass deshalb die Polizeirat hinter mir her ist, weil ich habe dieses derbe Gefühl, die will mich gerade unbedingt deshalb haben, äh, nein, ich stehe nicht auf der Fahndung? Dazu darf ich keine Auskunft geben. Nee, weil ich weiß nicht wozu, ich dachte wegen dem jetzt, jetzt komme ich extra her, denke mir, soll ich mich hier reinwaschen? Also nicht wegen dem, so viel kann ich sagen. Ach so, wegen was denn dann, weil sonst, sonst klären wir das doch gleich, weil die, nur das Problem ist, wenn der Officer mir nicht sagen möchte, warum, dann fahre ich weiter, weil, also muss ich doch immer schon sagen, warum, ne? Also, an Ihrer Stelle würde ich mich halt, äh, selbstständig dort melden, weil es geht um, ähm, den Besitz von BTM. BTM? Wirklich jetzt? Nein, es ging ja darum, ähm, dass wir auf ihrem Saugstaub gelitten werden. Ja, dann soll die doch gleich sagen, ich denke wegen der Scheiße. Jetzt habe ich die ganze Polizeiverfolgung hinter mir gehabt. Ui. Ja, ui. Aber wissen Sie, was das Problem ist? Weil es halt die Grundstückbesitzer sind. Wissen Sie, was das Problem ist? Dass die Polizei mit mir nicht kommunizieren möchte. Ich stehe da, ich frage ihn, um was geht's denn? Er sagt mir, das sage ich ihm, wenn ich ausstehe. Ich sage, ich sage dann aus, wenn sie sagen, um was es geht. Einfache Sache. Der will nicht kooperieren. Wäre es um das, ging aber kein Problem. Ich wäre hingefallen. Ich dachte, das ging jetzt um meine, um meine nicht Anwesenheit. Sie wissen ja, Sie wissen ja, was er von ihrem Gelände war. Ich weiß von gar nichts. Also, sagen wir mal so, die Polizei war auf ihrem Gelände und hat eine Razzia gemacht, so wie es ist. Auf ihrem Gelände wurden dann über 4000 Päckchen Drogen sichergestellt und da sie Grundstückbesitzer sind, müssen sie jetzt natürlich dann erstmal, wir hatten das Thema glaube ich schon mal. Sie müssen jetzt gar nicht die Polizei rufen. Das ist alles gut. Ich gehe dort selber hin. Ich spiele immer nur Snake. Ja, 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 ja. Der spielt immer nur Snake. Ich gehe jetzt von selber hin, weil da habe ich keinen Bock drauf, wenn die da so aggressiv vorgehen. Wenn sie so kooperieren, dann ist auch alles cool. Ja, ich hatte nur... Nur als Grundstücksbesitzer werden sie natürlich dann... Ja, immer mir auswischen. Ich bin halt der, wo alles ausgewischt ist. Wissen Sie, die Angestellten machen da Kacke bei uns zu Hause und dann darf ich auswischen. Das ist immer... Das ist halt blöd, wenn man Grundstücksbesitzer ist, ne? Ja, das ist super, ist das. Gut, dann Dankeschön. Danke ich Ihnen. Vielen Dank. Stopp, Herr Rumpel. Bitte. Wir haben immer noch einen Termin offen. Wir haben immer noch einen Termin offen. Ja, dann mach... Ich ruf dann an. Herr Rumpel, wir machen den Termin. Nein, wir machen das gleich. Ich ruf... Ich ruf an. Du ruf nicht deine Frau an, Bruder. Meine Frau... Meine Frau klärt das. Ich bin... Herr Rumpel. Meine Frau ruft an. Meine Frau lässt anrufen. Ey, die wollen nur Zeit schinden. Bis Polizei da ist. Ich merke das. Komm, lass abhauen. Alle Cops sind vom 1-7 Gelände gerade... Ja, natürlich, weil der Polizei gerufen hat. Habub, mach auf. Habub, mach auf. Die Scheiße, die kommen jetzt. Eine einzige Cop-Einheit... Komm, fahr, 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 fahr. Die kommen. Die kommen. Alle sind alle mit Blahlecht gerade Richtung Supreme Court unterwegs. Ich bin hinter Ihnen. Nein, nicht da. Ja, da, da, da. Genau, genau. Alter. Du hast dich, Wolfi? Nee, nicht da. Komm, verpissen wir uns. Da in die Richtung. Vorne, vorne, genau. Und dann links. Ja, chill jetzt, Bruder. Ja, schnell, Alter. Die wollen mich. Die wollen mich rankriegen. Ja, chill deine Reihe, Alter. Ich kann jetzt nicht chillen. Ich bin noch nie so gestresst aufgewacht. Ich fahr doch Autobahn. Ich chill jetzt mal meine Base. Ja, ich chill doch. Jetzt wollen die mich wegen BTM drankriegen. So ungemütlich wird, tanke ich nochmal. Ja, ja. Äh, zur Information. Die suchen mich aufgrund des Betäubungsmittelgesetzes, weil sie ganz viel BTM im Keller gefunden haben. Und deswegen suchen sie dich. Ja, anscheinend. Und ich weiß, ich weiß ja voll nix. Aber ich bin, sie sagen, ich bin Grundstückbesitzer. Aber ganz ehrlich, wo steht das definiert, dass mir das Grundstück gehört? Wollte ich gerade sagen. Die sollen dir doch erstmal irgendwie was vorlegen. Irgendwie Grundbucheintrag oder so, dass du der Eigentümer dieses Grundstückes bist. Wird ganz schön schwer. Das wird schwer. Aber gut. Was sagt ihr? Soll ich zur Polizei fahren oder soll ich jetzt einfach mich verpissen? Wir können gerne alle gesammelt zusammen zur Polizei fahren. Dann unterstützen wir dich. Ja, aber direkt mit Helm und Ausrüstung, oder? Dann kriegt das mal Angst. Ja, dann ziehen wir direkt mal wieder die Asservatenkammer einsnacken. Also ich bin nicht der Besitzer des Grundstücks, aber ich würde gerne nochmal unten in ihren Keller gucken. Ey, wie wäre es, wenn wir reingehen und alle sagen, ich bin der Besitzer des Grundstücks. Nein, ich bin der Besitzer des Grundstücks. Dann wissen die ja nicht mehr, wer das ist. Das wäre lustig. Also ich mache mir das. Wenn es alle mit Kriegsartfragen und Maybach vorfahren, oder? Ja, wir fahren mit Maybach vor und dann reden wir mit dir und sagen wir, ja, ich bin der Besitzer des Grundstücks. Und dann sagen wir alle, dass wir alle das Grundstück besitzen. Fertig. Also ich bin jetzt im Maybach schon, am Bekleidungsladen, am Hauptplatz. Ich warte dann mal auf euch. Ja, okay, dann holen wir unsere auf. Habub, das ist der Maybach. Wir warten einfach hinter dem Weechab, dass noch ein besserer Fall ist, dass wir uns alle in den Sternen waren. Ja, Bruder, dann hat Freddy. Der hat mir letztens schon wieder, dreimal verstanden. Ach scheiße, ich glaube, ich habe ihn noch nicht eingetragen. Hast du am Maybach? Von mir auch. Oder hast du einen? Warte, warte. Ich habe einen, ja. Sag mal, hast du dich schon eingetragen im CAD? Nee, habe ich nicht. Ja, was sollst du machen? Kannst du machen. Nee, nee, zieht an, was ihr wollt, ist egal. Fandest du gerade lustig, die Vorstellung, wenn wir voll mit Montur ankommen und dann werden ich schon wieder, weißt du, schon ganz wummerig und wuschig. Fahr mit dem Demper so hin, oder was? Nee, nee, fahr zur Garage, runter, links, wir fahren mit dem Maybach. Ich wusste nicht. Nee, nee, wir fahren mit dem Maybach, alles gut. Du weißt, nur der Maybach ist das einzig wahre. Kriege ich Sondergenehmigung, dass ich in Gold fahren darf. Du darfst gerne in Gold fahren, Louis. Ich habe, ich habe zwei Maybach, du kannst uns meinen zweiten fahren. Oh, geil. Ja. Pass mal auf, ich habe ja die Limousine, die lange. Der Kopf schaut auch schon vorbei. Und pass auf, schauen wir. Oder soll ich dich mit Limousine fahren, Alter? Das wäre ja Auftritt. Ja, mach mal. Ja, ja, mach mal so. Komm, ja, warte. Grundstücksbesitzer, easy. Warte, ich mache auf für dich. Nimm den Schlüssel, ziehen ab, der steckt. Warte, 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 warte. Warte, das gleich. Oh, Grundstücksbesitzer. Warte. So, jetzt. Okay, Leute, sitzt hinten und dann klären wir das. Hast du irgendwas Illegales dabei? Nee, ne? Naja. Perfekt. Das, was ich hatte, beim Kauffahrer. Okay, wir sind jetzt mit der großen Limousine unterwegs. Sonst treffen wir uns irgendwo, dass wir eine schöne Anfahrt haben. Also, wir sind, wie gesagt, hinterm Weed Shop ist ja dieser größere Parkplatz gegenüber vom Bekleidungsladen. Da warten wir. Jawohl, Habu bist unterwegs. Drei Maybach sind wir schon. Ich weiß nicht, wie viele noch kommen. Da haben wir einen schönen Auftritt. Alter, Giftzwerg. Beste Idee, Kust geht raus an Giftzwerg. 50 Euro. Ich muss noch so viel vorlesen, es tut mir leid. Vielen Dank. So. Finn Bitter Soul, danke für den Euro, Freund. King Jan Loll, kannst du bitte meinen Freund Leon Turchi grüßen? Dann Leon grüßt mal. Jawohl, hoffe, du hast noch einen schönen Stream. Auf jeden Fall. Minitro 99, danke für den 99 Cent. Dark Evil 90, danke für den 5 Euro. OG steht für Gön. Danke nochmal an Robin Wirth. Bekomme ich entweder Dorscheib oder Pufferbälle. Ich habe leider keine Pufferbälle-Einblendung, aber schön wäre es. Du kriegst dafür einen Furz. So, der zieht nämlich schön. So, ähm, Carmen Weiss. Wann spielst du wieder Phasmophobie? Ich weiß es noch nicht. Irgendwann mal vielleicht. Tastis Leibmann, danke für 94 und gesuchte Unterhose. Hab dann, hab den Weg aus seiner Waschmaschine wieder in einem Stream gefunden. Danke schön, danke für das Unterhose. Äh, Tentakel. Äh, Glückwunsch zu deinem Millet, Digga. Kuss geht raus, danke schön. Zurück. Äh, Ryzey LeChang für 10 Euro mit Heyo. Gary ist auch dabei, danke schön, Gary. Äh, wollte mal nachfragen, ob du meine E-Mail schon gelesen hast. Nein, noch nicht. Mach ich aber. Kommt noch irgendjemand. Guten Astrid. Ist noch irgendjemand auf dem Wii zum Wii-Job? Was, auf dem Wii zum Wii-Job? Ja, was ist der hier? Auf dem Wii zum Wii-Job, Robert. Jawohl. Mein, mein Deutsch, ich liebe es. Gut, dann fallen wir mal vor und dann klären wir das. Uns gehört das. Ey, gut, dass du die Informationen bekommen hast. Wir können uns gut vorbereiten. Ich war einfach mal drin, Alter. Wollte grad sagen. Einer voraus, zwei hinten, oder? Ich fahr voraus. Ey, Leute, ich hab das Gefühl, der Stift drückt schon. Es sind schon zwei vorbeigefahren. Das war für mich gerade anders. Ja, ist schön, Niel. So, wir tun uns da richtig präpotent einparken da vorne. Wir direkt Kärnmarsch machen und stehen bleiben. Tschüpp, 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 tschüpp. So, hoffen wir, dass wer da ist, oder? Also, einmal wegen Fahrerflucht kommt heute auf mich was zu. Das ist mir schon Bescheid gegeben worden, glaub ich so. Hau mal auf die Klingel, ihr Bruder. Ja, wir hau mal auf die Klingel. Hallo. Wie geht ihr? Hey. Hallo, wir sind's. Die heiligen drei Könige, wir würden gerne Weihrauch und Myrrhe und Gold bringen. Kasper, Melchior und Balthasar, Bruder. Wir haben leider keine Kreide dabei, um vorne ihnen was hinzuzeichen. Wir müssen uns eine ausborgen. Scheffe, hast du deine Waffen weggepackt? Natürlich, aber. Da hinten geht das, ob er sich angeschissen hat. Guck mal. Hey. Ich glaube, der kommt direkt durch die Tür. Hallo. Na, Bruder. Ich glaube, sie suchen mich. Ich bin deshalb hier. Sie wollen sich stellen, oder wie? Ja, nicht stellen. Ich habe nur gehört, man sucht mich und jetzt bin ich hier. Okay, dann warten sie kurz. Natürlich warte ich hier. Ich habe ja schön geklingelt. Klingelikilik. Hier kommt der Eier, Mann. Hier kommt der Eier, Mann. Bruder, was zieht da nicht? Mal schauen, was passiert, ne? Guck mal, wie der zukommt. Schau mal, wie der da so rauskommt, der wie. Ja, ja. Ist das süß. Geht, Bruder. Da, 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 da. Knast der Pd. Jetzt mal gucken, was passiert. Also, ich weiß nicht, warum. Oder was? Jetzt wir reden wollen. Ich habe noch Bock drauf. Wollen sie mich nicht reinlassen? Noch nicht, der Herr. Ach so, okay. Noch nicht. Wegen ihrem Kollegen hätte ich fast einen Unverfohlen gebaut. Ich will es nur sagen. Du bist doch vorhin gar nicht gefahren, oder nicht? Äh, ja. Das bestätige ich. Bin ja gefahren. Das muss ich 100% bestätigen. Guten Tag. Ja, Rumpel, richtig? Genau, ja. Passt. Ich möchte Ihnen nur was sagen. Ich habe tatsächlich, ähm, ich kann Ihnen das auch ausstellen lassen, einen Reizdarm. Deshalb tut es mir leid, dass ich vorhin bei der Verkehrskontrolle, da musste ich ganz schnell weg. Und da tut es mir auch leid für den Kollegen, dass ich da so schnell gefahren bin. Aber genau deshalb bin ich jetzt ja hier. Ich wollte Ihnen nur sagen, ich hatte Damenprobleme. Können wir mittlerweile wieder aufs Geländer laufen, oder? Dann kommen Sie einmal durch die rechte Tür. Ich mache Ihnen die auf, ja? Ja. Alleine. Das finde ich super. Gehen wir mit? Meine Kollegen sind heute auch dabei. Wir sind nämlich die sieben Zwerge. Einer für alle, alle für nix, Bruder, so. Uns fehlen leider ein paar Zwerge. Die Kollegen einmal zur Seite. Dürfen Sie nicht mitkommen? Sicherlich nicht, Sie sind ja auch da mehrere drin. Ja. Hey. Aber dürfen wir die später dann mit dazu ziehen? Sie befragen mich ja sicher. Wir ziehen die später mit dazu. Ist das okay für Sie? Eigensicherung für unseren Chefe. Ja, jetzt erstmal Null in der Rumpel. Sie kennen uns ja auch nicht. Ja, komm Jungs, wartet, ich bin gleich wieder da. Gib mir zwei Minuten. Oh, meine Scheiße. Ich schau auf die Uhr. Dankeschön. Stell die Eieruhr. Bis sie kribbelt. Guck mal, komm mal. Ich habe eine Muskete dabei. Also ich weiß ja, ich bin ja hier gerade in einem... Dürfen Sie sich einmal hier an die Wand stellen? Ich werde es dann mal durchsuchen. Ja, ja. Was machen? Sind Sie jetzt hier durchgekommen? Was dann? Ich bin jetzt mitgekommen. Zwei Minuten, kommen wir rein. Jetzt werde ich Sie festnehmen. Was habt ihr, ich habe doch nichts gemacht. Ja, komm, jetzt sei doch lieb. Komm, jetzt sei doch lieb. Komm, ich mache Ihnen hier die Tür auf. Nicht die Tür, dann kommen noch mehr rein. Nee, das sind wie so Mücken. Wenn man einmal das Fenster aufmacht, kommen Sie alle rein. Würden Sie einmal Platz machen? Unglaublich. Tut mir echt leid für das Verhalten meiner Anstelten. Ich bin da eh schon dabei, dass ich hier alle kündige. Man hört euch nicht. Ja, ich muss hier mal festnehmen. Ja, dann gehen Sie einmal. Du, wenn du jetzt nicht rausgehst, kündige ich dich. Genau. Perfekt, geht doch. Sehst du? Man muss nur ein bisschen mit den Mücken reden, dann klappt das schon. Ja, sehr schön, dann kann sie mit. Immer diese Mücken. Wie gesagt, das tut mir halt wirklich leid, aber der Kollege hat so viel mit mir getratscht und ich habe den ganzen Tag gefragt, ja, warum nehmen Sie mich? Was wollen Sie denn von mir? Und er so, ja, das sage ich ihm, wenn Sie aussteigen. Ich habe ihm gedacht, so wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Spielplatz. Und der Dame hat gedrückt und was raus muss, was raus. Wie ist das auch immer so, was keine Miete zahlt? Raus. Ganz einfache Sache. Ach, auf der falsche Seite kommt sie mit. Ach so, wo muss man denn hin? Ja, reinlassen müssen wir schon. So. Wissen Sie, was keine Miete zahlt, muss halt raus, ne? Und auch, wenn ich dazu auch mal rasen muss. Also irgendwann hole ich mir wirklich so einen Schein, eine Bescheinigung, dass sie da auch Bescheid wissen, wenn er da mal drückt. Habe ich den Kollegen aber, glaube ich, auch gesagt, dass das gerade ein bisschen drückig ist. Brückeberger mäßig. Korrekt, die war noch den Jan-Rupe, den wir hier in Gewahrsam haben. Ach, ich nehme die große, bitte. Dankeschön. Dürfen Sie einmal zu mir. Ich habe gedacht, wir machen heute ein Gespräch hier. Kannst du mir einmal meine Highspeed reinholen, bitte? Die steht im Seiteneingang. Ich finde es nur lustig, dass Sie mir nicht sagen konnten, um was es geht, aber die Dame im Kort konnte mir genau sagen, um was es gerade geht. Ich kann Ihnen genau sagen, worum es geht. Ja, ich weiß es ja jetzt auch durch die Dame im Kort, aber Ihr Kollege wollte es mir nicht sagen, das hat mich auch nicht ausgestiegen. Ach so. Ich habe dem Kollegen ja gesagt, Sie, wir können das ja bereden, aber dann sagen Sie mir doch, um was es geht. Der Herr? Bitte? Ihre Rechte kennen Sie? Ja. Muss ich Ihnen nicht vorlesen, ja? Sie müssen mich nicht belehren, ich habe die Rechte schon 50 Mal gehört. Sehr schön. Wollen Sie noch ein 51 Mal hören? Nein. Okay. Ich werde es aber durchsuchen. Dementsprechend muss ich Ihnen dann einmal alle Ihre... Die brauche ich, wenn mal wieder das Rohr verstopft ist. Begen dem Reizsam. Naja, der Reizsam ist flüssig, der Herr. Aber es gibt auch in den Reizdarm, der tatsächlich sehr fest ist und dann kriegt man echt nichts mehr raus. Nee, ich glaube Ihnen das. Das war jetzt auch nicht als lustig gemeint. Ach so, ja gut. Das war als trage gemeint. Nein, nein, ich wollte es nur aufklären. Es gibt verschiedene Reizdärme. Es gibt dann einen Reizdarm, wo man Bauchschmerzen und Durchfall hat. Da muss man dauerhaft auf die Toilette. Damit bin ich geboren worden. Und es gibt natürlich einen Reizdarm, der hat so hart einen Stuhl, dass man nicht auf Klo gehen kann und deshalb die Bauchschmerzen empfangen werden. Und dann kann man vielleicht wochenlang nicht aufs Klo gehen, muss man Abfüllmittel nehmen. Ja, Rumpe. Ich muss jetzt einmal ihre Gerichtsakte eröffnen, im Moment. Aber natürlich tun sie die, vor allem will ich ja auch wissen, was da los ist. Oh, vielen Dank hier. Jakash M für 49,90 hier. Superchat. Kuss, kuss, kuss. An Jakash, ist das richtig? Jakash M, vielen Dank. Ich muss auch alles vorlesen. Was geil ist, ich kann jetzt rauszummen und schaue die Leute trotzdem. Das ist richtig geil. Ähm, Chastis Lehmann, danke für, äh, 4,990. Sie sind so in der Hose noch mal vorgelesen. Tentakel auch. Gary, Kai Kurt, wollte aber nachfragen, ob du mal die, das habe ich ja vorgelesen, genau. Chastis Lehmann, danke für nochmal 4,990. Ja, bitte. Ja, bitte tun. Sie stehen auf unserer Vorhandlung aus dem Grund vom Besitz von BTM. Das habe ich mitbekommen, positiv. Meine Frage wäre dazu nur, weil ich das schon im Kort gehört habe, wie Sie auf die Idee kommen, dass das mein BTM wäre. Ja, das klären wir sofort. Bitte, ja. Also, es handelt sich hierbei um 4.606 Cush. Ja. Und somit auch mit Absicht zu verkaufen. Absicht zu verkaufen, ja. Weil es eine größere Menge ist. Eine größere Menge, mhm. Ich dem alles nachrede. Genau. Wie wir das Cush sichergestellt haben, wissen Sie auch? Das weiß ich nicht. Ich weiß eigentlich davon nichts, ehrlich gesagt. Das ist dann gar nichts. Okay. Also, ich habe einmal ein Problem mit meinem Angestellten gehabt. Da war mal jemand da, der hat unten ganz schön viel Scheiße gebaut, weil im Keller. Uiuiui, da ging die Luzi ab. Also folgendermaßen bei der Durchsuchung, mit einem Durchsuchungsbeschluss, wo das Gelände der Saugstabber GmbH, was Ihnen gehört. Woher wissen Sie, dass das mir gehört, der Herr? Weil es in der Akte steht. Ja, aber das gehört nicht nur mir. Ich bin nicht der Alleinbesitzer davon. Es gibt mehrere Besitzer. Also, ich gehe mal davon aus, Sie wollen das vor Gericht klären, richtig? Können wir mal gar machen, ne. Aber ich kann Ihnen nur sagen, ich bin nicht der Alleinbesitzer davon, von dem Grundstück. Okay. Also, ich kann Ihnen auch sagen, das ist auch nicht mein Ding, was Sie da gefunden haben. Ich weiß davon auch nichts, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich weiß nur, dass einmal schon bei uns Angestellte ganz schön viel Scheiße gebaut haben. Und die haben wir demnach auch gekündigt. Aber wenn sich da wieder was einschleicht bei uns, da muss man das natürlich auch klären. Können Sie auch beim Papa anrufen. Dann machen wir das. Und wie gesagt, wir haben ja mehrere Leute, die Besitzer des Grundstücks sind. Da bin ich der Alleinbesitzer. Wir sind ja auch eine GmbH. Das heißt, eigentlich, das Gebäude wurde auf die GmbH gekauft. Wissen Sie, was eine GmbH ist? Klar doch. Eine Handelsgesellschaft, der das Haus gehört. Das heißt, das Haus gehört uns gar nicht. Das ist eigentlich verstaatlicht. Das Ganze. Aber der Käufer der GmbH, wir haben ja mehrere Leute in der GmbH. Ich bin ja nicht der Alleine-Chefe. Müssen Sie auch bedenken. Also mir gehört das nicht. Und deshalb würde ich da gerne auch vor Gericht gehen, weil das wäre kein Problem. Okay. Also ich kann Ihnen jetzt nur das sagen, was jetzt hier steht. Ja, natürlich. In dem Fall steht jetzt hier drin, dass es Ihr Gelände ist. Und somit haben wir Sie auf Verfahrenung geschrieben, beziehungsweise deswegen stehen Sie auf Verfahrenung. Deswegen wird Ihnen das jetzt angehangen. So. Wenn Sie natürlich jetzt sagen, Sie wollen das vor Gericht machen, das ist natürlich gar kein Problem. Ich werde da einmal die Gerichtsakte jetzt vervollständigen. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Ja, das heißt eigentlich. Keine Handelsgesellschaft. Ja, es ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Ja, entlastet nicht ganz die Entziehung einer Amtshandlung und so. Ja, wie ich sage, ich will Ihnen das gar nicht aufdrucken oder so. Das wollen Sie auch vor Gericht klären, oder was? Nein, da hat der Darm gerundet. Das kann ich verstehen. Ja, da können Sie sich aber trotzdem nicht entziehen. Nee, das will ich auch gar nicht. Wenn Sie mir einen Scheid geben und dann schauen wir, was wir machen. Naja, wie gesagt, bei der Kontrolle hätte ich halt gerne gewusst, um was es denn geht, weil ich habe nämlich an die Gerichtsverhandlung verpennt. Ich wollte ja extra, dass Sie aussteigen, damit Sie nicht wegfahren. Ja, ja, ja. Nee, ich habe eine Gerichtsverhandlung verpennt. Und ich dachte zuerst, das ging darum. Meine Frau hat das ja... Keut, Gott, ich bin ja eine Rumpel. Meine Verlobte hat das ja eigentlich geklärt gehabt, dachte ich. Hat sie aber. Jetzt dachte ich, da ist was schiefgelaufen. Jetzt bin ich so schnell, wie es ging, ins Court gefahren, habe das abklärt lassen, meinte die, nee, um das geht es nicht. Ich bin deshalb nicht auf der Fahndung. Und dachte ich so, okay, irgendwas dann, haben die gesagt, ja, wegen BTMs. So, und das habe ich jetzt hier nochmal klären wollen. Dass wir hier vielleicht auf den Nenner kommen, aber... Folgendermaßen zu Ihrer Gerichtsakte. Ihre Telefonnummer ist noch die aktuelle, die 800. Das ist noch die, ich hatte jetzt nicht verändert, die ist immer dieselbe. Okay. Belehrung, was das Gericht angeht, wissen Sie? Äh, Sie haben das Recht auf den Anwalt, alles was er sagen kann, und wird gegen Sie von Gerichte gehen zu werden, oder waren Sie sowas? Nein, das sind die Rechte. Das sind die Rechte, ja. Und was ist mit der Linke? Der kam flach, Herr Rumpel. Der kam richtig flach. Nee, aber was war jetzt gerichtlich, bitte, was wollen Sie da? Genau, also Sie haben, ähm, wenn Sie... Ja. Mal kurz schauen, um ein Gerichts... Ja, ist denn sogar da. Müssen Sie selber auspacken und gucken. Bitte? Nee, nee, ich habe gerade nachgeschaut, ob das Supreme Court da ist. Ja, das ist da, ich war vorhin da. Willst du den Supreme Court dazu? Ja, mach ich. Passt. Folgendermaßen, der Supreme Court wird wahrscheinlich gleich einen Termin mit Ihnen fertig machen. Ja. Für den Gerichtstermin. Da brauche ich E2, passt schon. Bitte? Ich brauche E2, die kann man gleich kombinieren. Okay, das können Sie ja dann mit ihm, äh, mit dem Herrn führen. Auf jeden Fall haben Sie beide dann wahrzunehmen, und wenn Sie nicht können, müssen Sie einfach frühzeitig Bescheid sagen. Natürlich, kein Problem. Soll ich da selber hinfahren, oder kommt jetzt zu mir? Nein, nein, die kommen. Ja, aber wie gesagt, ich wäre auch hingefahren, wäre kein Problem gewesen, es wäre ja vorn drüben, und dann hätte man das dort auch klären können. Mhm. Ich wollte jetzt nur nicht mich dort festnehmen, weil das ein bisschen der Kollege hat dort angerufen. Dann habe ich schon durch den Funk mitbekommen, die fahren jetzt alle zum Court rüber, habe ich mir gedacht, nein, ich will da schönen Auftritt haben, möchte hierher fahren und dann das ganz getönt hier erklären. Weil ich will ja von Ihnen auch nicht wegrennen. Aber wissen Sie, wenn der Damen drückt, dann muss es raus. Das ist einfach so, es ist nicht zu vermeiden. Wenn es tut. Würde die Jungs machen aber ganz schönen Aufstand da oben, ne? Ja, dafür schäme ich mich auch zutiefst und möchte mich dabei bei der ganzen Saugshop GmbH und KUKAG entschuldigen. Das sollte natürlich nicht so sein. Mhm. So, das mit der Entziehung der Amtshandlung, was der Kollege gerade angesprochen hat, das sehen Sie ein? Äh, bitte was sehe ich ein? Dass ich die Amtshandlung unterbrochen habe, dass ich weggefahren bin? Entziehung der Amtshandlung, ja. Das sehe ich komplett ein. Zwar mit einem Grund, aber der Grund ist ja komplett irrelevant in dem Fall. Von dem her sehe ich es komplett ein. Hast du dann den Eintrag für die Entziehung der Amtshandlung fertig? Ich war ja nicht dabei. Ja, mach ich. Passt. Mark Rumpel befindet sich bei uns im Gewahrsam. Weißt du, was ich so geil finde, dass ich so förmlich mit denen rede, so voll nett? Ich bin heute so übertrieben nett zu denen. Aber wisst ihr auch warum? Weil die mich zum Millionär gemacht haben. So für die Entziehung der Amtshandlung sind 20 Sozialstunden wie 3000 Dollar. Ja, alles klar, machen wir. Ich muss Ihnen auch gleichzeitig die Rechnung ausstellen für das Kusch. Äh, ja, aber wie gesagt, wenn Sie mir das jetzt ausstellen, das ist nicht etwas problematisch bezüglich dem, wenn wir da einen Fall haben. Das kann, wenn ich dagegen ja vorgehen möchte. Äh, dann können Sie mir doch nicht die Rechnung dazu ausstellen, oder? Ja, ne, folge nochmal. Ich stelle Ihnen der Rechnung dazu trotzdem aus. Sie dürfen, also müssen die aber jetzt nicht jetzt die Zahlen. Ja. Äh, wenn Sie dann, wir haben keine Zeit noch vor Gericht dahin zu gehen, um die Rechnung auszuhalten. Ja, aber es ist nicht gescheiter, wenn man das schlagt, das wird zu uns beigebracht, somit wird es auch so gehandhabt. Okay, dann machen Sie das bitte, so wie Sie es so richtig halten. Genau. Ich schreibe auf den Rechnungsgrund auch meine Dienstnummer auf, dass Sie dann, wenn Sie wirklich für unschuldig erklärt werden, dass Sie dann mich erreichen können. Dass Sie sich das Geld dann wiederbekommen, sollte Sie es bezahlt haben. Richtig. Das heißt, wenn ich Sie jetzt bezahlen sollte, dann sind Sie dann verpflichtet, dass Sie es zurückgeben, ne? Wenn Sie als unschuldig erklärt werden, ja. Ja, ne, weil sonst zahle ich das einfach, sonst soll ich einfach nicht mehr Geld zurück haben. Ah, ne, ne, zahlen Sie die bitte noch nicht. Lassen Sie die erstmal offen. Achso, ja. Ja, offen. Ja, wenn es mal passieren sollte, meine ich. Achso. Wissen Sie, ich gehe oft mit meinen Rechnungen durch und dann stemple ich alles ab und dann vergesse ich manchmal. Der ganze Papierkram, der zu Hause rumliegt, das kann schon mal passieren. Fahren Sie auch privat, Maybach? Ne. Verdienen Sie hier viel oder eher wenig? Das ist uninteressant. Ja, für mich ist das schon interessant zu wissen, was Sie so verdienen. Eine kleine Rechnung kannst du ihm noch dazu stellen für die Schwindigkeitsübertretung über 30 kmh. Ja. Ich habe sie nämlich mit 171 kmh geblitzt. Mhm. Immer noch eins drauf, so dass es dann die Kirsche oben auf der Torte, ne? Dass Sie dann Ihrer Frau zu Hause erzählen können, was Sie alles so gemacht haben mit Ihrem Motorrad. Natürlich, natürlich, natürlich. Freuen Sie sich dann. Sie sind dann ganz besonders stolz, wenn Sie dann zu Hause ankommen und sagen, ja, gucken Sie, ich war mal da, ich war heute mit dem Motorrad unterwegs und habe da jemanden geblitzt. Ja, so ein Bonsen in seinem GT-R Nissan und naja, ich habe denen dann die Kirsche aufgesetzt. Ja, gehen wir zur Seite bitte. Ja, das mache ich auch sehr gerne. Ja, das, das, davon träumen Sie jede Nacht. Sie, ich kann das nicht, Sie, da steht so viel drauf, ich sehe nicht mal, wie viel das jetzt hier ist. Ich kann das nicht mal lesen. Wie viel Dollar sind das? 230.300. 230.000 Dollar? 230.300, ja. Sie verarschen mich doch. Nein. Besitz von BTM, sie, wie soll ich, sind wir mal ehrlich, wie soll ich etwas besitzen, was nicht mir gehört so ist, das verstehe ich nicht. Klient ist das vor Gericht. Ja, das mache ich jetzt auch vor Gericht. Und Entziehung einer Abendshandlung, die Rechnung, ne? Machst du die oder soll ich? Machst du gerade Entziehung einer Abendshandlung plus... Ey Leute, das sind 200.000 Euro Dollar Strafe, über 200.000. Aber die können mir das niemals nachweisen vor Gericht. Ich werde aber jetzt einen guten Anwalt holen, die können mir das nicht nachweisen, aus dem Grund, weil wir so viele Leute in dieser Firma sind, die können unmöglich das auf eine Person feststellen, das Ganze. Das können sie nicht. Auch wenn ich der Chefe sein sollte, ich weiß ja insgeheim von nichts dann so gesehen. Wie sollen sie das dann sagen vor Gericht, dass das meins ist? Das können sie gar nicht. Also ich unterschreibe natürlich. So, Entziehung einer Abendshandlung, so wie viel ist das hier? 4, 5. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich ihre große Rechnung hier nicht bezahle, ne? Ejo, haben sie noch weitere offene Rechnungen? Nein. Alles weg. Dann warten wir mal für das Supreme Coach. Sind gleich da. Das Handy haben sie mir nicht abgenommen, ne? Aber doch haben sie. Ach, schade. Hattest du nämlich gerne einen Anwalt angerufen, auf die Schnelle mal, wenn man das mal klären könnte. Wegen der Gerichtstermin jetzt, oder wie? Ja, dass ich mir das schon mal vorbereiten kann, soll es dazu kommen. Also ich glaube, ich habe das Recht auf einen Anwalt, wenn ich in der Zelle sitze, oder? Das haben sie auf jeden Fall, ja. Könnte ich mal wieder anrufen, wäre das möglich? Ähm, ja. Problem ist halt. Wollen sie vor Gericht klären, also ich glaube nicht, dass der Anwalt jetzt was machen kann. Ne, 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 das geht's mir nicht. Ich hätte jetzt nur gerne ein Gespräch, ob wir einen Anwalt überhaupt haben, da würde ich mal einen Freund anrufen. Der kennt nämlich einen Anwalt. Der betreibt mich fett an Wirtschaft. Äh, wäre es möglich, wenn sie das außerhalb der Zelle machen dann? Können wir machen. Oder wollen sie es jetzt unbedingt machen? Ja, können wir gerne machen. Ich meine, es wäre halt Tschetscheller gewesen, ne? Weil wenn ich jetzt hier wieder rausgehe, haben wir wieder was zu reden und dann ist auch blöd. Also, mir will ich lieber jetzt in der Zelle, weil da kann ich direkt anrufen, aber ich lege das hinter mir, ne? Ich weiß, äh, welcher Anwalt dafür ruft. Ich gebe ihm jetzt eben das Handy. Ja. Ein bisschen Zeit ist Geld und Geld ist Zeit. Also, wie gesagt, ich werde das Handy jetzt hier vorne festhalten, ich werde es auf Lautsprecher machen, wenn du da auch keinen anderen fest... äh, äh, anrufen kannst. Äh, ich kann auch ganz normal laut mit Ihnen reden, das ist kein Problem. Ich möchte Ihnen da nichts verheimlichen, Dankeschön. Schönen guten Tag. So, dann ruf ich mal wen an. Ich muss halt, äh, ich kann gleich meinen Anwalt anrufen, weil ich weiß die Nummer nicht. Ich muss den Kumpel anrufen. Wenn ich von dem die Nummer habe, lass mal gucken. So. Firma. Äh, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach, nö, ist er jetzt nicht da drin in der Firma? Ach, das hasse ich. Kennen Sie das, wenn derjenige nicht in der Film-Dings drin ist? Ah, super. Jep, die Liste ist leider nicht die beste. Ja, das macht mich gerade mit, weil ich habe nämlich nicht alle Nummern, wissen Sie? Ach, wissen Sie was? Ich habe, äh, ein Tablet, da könnte ich nachgucken, aber das habe ich jetzt nicht. Jetzt rufe ich mal einen Moment, könnte ich den anrufen. Ich habe irgendwie Angst. Kann ich denn auf mein Tablet gucken, da habe ich die Nummern drin? Ich habe nämlich hier nicht die Nummer drin. Kann ich da mal schon drauf gucken, wäre das möglich? Ja, machen Sie. Danke. Mal kurz das Handy wieder weg, meine Hand. Ach so. Nein, ich habe das Tablet wieder kaputt gemacht. Nein. Ich habe gerade mein Tablet kaputt gemacht. Haben Sie gehört? Bitte was, haben Sie gesagt? Schauen Sie mal auf Ihr Handy, da war gerade eine Werbung für einen Anwalt. Eine Werbung für einen Anwalt? Auf dem Handy war da gerade einer, ich sehe gerade keine. Super. Ah, gelbe Seiten, meinen Sie? Ah, ist schon weg, das war so schnell weg, ne? Perfekt. Ne, wie gesagt, ich rufe schnell, äh, nee, nee, ich will eigentlich einen Freund von mir anrufen. Eigentlich. Wissen Sie was, ich rufe jetzt einfach irgendwen von meinen Leuten ja an, dann passt das schon. Wird schon einer was wissen, so. So, ich schaue mal, ob der da ist. Die alte Nuss. Wenn er nicht da ist, rufe ich halt wieder anderen an. Hey, hallo, Chefchen. Hallo, du, eine Frage. Ja, bitte. Wegen Anwalt, haben wir da jemanden? Ich bin nämlich gerade in der Zelle unten und ich bräuchte einen Anwalt für zukünftige Problematiken bezüglich hier, was mir vorgeworfen wird. Äh, ich wüsste jetzt nicht, dass wir einen haben. Ich könnte mal kurz im Funk durchfragen. Es hat gerade jemand eine Anzeige auch geschalten. Ach so, ja, bei dem weiß ich nicht, weil der war wohl letztens bei uns als Geisel bei der Gerichtssache. Okay, das ist, ich glaube, das wäre nicht so gut. Ne, äh, ja, sonst könntet ihr euch mal ein bisschen so umgucken? Wäre nämlich nie so schlecht, wenn wir einen guten hätten. Ja, ja. Ich dachte nämlich, wir haben einen. Haben wir keinen? Wir hatten mal einen, aber der hat sich irgendwie anders entschieden und ich weiß nicht, irgendwie sind auch keinen Anwalt mehr. Okay, das ist, das ist schade. Okay. Aber ich kann ja mal rumfragen, ob einer einen hat oder was. Ja, bitte, wäre super, weil bräuchte ich heute, ne, die nächsten Tage mal vielleicht, je nachdem wann der Termin steht. Ja, ja. Ja, ne, klar. Okay, gut. Alles klärchen. Perfekt. Dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Jawohl, ciao. Ja, bis dann, ciao. So, nehmen sie gerne wieder das Handy mit. Ja, kein Problem. Und dann bin ich sofort bei Ihnen. Jawohl. Ach, schau mal, wir haben keinen Anwalt mehr für uns. Das ist halt kacke. Das ist richtig kacke. Ich dachte, wir haben einen Anwalt, der für uns alles macht. Kacke, Leute. Ey, über 10.000 Zuschauer, ja? Und jetzt geht's gleich los. Leute, haut mal raus, ihr alle einen Like halten. Warte, es geht los. Leute, haut drauf. Bitte, bitte, was haben Sie gesagt? Sie wissen, warum Sie auf der Fahndung stehen? Ja, wegen einem Grund, den ich absolut nicht nachvollziehen kann. Einen Vorwurf, den ich nachvollziehen kann. So ganz, aber, ja. Ich weiß, warum. Okay, Sie wissen, warum. Wollen Sie erläutern, warum Sie es alles unrechtmäßig sehen? Das kann ich Ihnen ganz easy sagen. Weil wir eine GmbH haben, das Haus auf eine GmbH gekauft wurde und es mehrere Mitglieder dieser GmbH gibt und ich anscheinend der einzige Besitzer sein sollte, laut den Aussagen, was aber nicht stimmt. Und ich verstehe nicht, wie man anhand, Entschuldigung, dass ich das sage, aber anhand dessen, dass ich anscheinend, unter Anführungsstrichen, der Besitzer des Hauses sein soll, derjenige sein soll, dem das alles gehören soll, wenn es mehrere Leute gibt, die in das Haus gehört, um ich da zur Rechenschaft gezogen werde. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Also versteht das nicht falsch, aber ich weiß, es haben sehr viele Angestellte. Wir haben mehrere Angestellte, die das mitgekauft haben, das Anwesen. Und ich nicht der alleinige Besitzer des Anwesens bin, auf gar keinen Fall. Und ich verstehe auch nicht selbst, Entschuldigung, aber selbst wenn ich, ja, der einzige Besitzer wäre, des ganzen Grundstücks, wie soll ich dann zur Rechenschaft gezogen werden, dass das meins sein soll? Also bei so vielen Leuten, die wir angestellt haben? Das verstehe ich nicht. Weil es in dem Fall geht es darum, es ist eine Person zur Rechenschaft zu ziehen, wem 107, die ist auch Stauber GmbH, wem diese Firma zugehörig ist. Ja, die gehört mir nicht alleine. Das ist das, das ist ja das. Das gehört mir nicht alleine. Und das kann ich Ihnen so sagen, wie es ist. Es gibt mehrere Leute, die das gehört. Deshalb verstehe ich das nicht so ganz, dass mir das aufgedrückt wird. Aber es muss ja eine höchste Person geben. Nein, gibt es nicht. Es gibt mehrere Personen, die auch höher sind. Und es gibt auch mehrere, die gleich hoch sind wie ich. Es gibt mehrere Chefs. Ja, bin ich der einzige Chef. Das heißt, in jedem Fall... Entschuldigen Sie, aber selbst wenn ich als Chef weiß nicht mal was davon. Ich komme hier heute her, werde verfolgt, ich werde nicht aufgeklärt. Dann sagen die mir, die werfen mir das vor. Ich weiß davon nicht mal was. Dann heißt es hier BTM-Besitz mit Absicht zum Verkauf, von dem ich keine Ahnung habe. Also beim besten Willen kann ich mir halt nicht vorstellen, warum ich da zur Rechenschaft gezogen werde. Und das nicht mal als einziger Besitzer. Also dann tut es mir leid, aber dann haben sie oder irgendjemand, die den Job nicht richtig gemacht. Weil wir haben mehrere Leute, die als Chef agieren, nicht nur ich. Und woher wollen sie uns dann zur Rechenschaft ziehen, wenn es nicht der Chef war? Was ist, wenn es jemand unter uns war, der das gemacht hat? Überlegen Sie mal. Weil ich wusste davon nichts. Ich bin heute hier aufgewacht, auf einmal habe ich verfolgt. War schon in Palito, im Motel, hab dort übernachtet. War heute weg mit meinem Auto. Auf einmal Polizei. Ich weiß von nichts. Der wollte mich auch nicht aufklären, was los ist. Dachte mir, so gut fahre ich weiter. Naja, in dem Fall, wenn ich zum Beispiel, jetzt reden wir mal von meinem Job, wenn ich Drogen anbaue und ich habe diese Drogen und ich lagere sie in unserem Haus ein, dann habe ich nicht nur die Schuld, sondern auch meinen Vorgesetzten. weil er muss schauen, was ich eigentlich mache zu jedem Zeitpunkt. Ja, aber verstehe es mich nicht falsch. Ich weiß nicht, was da unten alles abgegangen ist im Keller. Wir hatten einmal eine Problematik, dass im Keller mal was los war. Da habe ich dementsprechend Leute gekündigt. Und es ist mir halt echt leid, aber ich gucke nicht jede Woche im Keller und Sie können auch gerne die Bestätigung von anderen Mitarbeitern holen. Ich bin die Woche nicht immer da. Ich bin sehr oft auf Reisen. Jetzt auch wieder. Ich komme zurück auf einmal. Ja, bitte. Sind Sie der Grundstücksbesitzer? Nein, nicht der einzige. Es gibt mehrere Grundstücksbesitzer. Wer ist denn da noch involviert? Das müssen Sie wissen. Das frage ich Sie jetzt. Ja, aber schauen Sie mal. Mich haben Sie ja hier eingesperrt. Mich wollen Sie ja. Richtig. Da müssen Sie doch irgendwo anhand etwas, also Sie müssen ja irgendwo ein Dokument gehabt haben, dass es festgestellt wird, dass ich der Besitzer bin. Mhm. Ja, und wo ist dieses Dokument? Was das bestätigt, dass ich der Besitzer bin? Beim Gericht. Ja, und worauf wird das bezogen? Haben Sie ein Formular bekommen, wo drauf stand, äh, Kaufvertrag? Das ist das Grundstück. Nein, aber Sie haben sich schon mal den BD genauso wie den US Marshals, genauso wie den Supreme Court geäußert, dass es Ihr Grundstück ist. Das stimmt, aber ich muss Ihnen sagen, ich bin nicht die einzige Führungskraft. Es gibt mehrere Führungskräfte bei uns, auch Chefs, die gleichgestellt sind mit mir. Ich rede jetzt nicht von der Firma, ich rede von dem Grundstücksbesitzer. Ja, das gehört mehreren. Nein, das gehört mehreren. Sie haben mir jetzt doch gerade mit Ja für geantwortet. Nein, habe ich nicht. Ich habe Ihnen gesagt, das Grundstück gehört mehreren Leuten, aber ich bin ein Grundstücksbesitzer. Das stimmt. Mir gehört das Grundstück, aber nicht nur mir gehört das Grundstück. Verstehen Sie mich nicht falsch? Wenn Sie jetzt ein Haus kaufen, mit anderen Leuten zusammen, dann gehört das ja auch nicht. Nur Ihnen. Verstehen Sie? Ja, aber dann weiß ich, mit wem ich das mitgemittelt habe. Ja, ich weiß es ja auch. Aber eigentlich ist es Ihre Arbeit. Sie können uns ja die Namen nennen. Nein, Ihre Arbeit ist es ja, weil Sie mich ja eingesperrt haben, dass Sie da drauf kommen sollten, weil Sie müssen ja irgendwo ein Dokument vorlegen haben, wer der Grundstücksbesitzer ist, oder? Offiziell, weil ich kann Ihnen ja sagen, was ich möchte. Ich kann Ihnen jetzt sagen, ich bin Grundstücksbesitzer, und bin es ja gar nicht. Überlegen Sie doch mal. Also für Sie zur Information, bei den Immobilienmakler ist dieses Grundstück gar nicht zum Kaufen gewesen. Ach nicht? Nein. Das heißt, wir nehmen illegal in einer Villa, die leer gestanden ist. Wie darf ich das verstehen? Haben Sie einen Kaufvertrag, einen Mietvertrag, irgendwas? Das müssen Sie wissen. Schau mal, Sie müssen ja irgendwo festgestellt haben, dass ich, ja, ich werde ja gesucht, dass ich der Grundstücksbesitzer bin. Wo ist dieses Stück Papier, das das behauptet? Sie haben sich gegenüber uns schon mal darüber geäußert. Ja, ich bin ein Grundstücksbesitzer, aber ich kann Ihnen ja gegenüber alles äußern, was ich möchte. Ich kann Ihnen ja auch sagen, ich bin gestern auf Mars geflogen. Das werde ich Ihnen nicht glauben, aber gut. Aber ich kann Ihnen bestätigen, ich bin ein Grundstücksbesitzer, das stimmt. Gut. Aber wollen Sie das nicht irgendwie abgleichen, dass ich das wirklich bin? Brauchen Sie denn keine Informationen? Wie können Sie das abgleichen? Das ist das Problem. Das können Sie nicht, okay. Ja, weil beim Immobilienmarkt haben wir angefragt, da ist das Grundstück nicht zum Verkauf gewesen. Und wissen Sie auch, woran das liegt? Haben Sie schon mal unseren Namen geschaut? Die GmbH? Sagt Ihnen das was? Wir haben ein Grundstück. Yes. Mit mehreren Unternehmern. werden nicht irgendwo hinterlegt. Nein, verstehe ich mich nicht falsch, aber die GmbH gehört ja der GmbH. Das gehört nicht einer einzelnen Person. Die GmbH, ja, das ist ja verstaatlicht, die haftet ja nicht, die hat das Grundstück gekauft. Und wir sind ja eine, eine Saugshop GmbH. Und das heißt, mehrere Leute, ja, in der Chefetage haben das über die GmbH gekauft. Und die GmbH ist ja außenstehend von einzelnen Personen. Das heißt, eigentlich, wenn wir es wortwörtlich nehmen, gehört das Grundstück niemandem. Es gehört der GmbH. Wenn die GmbH pleite geht, es muss ja einen Gründer geben. Es gibt ja, es gibt ja, es gibt ja, es gibt ja mehrere Gründer. Ja, ja, natürlich gibt es das. Es gibt ja mehrere, genau. Die haften für ihr, für die Firma. Nein, eine GmbH haftet in dem Fall nicht. Das ist aber wieder eine andere Story. Es geht nur darum, dass sie mir anscheinend das vorwerfen wollen, obwohl es mehrere Leute gibt, die in der Chefetage sind. Und wir das aber vorwerfen wollen und ich davon gar nichts weiß. Also das macht halt keinen Sinn so für mich, wissen Sie? Ja, mal kurz was haben wir. Ja, bitte machen Sie das. Eine andere Sache, Herr Rumpe. Ja, bitte. Sie wissen eigentlich, dass Sie einen Gerichtstermin verpasst haben? Das weiß ich und ich habe mich dafür heute schon entschuldigt. Okay, dann möchte ich aber trotzdem einen Termin ausmachen für... Können wir den gleich gemeinsam ausmachen mit dem Termin, weil das kommt ja alles zusammen, oder? Ja, im Endeffekt würde ich genau das machen. Genau, dann machen wir das so. Ähm, ich überlege nur gerade, was der beste Tag wäre. Schreiben wir uns das zusammen. Ich glaube, ihr Kollege ist ganz schön fertig gefahren. Aber, es ist halt wirklich, wissen Sie, ich kämpfe auch für mein Recht, natürlich. Aber die werden es so schwer haben. Ich werde so viele Infos raussuchen, weil wir sind ja wirklich in den Saugshop GmbH. So, ähm, wie schaut es für Sie aus? Wie schaut es aus? Am 3.6., das wäre ein Freitag. Am 3. Boah, das ist aber lang. Es ist ja, wollen Sie mich jetzt, also das ist ja über eine Woche. Naja. Warten Sie mal, 3.6., sagen Sie. Genau. Mhm. An so Uhr. Ich habe das mal eingetragen, wie viel Uhr? 21 Uhr. 21 Uhr, 21 Uhr, habe ich eingetragen. So, 3.6., 21 Uhr, jawohl. Genau. Weil Sie gerade gesagt haben, dass es lang hin ist. Natürlich, wir haben relativ viele Sachen, die wir auch noch durchgehen müssen, an Akten. Und nachdem Sie jetzt wieder gekommen sind, gehen Sie hinten an die Schlange. Achso, ja. Gut, danke. Okay. Ähm, gut, das habe ich jetzt mal eingetragen. Ich komme gleich noch mal zu Ihnen. Natürlich. Äh, sage ich Ihnen, ich fahre Ihnen noch wegen Sachen, wie zum Beispiel Anwalt und so. Jawohl. Ich hätte noch eine kurze Frage, und da würde ich gerne, dass der Schlatter mal da bleibt. Okay. Bitte. Ähm, Sie haben sich gerade vom Supreme Court vor mehreren Personen geäußert, dass Sie als Grundstücksbesitzer immer drankommen. Bitte was? Sie haben sich vom Supreme Court, da waren Staatsanwaltrichter, etc. dabei, geäußert, dass Sie als Grundstücksbesitzer immer drankommen. Das war Ihre Aussage. Ja, dass ich das falsch finde. Da habe ich mich dazu geäußert, dass das nicht korrekt ist. Ja, aber Sie haben, also bestätigen Sie hiermit, dass Sie Grundstücksbesitzer von dem Grund sind. Nein, ich bin ja ein Besitzer. Es gibt mehrere Chefs in der Chefetage, verstehen Sie es nicht? Ich bin einer davon. Aber Sie haben sich vom Supreme Court geäußert, dass Sie Grundstücksbesitzer sind. Ja. Und nicht Mitbesitzer, sondern nicht Mitbesitzer, sondern Grundstücksbesitzer. Mir gehört das ja auch, aber mir gehört ja nicht alles. Wenn ich jetzt sage, mir gehört ein Grundstück, aber es gehört ja anderen, dann sage ich nicht, ja, ich bin Grundstücksmitbesitzer. Jeder sagt doch, ja, ich bin... Okay, welcher Teil gehört Ihnen von dem Grundstück? Soll ich Ihnen das genau sagen, welcher Raum mir gehört? Wollen Sie das wissen? Das gehört Ihnen ein Teil von dem Grundstück. Kennen Sie das nicht, wenn man was zusammenlegt und jedem gehört eigentlich das Grundstück an sich, aber man teilt es dann nicht auf? Was wollen Sie da von mir wissen? Also, das verstehe ich nicht. Ich verstehe Ihre Aussage nicht. Schauen Sie mal, überlegen Sie mal. Sie geben vom Supreme Court an, dass Sie Grundstücksbesitzer sind. Das stimmt ja auch. Ich besitze ja auch was davon, das stimmt ja auch. Das ist ja nicht falsch, die Aussage. Und ich bin, ich werde ja, schauen Sie mal, ich werde dafür immer wieder Pops genommen, obwohl ich nicht der Einzige bin, dem das Grundstück gehört. Es gibt noch andere Grundstücksbesitzer, denen das Grundstück gehört. Ich bin einer davon, da haben Sie recht. Ich verneine es ja nicht, dass es mir nicht gehört. Mir gehört es ja, aber mir gehört nicht alles. Bitte? Haben Sie ein Firmenbuch? Ein Firmenbuch? Ob wir sowas führen, das müsste ich mal fragen. Das wäre interessant, weil dann holen wir sich einen richterlichen Beschluss, dass wir da eben Einsicht haben. Ich kann Ihnen aber sagen, wir haben ja mehrere Leute, die dort als Chefetage angestellt sind. Und selbst wenn, glaube ich nicht, dass Sie damit durchkommen sollten, dass Sie das komplett der Chefetage überlassen, wenn wir davon nichts wissen. Und ich bin, ganz ehrlich, ich bin hier heute eingereist wieder. Ich war auf Urlaub, habe es mir schön gemütlich gemacht, mit einem Gin Tonic, bin ich in einem schönen Fischrestaurant Silicon Valley gesessen, habe mir nichts gedacht, komm her und auf einmal, boom, ja, BTM-Bisits, kommen Sie rüber, kommen Sie ran und ich weiß von nichts, mal wieder, von gar nichts. Ja, aber Herr Rumpitz, seien Sie mal nicht böse. Ja, bitte. Wenn Sie, wenn Sie Ihre Mitarbeiter nicht, oder wenn Sie nicht wissen, was Ihre Mitarbeiter bei Ihnen im Lager lagern, ich habe ja, hören Sie mal zu, hören Sie mal zu. Stopp, 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 hallo, 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 ich bin ja nicht der einzige Chef, hören Sie mir zu. Deshalb habe ich andere Chefs, die sich drum kümmern. Aber was kann ich dann dafür? Auf die Chefetage. Ja, aber warum geben Sie mir dann die Strafe, wenn ich davon nicht mal was weiß? Das verstehe ich nicht. Weil Sie, bis jetzt bei uns, also beim L.E.B.D., bekanntlich weiß ich, das Supreme Court, die Frau Harris kommt jetzt dann gleich, die wird das jetzt dann gleich nochmal auflösen. Sie beziehen das nur aus meiner Aussage, oder? Sie beziehen sich das nur aus der Aussage, seitdem ich mir gesagt habe, dass ich der Grundstücksbesitzer bin. Und ich weiß auch, damals ganz genau, da haben wir gesagt, ich bin aber nicht der Einzige. Kann mich noch erinnern, ich glaube, ich habe Ihnen das auch schon mal damals gesagt. Oh, nee. Was war das denn? Was ist denn, ich bin gerade voll erschrocken, wo kommt die Musik her? Das L.E.B.D. weiß, von einem Grundstücksbesitzer. Das sind Sie. Ich bin mir aber, hey, warten Sie mal, ich bin mir sehr sicher, wiederholen. Ja, bitte. Wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt dann nur noch auf die Aussage, dass das L.E.B. das weiß. Das Supreme Court weiß sicher um mehr. Aber wir können Ihnen jetzt nur das vorwerfen. Deshalb kommt jetzt auch der Chef vom Supreme Court und wird die ganze Sache nochmal aufklären. Darf ich Ihnen kurz was erklären? Bitte. Wir haben, wie ich Ihnen vorhin gesagt habe, mehrere Chefs, die gleichgestellten mit mir. Und wir haben auch noch Vize-Chefs. Und die haben eigentlich auch, ich sag mal so, mehr drüber als ich. Ich bin am wenigsten da von denen. Aus dem Grund wundert es mich so ein bisschen, dass mir das zugeschoben wird. Also, das macht mich gerade ein bisschen, ne? Ich schau jetzt mal kurz in den Reaktor noch. Die Musik her. Habt ihr den Fahndungsantrag geschrieben? Äh, nein. Den haben wir nicht geschrieben. Okay. Da sind zwei Officer zu mir gekommen. Damals. Also, versteht mich nicht falsch, dass wir es ein bisschen Grund geben. Das war der von der Hausdurchsuchung. Das war der von der Hausdurchsuchung, oder? Genau das, was man gefunden hat. Wo haben Sie das denn gefunden? Bei Ihnen? Mhm. Ja, wo haben Sie das gefunden? Im Lager. Welchem Lager denn? Wir haben mehrere Lagerräume. Gut, wenn wir gehen, wenn wir gehen jetzt hin, also wir sind jetzt hinten bei der, da bei der Garage, gehen die Tür hinein, die Stoffe hinunter, den ersten Raum rechts. Ja. Ja. Und da haben Sie Sachen gefunden? Ja. Ich kann Ihnen so viel sagen, das ist das Mitarbeiterlager. Da haben wir gar nicht viel mit zu tun. Wir lagen alles oben. Wir haben oben unsere Tresorräume. Wir haben damit nichts zu tun. Wirklich nicht. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also, das finde ich jetzt sehr schön komisch. Hätten Sie auch fragen können. Ich hätte direkt sagen können, dass das unsere Mitarbeiterlage ist. Das ist nämlich der Sache. Jeder Mitarbeiter von Ihnen Zugriff. Ja, das ist hier spinnt. Da können Sie Ihre Sachen reinlegen. Alles, was Sie dabei haben. Aber, entschuldigen Sie bitte, würden Sie daran glauben, dass irgendwer auf die Idee kommt, da, wie viel, wie viel haben Sie da gefunden? Was haben Sie gefunden? Ein paar Tausend. Ein paar Tausend was? Ihr habt nur BTM. Ich weiß nicht was. Ja, sagen Sie mal was zum Beispiel. Ja. Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen ja nicht auf die Idee, dass irgendwelche Mitarbeiter bei Ihnen, die bei Ihnen angestellt sind, 4000 Stück BTM irgendwo da einlagern würden. Soll ich da jetzt jede Woche reingucken? Wie gesagt, ich bin nicht immer da. Ich bin sehr oft auf Urlaub. Und ich habe das ja auch auf die anderen übergeben. Mir gehört das ja nicht allein. Wir sind ja mehrere Chefs. Ich denke mir so, das soll ja flutschig laufen, aber wenn in der Mitarbeiterkammer unten was eingelagert wird, da kann ich nicht viel machen. Aber ich sage mal so, ich greife da auch nicht hin. Mehrere Tausend, was auch immer, Arten von Betäubungsmitteln, die kommen nicht von heute auf morgen. Und die kommen auch nicht von übermorgen auf, die kommen nicht in zwei Tagen, drei Tagen. Wissen Sie, wir liefern riesengroße Mengen an Saugstauber aus mit riesengroßen LKWs. Also ich glaube schon, dass das relativ leicht wäre für den Mitarbeiter, da schon mal was mitzuschmuggeln. Wenn Sie mich da jetzt dran erinnern. Also so unrealistisch finde ich das gar nicht. Gut, das ist interessant. Ich habe alles gehört. Aber ich werde mal fragen, ob da mal wer was gemacht hat. Kommt gut. Das Mitarbeiterlager. Ja, aber ohne Scheiße, Leute, wir können uns da so gut rausreden, weil sie können mir nicht nachweisen, dass ich damit was zu tun habe und da was reingelegt habe. Und ich muss, ich muss legit sagen, alles, was unten im Raum drin war, Leute, das habe alles nicht ich reingetan. Wirklich nicht. Das waren wirklich Mitarbeiter, weil ich habe da nie was reingelegt und das da drin gelassen. Nie. Also BTM. Waffen schon, aber BTM nie. Ich habe das immer direkt verkauft. Das weiß ich. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Das mit einem LKW war dumm. Ne, stimmt ja auch. Du, wir liefern ja Saugstaube aus mit riesengroßen LKWs. Da kann ja mal was drin sein. Herr Rumpel. Bitte. Hi. Ja. Ne Frage. Seit wann sind sie denn nicht mehr alleiniger Grundstücksbesitzer? Immer schon. Das kann man nicht sein. Es gab immer schon Bosse bei uns, doch. Es gab immer schon Bosse von Anfang an. Ja, aber wenn wir nachgefragt haben, wurden immer nur sie als alleiniger Grundstücksbesitzer eingegeben. Aber das stimmt an sich nicht. Ich kann vielleicht, wenn ich da mal rede mit den jeweiligen Personen, mal befragen, wie die das sehen. aber wir haben schon Führungsetagen, die das Grundstück auch mitgekauft haben, die da eigentlich dabei sind. Die sind auch nicht kündbar. Sind die denn irgendwo mit niedergeschrieben, dass wenn sie jetzt nicht alleiniger Grundstücksbesitzer sind, haben sie das Dokument? Sie sind ja Chefetage bei uns, natürlich. Haben sie das Dokument? Ich habe da kein Dokument von, da muss ich nach Hause fahren. Ich weiß doch nicht, wozu ich Ihnen das jetzt noch geben soll, wenn mir das solche Anschuldigungen gemacht hat. Also ich glaube, ich würde das gerne... Jetzt würdest du ja nur entlasten, verstehen Sie, Ja, ja, aber ich würde das ja dann gerne vor Gericht klären. als alleiniger Grundstücksbesitzer sind, so wie wir unsere Informationen haben, dass sie halt alleiniger Grundstücksbesitzer sind. Natürlich, aber das... Sie sagen, sie sind das nicht. Ja, aber passen Sie auf, das geht ja darum, dass wir das ja vor Gericht klären und nicht hier unten in der Zelle, oder? Dann kann ich das doch gerne zum Gericht mitnehmen. Aber doch jetzt nicht hier, oder? Also wenn ich das jetzt hier mitnehme und irgendwie reißt mir das aus der Hand, dann haben wir ein Problem. Also Sie möchten das unbedingt vor Gericht klären? Ja, und ich würde das auch nochmal gerne mit einem Anwalt besprechen, wie wir das am besten umsetzen, dass wir da auch nochmal genau gucken können und dann hatte ich die Sache. Also ich finde, das ist dann fair für alle. Hatten Sie mit meinem Kollegen schon einen neuen Termin vereinbart? Natürlich, steht schon alles. Am Freitag, nächste Woche. Am 3.6. um 21 Uhr. Aber ich weise die Anschuldigung natürlich aber komplett ab, das kann ich Ihnen sagen. Da werden wir auch vor Gericht gehen und... Wir hatten das ja schon mal, dass Sie das schon mal von sich abgewiesen haben. Das ist auch Ihr gutes Recht, dass Sie das machen. Also auch das gute Recht von Ihnen, dass Sie das jetzt vor Gericht klären möchten. Sie wissen dann, was Sie vor Gericht mitbringen müssen. Sie können sich natürlich einen Anwalt dazu, hinzuziehen. Dieser würde dann auch Akteneinsicht bekommen. Außer Sie sagen, Sie vertreten sich selbst. Ja, natürlich. Okay. Hatte ich das jetzt für alle hier geklärt? oder? Ich verstehe Sie ganz schlecht. Sie müssen ein bisschen lauter reden. Wir haben keine Fragen. Wenn, dann hat der Supreme Court Fragen. Haben Sie natürlich irgendwelche Fragen wegen den LKWs, weil Sie gerade weggegangen sind von mir. Nein, nein, alles gut. Okay. Sagt mir so aus, als hätte ich jetzt irgendwas Falsches zu Ihnen gesagt. Nein, nein. Ja, okay. Gut. Braucht Sie ihn noch? Nein. Nein. Gut. Dann einmal mitkommen herunter. Kriege ich meine Sachen wieder? Ja, von dem Rookie. Haben Sie die Sachen? Ich habe Ihr Handy und so weiter, ja. Kriege ich auch meine Waffen wieder? Da habe ich keine Informationen drüber. Ich habe nur ein Handy und ein Funkgerät gekriegt. Ja, dann kriege ich die mal bitte. Und die anderen Sachen haben. Ich glaube nämlich, der Kollege hat meine Sachen, weil ich habe jetzt nichts von ihm bekommen. Warten Sie einmal. Ich meine, wir können jetzt gerne hier Charade und so spielen, aber finde ich auch nicht so cool. Habe ich alles nicht so von dem hergekriegt? Ja, der Herr, Sie bleiben bitte da hinten. Ja, wer jetzt ist? Was fehlt Ihnen denn da rum? Für Funkgerät und Handy? Ja, mehr. Taschenlampe wurde abgenommen. Meine schöne Flinte wurde abgenommen. Eine Flinte? Ja, keine Flinte, so ein Repetiergewehr. Maniakgewehr wurde abgenommen. Bringt Sie mir nochmal zurück. Jetzt verstehe ich nichts mehr. Ah, guck mal, ein Besen und Klopapier. Darf ich mitnehmen? Ich nehme es einfach mit. Ich bediene mich mal. Herrlich. Kann ich jetzt hier schon rauskommen oder muss ich hier? Oh, der Shepard aber ganz schön da draußen. Kann ich schon rauskommen? Ah, mal kurz warten, bitte. Ja, ist okay. Das ist spannend von Ihnen. Danke. Ey, Leute, bewähren die so hopsen im Vorgericht. Huch, ich habe mich auch richtig erschrocken. Oh, Mann. Ja, irgendwer da draußen schießt mit so einem Raketen-Dings rum. Sollten Sie vielleicht aufpassen. Frau Huch. Warten wir hier mal. So, ähm. Dark Devil, geh ich den für Gönnen? Dankeschön. Nitro mal vorgelesen. Carmen Weiss war auch vorgelesen. Robin Wirz war auch vorgelesen. Kann ich Ihnen irgendwas anbieten, Herr Rumpel? Haben Sie noch zu tun? Nö, nö, nö. Alles gut, alles gut. Dankeschön. Da sind Sie. Herr Rumpel ist hier. Ja. Dankeschön. Er übergibt mir gerade Sachen. Sie sollten vielleicht weggehen da hinten. Äh, entschuldige. Hat er jetzt mal eine Sachen? Ich gebe, ja, ich gebe Ihnen ein iPhone. Ja, danke. Wo ist Eckart? Mein Repetiergewehr fehlt noch. Meine Taschenlampe und meine Messersammlung. Ist das hier ein iPhone? Ja, das ist mein iPhone jetzt, ja. Okay. Die Waffe habe ich nicht, die hat der Kollege. Ich habe nur das iPhone bekommen. Ich habe doch mein CWG unten stehen. Steht hier direkt vorhin. Vorsicht, da wäre ein Waffe. Was, ihr wollt hinten raus? Ja, da. Ja, warum hinten? Es geht nicht. Ja, weil es nur noch hinten gibt. Warum gibt es nicht vorne mehr? Beschlossen. Achso. Endzwert. Mehr kann ich nie wieder geben. Okay, danke. Aber finde ich ja doof. Jetzt muss man... Ich bin ja doof, wenn man hier jetzt raus muss. Ist ja voll ekelhaft. Ich bin doch vorhin auch da runter und so rauf. Also, das verstehe ich nicht. Schauen Sie, jetzt muss ich da alles bis da rechts rüber? Na, sie müssen das hier rein. Das ist ja wirklich so frech, halt. Hier in den Civic. Hier in den Civic, bitte. Hier in den Civic, bitte. Wovon wir sind hin? Zum Hauptplatz, eine Runde kuscheln. Achso. Ach, stimmt. Ich muss ja noch wohin. Genau. Aber was kann ich noch meinen Kollegen Bescheid geben? Ja, die sehen Sie ja gleich, ne? Check, check, check. Hallo, ich wollte nur sagen, ich bin grad in so einem Honda Civic in Weiß. Da riecht richtig fett noch scheiße drin. Ich fahre jetzt Richtung Hauptplatz und muss dort leider Arbeit vollbringen. 20 Sozialstunden habe ich bekommen. Hauptplatz. Ja, wir sehen den im Civic. Wir kommen. Danke. Ja, meine Freunde kommen jetzt. Ja, ist kein Problem. Haben Sie Familie? Also ein bisschen Hauptplatz pflegen. Ich? Ja. Ja, fast pity. Achso, Sie haben keine Frau, keine Kinder. Negativ, ja. Oh, sehr schade. Du musst ja richtig traurig sein, so zu leben. Nö, alles gut. Ich hab ne Katze. Achso, also, ne? So, der Herr. Da kommt schon Ihre Kolonne. Ja, ja. Die holen mich dann wieder ab. Jetzt hab ich mich heute noch so schnell. Ich hab mir das Auto offen lassen. Ey, das ist der, was... Ich guck mal. Bruder, was ist jetzt mit Gesichtskontrolle? Was ist denn passiert mit dem? Bruder, mit dem du Ausweismarke brauchen. So, Herr Rumpel, bitte einmal stehen bleiben. Ja. Ey, bevor du ihm hier Sozialstunde... So, bitte. Ja. Ey, Dienstausweis. Dienstausweis. Hab ich ja. Das bist du uns jetzt schuldig, Alter. Also gut. Ich bin ja nicht so. Das bist du uns jetzt... Ja! Jawoll, Ehre! Ja! Alles klar, Herr Rumpel. Versteh ich nicht. Ich hab's verpasst. Ja. So, ich überstelle sie jetzt 20 Sozialstunden noch. Ja, dankeschön. Dann viel Spaß. Tschüssi. Danke. Tschüss. Ey, Chef, ein schönes Aufschreiben. Danke, das ist harterniedrigend. Ist unser Anwalt da nicht zu dir runtergekommen? Nein. Siehste, ich hab euch doch gesagt, ich hätte ihn begleitet. Du hast es ihn einführt. Warte mal, bist du unser Anwalt? Wer ist unser Anwalt? Nein. Da war so Schnösel mit gegeltem Haar und Anzug, haben wir ihn ins PD reinbringen wollen. Okay, weißt du, die wollen mir so viel Scheiße vor, wäre es unglaublich. Die wollen mir, pass auf, ich hab eine Rechnung bekommen, 230.000 Dollar. Wegen? Ja, pass auf. Wegen BTM-Besitz. Also, sie sagen, ich besitze es, weil es in meinem Grundstück ist. Und ich hab gesagt, ja, es besitzen haben wir mehrere. Haben sie gesagt, ja. Brauchen wir ein Schreiben, dies, das? Hab ich gesagt, ja. Das kriegen sie dann, wenn ich meinen Anwalt geholt hab und wir dann vor Gericht sitzen. Ich hab einen Gerichtstermin am 3.6. um 21 Uhr und da wird es dann vollendet werden. Aber ich sag euch, die können mir nichts nachweisen. Ich war auf Urlaub, ich hab davon nichts mitbekommen. Aber blöde Frage, wenn du einen Gerichtstermin kriegst, warum haben sie dann jetzt zu Sozialstunden verdonnert? Das war wegen der Flucht vorhin. Geht der Flucht. Hier hab ich ja offen und ehrlich zugegeben, dass mein Bauch gekrummelt hat und ich aufs Scheiß raus musste. Ja, das ist klar. Das war denen komplett egal, aber ja. Die Gesundheit der Menschheit ist eh jedem egal, hab ich das Gefühl. Ja, wir haben Cops auf Trab gehalten draußen. Ich hab's gehört und gewerkt. Wir haben Flachwitze gezogen. Ich weiß, die waren Piss. Sogar mit Sperrzone. Digga waren die Piss. Also, hab ich irgendwas falsch gesagt. Der eine Cop hat ein bisschen blöd Auge gemacht, weil ich gesagt hab, ja. Ähm, ich glaub halt, weil unten im Keller, das ist ja alles Mitarbeiterinventar da, ne. Da kann nur der Mitarbeiter ins Ding reinwuppeln. Und da hab ich dem auch gesagt, ja. Ja, dass sie das nicht merken. Hab ich gesagt, ja, was weiß ich schon. Da kommen LKW-Ladungen mit Saugstaubern an. Wie soll ich denn das sehen? Und da hat er gemeint, ja. Okay, dann ist er so weggegangen und hat mit wem geredet. So, als hätte ich jetzt irgendwas Falsches gesagt. Hab ich irgendwas Falsches gesagt? Aber Chef, Chef, probier mal kurz dein Oberteil aus und nochmal anzuziehen. Ne, dann hab ich das Outfit aus. Achso. Ich möcht's anlassen. Ne, weil bei mir ist, ich hab glaub ich ein bisschen Kopfschmerzen. Das kann sein. Wir warten hier auf dich. Okay. Okay. Check. Check, check. Check, check. So, 20 Sozialarbeiten. Perfekt, freut mich. Was ist denn da los? Killer, Zabi, danke für 95 Cent. Baguette, Moin, kann leider nicht zuschauen. Wünsche trotzdem einen schönen Stream und schaue dir nach. Dankeschön. X-Signal haben ja alles gesehen, genau. Jetzt muss ich mal alles hochscolen. Lisa T., durch das GmbH hat euer Name gilt... Was? Warte, muss ich mal runterscolen. Gilt die Regel, dass niemand das Grundstück und das Gebäude gehört. Also nicht dir, nicht Freddy, sondern der Gesellschaft. Das stimmt eigentlich, ne? Aber wenn du eine GmbH hast, ist, äh, der Staat... Dem Staat gehört das eigentlich. Eine GmbH ist ja ne, 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 ähm... Eigentlich ein, 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 wie sagt man, eine Firma, die dem Staat gehört. Eigentlich. Deshalb ist es ja auch steuergünstig, wenn du mit einer GmbH etwas baust. Und du bist eigentlich nur der Einmieter der GmbH als Beispiel. Also du mietest... Du kannst dich zum Beispiel als Privatperson oder halt... Ne, so kannst du dich theoretisch in deine eigene GmbH so gesehen einmieten. Damit kannst du dir relativ viel Steuern sparen. Also stimmt's schon. Und damit werden wir gut durchkommen. Wir hießen immer Saugstauber GmbH und Coca-Ki... E.U.Inc und so. Also werden wir gut durchkommen mit dem Ganzen. Also da werden wir doch mal einen Anwalt fragen. Ach komm, lass mich. Wir haben uns gerade Döner geholt. Ja. Das Papier ist uns da leider hinten runtergefahren. Ja, ja, mach ich gleich weg. Der Papierkübel ist überfüllt. Und ich hab gehört, die Kündigung steht im Haus. Da reißt du, Bruder. Ja, da ist nämlich auch noch ein Papier, was hier rumliegt. Da schreibe ich dir mal deinen Namen drauf. Ich piste mich gerade an, Alter. Ja, perfekt, mach das. Kannst du das wenigstens in den Busch machen? Du hast mir Kündigung vor Busch ausgesprochen. Deswegen habe ich jetzt schon auch einen gepist. Ich hab gar keinen Bock auf die Sozialarbeit. Komm, lass mich. Wolle ich mich jetzt verpissen, oder was? Nein, nicht verpissen. Ich putze das jetzt auf. So. Nathie Wiedenfeld, danke für eure Euro. Mir fällt kein Name ein. Was schmeckt besser, als es riecht? Die Zunge, PS, bist der Beste. Dankeschön. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Können wir den Insie-Modus aktivieren? Da können wir den Insie-Modus aktivieren. Nee, aber dadurch, dass wir eine GmbR haben, im RP wird das relativ easy. Weil, ey, in Real Life kannst du ja nicht den Besitzer feststellen, wenn in einem Haus, ne, mehrere Personen sind und da irgendwo BTM versteckt ist. Also, beim besten Willen, in Real Life wäre das einfach nicht nachverfolgbar. Oder halt sehr schwer. Wobei man auch bedenken muss, wir sind halt, wir sind halt eine große... Ja, komm, ich weiß halt nicht, ne. Wir sind ja so gesehen ja Bosse. So wie so ein Kartell eigentlich. Waller, digger Film. Na, digger Waller Film heute. Saß du mit Kartell am Tisch, also krieg das nie wie aus dem Schädel. Ich werde auch sehr viel TikToks markiert mit diesem Meme, by the way. Das ist ganz lustig. So. Ähm, Hellcat 187 official, Dankeschön fürs SIP werden. Äh, mir fällt kein Name ein, das haben wir ja vorgelassen. Äh, Liam, ich soll dir für dich Dankeschön an für 97,91. Vielen Dank. Temi, für das beste Hundi auf YouTube. Dankeschön, Temi. 19,05 Euro, kurz, kurz. Äh, keine Ahnung. Äh, Finn, Bittersoul, danke für den Euro. Carmen Weiser, wann kann man auf deinem Server spielen, Alter, ab 16. Xiu-Xiu und Hexiu, kannst du mich grüßen, heiße Sebastian, du musst mal den Sebastian, natürlich, kein Problem. Nochmal bitte, was war mit Steffi? Äh, die brauchen ein paar Minuten länger, die müssen noch eben zu ihrem Anweseng. Ninja Cody, danke für 1,20 Euro, vielen Dank. Äh, BMX Gamerboy, meine Donation ist nicht, ja, äh, was, ist nicht bekommen, steht hier. Sie sind ja durchgekommen und dauert es ein bisschen manchmal, bis sie reinwuppelt. Äh, Leon, Tobi, danke für den Euro. Turo, habe ich was verpasst? Nein, nein, nein. Gar nichts verpasst. Man kann es wirklich bei .de. Äh, Speedhunter, meine erste Spende. War bis jetzt stiller Zuschauer, ich feiere dich 1,207. Dankeschön, Speedhunter. 5 Euro mit Fies, der Ehrenmann. Und Micky, mit 50 Euro vorhin, wo ist ein Hedge wieder los? Er kommt für Micky, ich habe mir mal einen Herzring raus. Er hat so lange gewartet, eine Stunde gewartet, bis ich das endlich mal vorlese. Aber ihr wisst, Leute, wenn viel AP ist, haut mal alle ein Herz in den Chat. Mit dem Herzriegen alle mal in den Chat reinwuppeln und lasst ein Like da. Das kostet nämlich nichts. Würde mich sehr freuen. Autotune-Spinne. Hört man sie? Man hört sie. So. Äh, King, äh, Taycan. Jo, was geht? Ich hoffe, dir geht's gut. Viel Spaß noch. Ja, mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch, King Taycan. Äh, Max Rocket, 45 Euro für den Euro. Beam X Game Boy. Wann ist Hochzeit? Technik Hochzeit. Wann, wenn es so weit ist, Bruder, wenn es so weit ist, dann ist Hochzeit da. Dann ich einfach da. Auch noch acht, noch acht Sozialstunden, bin ich froh, wenn ich das hier fertig hab, ne? Äh, Chili con carne. Moin, das ist meine, meine allererste Spende. Gruß geht raus an Chili con carne. Giftswerk, gleich für 50 Euro. Ach, die haben wir schon angemacht. Ach, ich hab die wieder ausgemacht, ne? Ja, muss schon das Saxophon kommen, ey. Ja, Gott sei Dank, ey. So, da ist Freddy, im Jungen. Pff. Hallo Freddy. Freddy. Freddy mit dem Hut. Schau mal, der sieht halt echt aus. Schau, ist das Freddy, nur ein Jung? Junge Freddy. So hat Freddy auszusehen, wie er aus, aus dem Darm gekommen ist. Ah, schau mal. Guck mal, was da steht. Seht ihr den Benzer? Ich sag doch, da werden wir streamen, fahren den alle. Guck. Da hat sich wer den Benzer gegönnt, vom letzten Stream. Schau, schau, schau. Oder er hat den schon davor gehabt, ich weiß es nicht. Alter, das ist das kacke. Fünf Sozialstunden noch. Ach, so ist das halt. Fynn Bittersohn, danke mal für einen Euro. Kurs geht raus. Und Tammy, gönn dir ein leckeres Red Bull zum Wunder kommen. Dankeschön. Alter, Giftzwerg voll mit 50 Euro, Bruder. Mit bester Idee. Aber das habe ich vorgelesen. Herz und auch an dich, lieber Giftzwerg. Herz und Herz und geht an dich raus. 50 Euro. Donation dagelassen. Zwar ohne Fies, aber ey, 50 Euro. Hallo. Das ist viel Kohle. Mit 50 Euro kannst du schön essen gehen. Kannst du mit anderen zusammen Running Sushi gehen, eine Runde. Also Giftzwerg. Der ist für dich. Ich bin gerade ausgesagt, auf beide Tasten gekommen. Ich wusste ja auch, gut, aber passt schon. Der war für dich. So, Gamer XD. Hey, Kudl, mein erster Spender geht an dich. Kannst du mich grüßen? Heißt Julian. Grüß mal Julian. Oh, Problem, Hopko. Gruß an. Julian. Evil Black Devil ist auch dabei. Hab mich beworben. Warte jetzt auf ein Gespräch. Hoffe, es klappt. Jawohl. Schau mal, immerhin durchgekommen. Gespräch ist eigentlich eh relativ easy. Wenn man ein bisschen Verstand hat. Einer am Grad. Du fängst an mit Stream, fährst 50 Meter und wirst direkt angehalten. Hat den Faden bei Geschmack. Ne, also ich muss sagen, unsere Cops, ich habe derzeit echt kaum noch irgendwo einen Meta-Verdacht. Das muss ich schon sagen. Aber es liegt auch daran, dass wir sehr streng drüber schauen. Also wir haben auch immer Admins, die gucken, wenn ich streame, dass da auch wohl nichts schiefläuft und so. Und ich schaue ja auch oft mit, wenn Andel streamt oder so. Und ich muss sagen, in letzter Zeit haben wir gar keinen Meta-Peter mehr so wirklich. Und es kommt halt wirklich vor, dass man ein Zufall irgendwo ist, wie jetzt gerade. Wir haben halt viele Cops auf dem Server. Das sind halt überall verstreut. Muss man schon aufpassen. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt noch so krass Meta-Peter haben wie früher. Das ist vielleicht ganz vereinzelt, wenn es mal passiert. Schau, der Anwalt. Der Gerberg. So, wollen wir mal anrufen. Law Firm Siegesmund at Mail. Was ein E-Mail. Oh, wir sind fertig. Geil. Illuminatenkönig. Da bin ich auch mal wieder am Start. Auf dem guten Stream. 30 Euro mit Fies. Dankeschön, Illuminatenkönig. Fühlig geküsst, fühlig gegrüßt. Platz nochmal. Kauf ich ein bisschen Hunderfutter damit. Dumme Frage, aber du kennst mich. Dich kenn ich noch, ja. Kuss geht raus an dich. Dich kenn ich noch. Mini Nitro 99. Danke nochmal für deine Donation. Dankeschön an Finn Bittersoll nochmal. Xion Xion hat ein paar Mal nochmal raus. Was ist denn da los? King Yan, lol. Kannst du bitte meinen Freund Leon das haben wir schon vorgelesen? Ja, das habe ich ja alles vorgelesen. Perfekt. Xion Xion, nochmal. Dank für den Euro. Stephanie, Junge, danke für 90 Cent und Leo, mein Dank für 90 Cent. Und Achim, hallöchen. Bin jetzt erst reingekommen. Warum warst du im Knast? PS, ich liebe deines Streams. Das war ich gesucht, wo du wegen BTM-Besitzes was wir vom Gericht abstreiten werden. Es ist gerade... Check, check. Ich bin fertig, Jungs. Hey, wir stehen da, wo wir dich rauslassen. Guck mal, hier haben wir ein Exemplar eines Admins. Guck. Das ist ein süßes Exemplar, oder? Schon süß. Vacella. Vacella ist Edwin und Juti. Ah, sehe ich. Bin schon da. Hallo. Hallo. Der hier? Ja, der hier ist unser Chef. Hallo. Ich bin David. Hä, dich habe ich doch vorher schon gesehen, oder? Ich schaffe für dich zur Erklärung, er hat eine andere Suche. Er wollte Selbstmord begehen und wollte sich von Mount Chiliad bringen. Ah, das hat muss ich mir neu... Achso, hallo, ich bin der Herr Rumpel. Ich bin... Ja, ich... Facility Manager. Facility Manager? Vielleicht, vielleicht als Drogenboss Hausmeister dann, ja. Achso. In der Schule erst mal das Zeug vertickt, an die 3B. Nee, ich war's, also. Wir wurden... Mann, wir sind alle so gemein. Du bist auf den Briefkasten, der arme Briefkasten, Alter. Pass doch auf. Ja, nee, wir wurden von Dario schon gesagt, dass du mein Chefchen bist. Ja, ich bin dein Chefchen, hallo. Okay. Und, äh, nur dass du es weißt, die anderen wissen das vielleicht nicht. Ja. Aber, ähm, Leute mit blauen Anzügen müssen einen Tag lang, einen Tag lang komische Hütchen aufsetzen. Das ist bei uns Pflicht. Das ist, das ist eine Firmen, das ist eine Firmenordnung. Oh, das war... Ups, sorry. Nee, du musst dir einen komischen Hüt aufsetzen. Geht das auch? Nee, du musst einen komischen Hüt aufsetzen. Ja, warte, ich hol mir jetzt einen. Kennst du diesen Spitzenhut, diesen, ähm, ich glaub, warte, was steht da drauf? Dushhut? Dushback? Warte, mal ganz kurz da. Dushhut auf jeden Fall. Du kannst noch mitkommen, sagst mir welchen. Ja, nee, das ist sogar so ein ganz spitzer Hut. So ein, so ein weißer. Aber ich hätte mir ja wieder einen Kunden... Und den muss man aufsetzen, wenn man einen blauen Anzug anhat. Das ist bei uns Pflicht. Dann müssen wir den einen Tag tragen. Wenn ich jetzt einen anderen Anzug anziehe? Ja, nee, das ist jetzt schon zu spät. Genau. Jetzt ist schon blau. Genau. Weißt du, jetzt war ich mir sogar peinlich bei den Kunden. Ja. Muss jetzt anziehen. Tut mal leid, für den ganzen Tag. Eieieiei, der Arme. Hallo. Was geht? Ui, hast du Sekt gekauft? Natürlich. Perfekt. Noch nicht gekühlt. Oh, ich mach jetzt auf den Weg. Auf Wut. Oh, ah. Das hast du gut gemacht, ja. Zwei Meter. Das hat sich nicht gesucht angeholt. Zwei Meter. Fahren wir denn hin? Ja, einer muss Hut kaufen gehen, habe ich gehört. Ja, ich... Das geht ja vor euch. Müsst du dann auch... Das ist eine gute Idee. Da stellt sich da breiter hin, Alter. Da ist ein Türstecher. Ja, komm, wir gehen da einkaufen. Ich will mir ja auch noch was anziehen. Ja, da gibt es so einen weißen Hut. So einen ganz komplett weißen Hut. Ich weiß nicht, gibt es den hier? Wenn der ausverkauft ist, dann musst du einen anderen nehmen. Musst du so einen blauen nehmen. Äh, so einen grünen. Ja, warte. Kann sein, dass es den nicht gibt. Ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Der ist, glaube ich, ausverkauft. Das blöd läuft. Habibi, was sagst du zu meinem Outfit? Ja, der ist ausverkauft. Ja, da musst du mal... Soll ich sowas dran? Nee, nee, da musst du diesen grünen Weihnachtshut aufsetzen. Den Spitzen. Ja, ja, den musst du dann aufsetzen. Den ganzen Tag. Da war er doch. Ja, den setzt du auf und jetzt magst du den ganzen Tag. Habibi, was sagst du zu meinem Outfit? Ich werde gemobbt. Also, wenn du so ein Outfit anhast, muss ich Angst haben, dass gleich wer geköpft wird, wenn ich ehrlich bin. Habibi. Ja. Bobbing wird bei uns großgeschrieben, David. Ich verkauf Tromeda und Kamel. David, du bist unser neues Trümel-Maskott-Kennetz für heute. Optik Noah! Optik Noah! Was ist denn da los? Kennst du mich noch? Bin, by the way, nicht mehr auf dem Server, der euch kopiert. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Vielleicht hilft dir der Hut ein bisschen Gehirnwärm und das tut dich an mich. Sorry, ich muss was trinken. Ja, ja. Das ist sehr gut, vor allem, wenn man auf Erl Oma spielen möchte. Weil eigentlich bei uns immer so Banngrund direkt ist, wenn irgendwer so einen Fake-Server gespielt hat und das supportet hat. Aber kurz, du brauchst die Optik Noah, 50 Euro, bitte fies. Wurbel da raus. Ihr habt es genau zu hängen, Barbara. Du sag mal, braucht der Sonnencreme? Die ist gerade im Angebot. Die kostet 50% weniger. Was für Stärke, Bruder. Ja, schau mal, da unten gibt es eine 40er. Gibt es eine 40er? Da haben wir eine 25er. Eine 150er nimm. Hier, 150. Aber schau mal, die sind so goldene Schlappen, ey. Die werden auch frisch. Das geht einfach Quote los. Das war gerade von vor allem. Die Schlappen. Ich habe geschaut, weil ein Arschloch da draußen im Enzo steht. Was? Oha, Alter. Junge. Warte, wer sitzt da drin? Also Thomas, ne? Weil ich mir ein neues Outfit gemacht habe. Hallo. Hallo. Und wie sitzt dich da drin? Ganz gut eigentlich. Mhm. Sollen wir drauf sitzen? Ja, bitte. Was geht? So, nicht viel bei dir. Oder bei euch viel mehr gesagt. Meine Beine. Boah, was ist denn mit deinen Beinen? Leute, ich möchte sagen, Pablo hat auch einen blauen Anzug angezogen. Direkt auch im Barzimmer. Und jetzt auch, los. Äh, du, da dreht gleich gerade so ein Kopfloser durch. Der fährt die ganze Zeit in die Limousine rein. Nur, weil es so gesagt haben. Pablo, du brauchst schon neue Sound. Pass auf die Mütze auf. Pass auf die Mütze auf. Nicht, ist der Mütze was passiert? Ich hoffe nicht. Oh, pass auf, die nimmt Anlauf. Die nimmt Anlauf. Pass auf. Pass auf, die nimmt Anlauf. Jetzt legt ihr die Autos. Bruder, ich glaube, wir fahren mit dir jetzt mal ins Krankenhaus. Das ist schon gut. Du weißt, wo ich hin, ich würde mir gerne mal eine Rolex kaufen. Das ist mal wichtiger als ins Krankenhaus zu fahren. Oh ja, war, war. Und, ne, weißt du warum, weil, ich bin, ich bin seit letztem Mal Multibillion. Wer weiß, wer war letztes Mal dabei? Wann alles ist das mal dabei? Ich weiß, ich war bei Gericht dabei. Okay, gut. Eine Frage, wie es jetzt ausfängt, den Juwelen, sind die schon gewaschen worden? Nein. Noch nicht, das heißt, das müssen wir auch noch machen. Hat sich noch nichts ergeben. Ja, ja, hat sich noch nichts ergeben. Okay, dann schauen wir heute noch zur Bank rüber, würde ich sagen. Jo. Habub, fahren wir mal zur Bank. Wir fahren alle, oder? Ja, schauen wir mal die Preise an. Ja, wir fahren im Konvoi, natürlich. Ich muss kurz denken. Ach, schau, da kommt eh wieder die Polente. Müsste aufpassen. Guck mal im Gelände. Falschpark, wir fahren eh schon. Sag mal, Habub, hast du eigentlich Ollis Brief gelesen? Boah, da riecht sich auch Kusch im Auto. Ui. Ich sag euch, heute kann ich kein Auto fahren. Sag mal, wen will der jetzt anhalten? Ja, komm, fahr einfach weiter. Sag, wir sind ein Konvoi, ist wichtig und richtig. Der kann dann bei der Bank anhalten. Ach, komm. Stimmt, der kommt bei der Bank anhalten. Ja, ich wäre bis zur Bank gefahren, hätte er dort angehalten. Dann hätte er gedacht, direkt Bankraub. Direkt durchgegeben. Das wäre Ehrenhaft. Das wäre richtig Ehrenhaft gewesen. Ist Juwelenpreis bei Bank, oder was? Ja, ja, wir schauen uns mal Juwelenpreis. Habub, vergiss nicht, du wolltest dich danken gehen. Stimmt, aber das ist bei Bank. Wir gucken mal, was die Juwelen gerade so kosten, circa. Und dann schauen wir, ob die wirklich verkaufen gehen oder nicht. In der maskiert Vollbesatzung gereist. Oder die Cops vorhin waren so pissed, Digga. Ja, ich hab's bemerkt. Fährt ohne alles. Alle, die waren nach unten übelst pisst. Und die wollten unbedingt, dass ich zugebe, dass mir das gehört. Und die haben mir, ohne Scheiß, diese eine Polizist hat mir die ganze Zeit das Wort im Mund umgelegt. Die ganze Zeit. Ja, aber sie sind doch der einzige Besitz, haben sie gesagt. Hey, wie fährst du denn so fest dran vorbei? Ich geh kurz danken. Achso. Der hat mir die ganze Zeit das Wort umgedreht. Ich hätte ausrasten können. Aber ich weiß, was ich war. Ich war so nett zu denen. Ich hab mir sogar gesagt, ich entschuldige mich für das Verhalten meiner Kollegen. Ich war so nett zu denen. Aber wir waren trotzdem übelst pisst da unten. Hey, du musst hinter unseren Taten stehen. Ja, nee. Weißt du, ich möchte einen guten Eindruck hinterlassen. So. Weißt du, wenn man schon wo an aufdruckt, muss man schon einen Eindruck hinterlassen. Ich war, wir waren nett zu denen. Ja, waren wir wirklich. Ja, und ich hab dort unten einen Koffer abgestellt. Ich weiß noch nicht, ob die den gerochen haben oder ob die den noch riechen werden. Wir haben, der eine Cop hat ziemlich nach Käse gestunken. Ja, der riecht sowieso immer nach Käse. Der hat mir Muffin geschenkt, Bruder, aber da waren Käsestücke drin. Meinst du den mit den Schokohaaren, mit der Nutella-Klasur um meinem Kopf? Ich weiß nicht, der war maskiert, aber der hat nach Käse gezogen. Achso. Okay, ja gut. Dafür hat er der eine Cop gefühlt den halben McDonalds gegeben. Stimmt, der war Ehrenmann. Aber das war doch eh Darren. Der Darren war das ja. Das war Psychologe. Gemerkt, ich hab Probleme. Kann der Schlitten driften? Das war clean, Alter. Cody, hör mal auf da vorne. Sorry. Komm, wir haben jetzt ein Auto. Geh doch was holen. Ja, wir gehen jetzt mal ein Auto holen gleich. Wir gehen heute noch hin. Es sind drei Autosverkäufer da. Also wir gehen heute noch hin und was kaufen. Kurt, Kurt, kommt heute irgendein... Ja, der Kackstift drückt schon wieder bei denen. Hat vorhin ein Polizist hinzugegeben, dass der Kackstift nicht drückt. Der Stift, der malt schon. Oh. Na, ist gut für den Betrieb da drin. Also wenn wir heute irgendwas vorhaben, ich ziehe sogar Maske an mit dem Hut. Das ist der Sound, auf der Spende. Wählen ist gerade gut. You wählen sind gerade sehr gut, by the way. Wie viel? Äh, 70 im Plus. Also schon grün, grün. Ich glaube, 495. 495 sind es. Ja, jetzt müsste Ryan da sein. Jetzt müsste Ryan da sein, der hat sich die Ruhe hin, glaube ich. Warte, haben wir die nicht unten eingelagert? Ich weiß es nicht. Ja, sonst gucken wir mal nach. Yo. Ich will heute noch einen fetten Einkauf machen. Kommen beim Auto aus. Ryan meint ab 495 Fühler Verkauf oder 490. Jetzt ist es gerade für noch 22 Minuten. 22 Minuten haben wir noch. Da ist noch oben die Dings. Weil das Ding ist halt, jeder Dollar, der da im Plus ist, bei der Summe wirkt sich halt massiv aus. Wie viel haben wir? 8000? War das 6.000. 12.000 waren das, ne? War das nicht übel viel? Also so richtig viel? Ja, 12.000 waren es doch. 12.000. War das 12, okay? Ja, 12. Dann hat er andere Ränder. Mal schauen, ob wir jetzt zu Hause gehen. Also Leute, mal ganz kurz für euch. Ähm, die Cops suchen uns alle zur Zeit. Äh, sie durchsuchen uns, durchsuchen unsere Kofferbäume, ne? Bullshit. Mit welcher Begründung? Mit welcher Begründung will der uns durchsuchen? Äh, aktuelle Gefahrenlage. Und, äh, diese Maywuffs sind sehr oft und gerne bei uns gesehen. Wie weißt du das, was ihr macht? Digger. Ja, aber das ist doch gegen das Recht, oder? Die dürfen nicht einen Kofferbäum besuchen. Ja, das sah aus, hast gesehen, das sah aus wie Freddy halt. Auch bei Gefahrenleier dürften sie nicht. Na, wo hast du das Elitstellen bei mir und aufhäben? Also eigentlich dürften sie nicht, also bei mir dürften sie nicht reingucken. Ich klatsche erstmal auf die Finger, bevor man auch dran sitzt. Ich habe auch eben gesagt, sie haben keine Begründung dazu, deswegen, also Kofferraum haben sie nicht reingeschaut. Durchsuchen lassen musste ich mich, weil die standen schon wieder mit M4s vor mir, also von dem her. Es ging auch zum Beispiel darum, dass wahrscheinlich wieder irgendein Undercover-Comp vorne am, ähm, Ding stand, am Hauptplatz und mit einem von uns geredet hat und dann gehört hat, dass, wie Dario gesagt hat, naja, wenn die jetzt weg sind, kann ich ja wieder meine Waffen rausholen. Achso, ja dann. Also, irgendwie sowas. Äh, Juwelen sind keine drin, wollen wir nur mal durchgeben, also die sind woanders. Dann hat, dann hat Ryan Juwelen vor mir gebrochen. Hat jemand den Schlüssel von Ryan in seiner Wohnung? Guck mal mit Maske, ist doch fresher. Steady. Ich hab, ich hab von einem von dem. Äh, warte mal, wo ist denn die? Ist die, ist die in, in der Grove Street? Grove Street. Habe ich auch einen Schlüssel für, können wir hinfahren. Ich weiß, dass er hat mehrere Häuser, wir können uns das mal nachschauen. Ja, wir checken mal ab. Ollo, ich warte hier oben noch auf dich, ne? Ja, der infiltriert den Kuh, kommt mal wieder was mit Frau Broth, aber sowas von. Ich kann sich das mal anrufen und fragen, wie es hier geht, ach komm, wir rufen da mal an. Ich glaube nicht, dass es in der Grove Street gelagert ist, weil da haben sehr, sehr viele Leute den Schlüssel von tatsächlich. Wir schauen, besser ist, ob ihr nix macht. Wenn die da ist, lach ich. Also, ich weiß nicht, ob Schandal da ist oder nicht. Obwohl die einfach nur drüben sitzt, weißt du? Alter, ne, die ist nicht da. Schade, wäre schön gewesen. Es sind 107 Spieler, also sieben. Jetzt schauen wir mal, wo haben wir noch Häuser? Vorhin ist schon wieder Polizeikontrolle. Wer wurde? Aufpassen, Polizeikontrolle. Ich bin jetzt schon unten an der Grove, soll ich mal gucken? Bitte, ich war zu schlüsselt, wir aus. Ja. Dann schauen wir mal nach. Dann schau ich nach. Warte noch, warte noch. Dann warte ich vor der Tür. Okay. In einer großen Villa, wo auch da und so sind, da haben wir es nicht eingelagert, ne? Weil wir haben noch eine große Villa. Okay. Ich schätze mal, entweder bei Freddy oder bei Ryan liegen sie gewählen, sondern höchstens nur in welchem Haus. Ich glaube eher bei Freddy, weil Freddy hatte nach dem, nach dem Überfall quasi die ganze Zeit durchgefunkt, dass er sie jetzt erstaut hat. Das stimmt, ja. Habt ihr sonst vielleicht, hat irgendwer von Freddy vom Haus den Schlüssel? Ich glaube ja, Chef, von der Festung hast du ja du auch da oben. Von der Festung rum? Ja, den habe ich. Das ist aber glaube ich nicht bei der Festung. Ich glaube, das ist hier bei, ähm. Ach, warte mal. Die haben einen geheimen Ort gesagt, den sie nicht sagen wollten. Genau, ja. Er hat, hat von dem geheimen Ort, den keiner sagen wollte, den Schlüssel? Ne, ne? Megativ. Negativ. Okay. Ne, wann weiß ich wieder, weil Freddy hat ein geheimen Ort gesagt, äh, da durfte keiner wissen, wo der ist. Ich will kurz sagen. Ich glaube, ich stehe heute lange an die das. Okay. Alter. Stefan aus Oberösterreich. Was ist denn da los? Boller, scheiße. Der haut hier 200 Euro mit Fies raus? Bitte was? Servus. Hab ich was verpasst? Schau eigentlich jeden Stream. Am Anfang, außer heute. Bruder, dann spulen zurück. Es gibt die schöne Zurückspul-Aktion. Ja, ich war heute schon im Knast, Bruder. Ich war heute schon im Knast. Ich musste mich heute schon rechtfertigen. Also heute war schon ganz schön was los. Der hat am Anfang den Verfolgungsakt gehabt mit der Polizei. Alter, Stefan aus Oberösterreich. Kommt, der haut jetzt aber mal einen fetten, fetten Dorscheib raus, Leute. 200 Euro mit Fies. Der Stefan. Dipp, dipp, dipp. Alter, vielen, vielen Dank. Viele schreiben lieber am Doktor, sagt der Freddy. Ja, aber ich weiß das IC nicht. Nee, ist leer. Alter, Stefan. Vielen, vielen, vielen Reiz da haben. Nochmal mit Fies hat er gewuppelt. Mit Fies einfach. Der absolute Ehrenbahn-Move hier. Oh Gott, wenn er mit seinem Hut hat, ist er ein Weiberganschlag legendär. Ja, er muss den heute tragen. Und, ist er da oder müssen wir doch... Nee, nee, das ist hundertprozentig. Ich weiß noch, wie er durchgefunkt hat. Er wollte es halt nicht sagen im Funk. Das war irgendein Haus, was ob es geheim war, wo es keiner wissen darf. Da vorne ein Schlüssel wahrscheinlich nicht nach. Nee, da kommen wir nicht hin. Da müssen wir warten, bis einer von denen da ist. Und dann kommt so sein Leuchten der Hut daher. Ach, scheiße. Ja gut, ich wollte noch Rolex kaufen gehen. Da wollte ich mal ins Auto rausfahren. Ich auch. Jawohl, geh mal Rolex kaufen. Tschut, tschu. Auf geht's zum Jubiläer. Parken wir uns extra so hin, dass du auslässt. Willen wir den gleich ausnehmen. Ey Leute, lasst alle mal ein Herzen für Stefan im Chat. Lasst alle mal ein Herzen für Stefan hier im Chat. Ich komme mal nach vorne. Der haut hier einfach mal die 200 Euro raus. Das ist mit Fies, der Ehrenmann. Started from the bottom Navi hier. Also Kuss. Ich habe den Romat 100 und keine roten Ampeln oder? Da fahr ich doch roten Ampeln durch. Scheiß drauf, ey. Ey, ich hätte jetzt nur roten Romat machen, aber Ampeln scheißegal. Äh, BMC 1982, ich hasse mein erstes Ton überliegen. Ich baue noch ein bisschen, bis ich alles vorgesen habe, Bruder. Ich bin noch nicht angekommen dort unten. Also, wohin, Juve, oder? Ja, da vorne ist der Hauptplatz, ich bin wieder streit. Da kopflos ist im Kopf gerade reingefahren. Fand ich gerade sehr lustig. Da ist schon wieder Stress, Bruder. Guck. Hier wieder Stress ohne Grund hier vorne. Sag mal, halten die gerade die ganze Zeit das Kartell auf? Ja, irgendwie schon. Die haben ja richtig was gegen die. Ich meine, das Auto, wo du am Anfang abgehoben bist. Scheiße, der ist auch weggefahren. Ja, das las ich dort oben stehen. Das las ich dort verschimmeln, mein Gott. Warum lasst du mir das Partyhütchen vor, vorn? Er muss halt. Damit wir sehen, wo es lang geht. Entschuldig, am Ende des Tages sind wieder ab, Leute. Das Auto da oben, darf ich nicht vergessen. Okay, klick da, aber jetzt durch. Das schimmelt dort jetzt ein bisschen rum. Du hast einen Führerschein gemacht, Alter. Fährt Racco, dann fürs Wipp werden. Nee. Peter Knöffler, du hast meine Spende vergessen. Nein, ich vergesse nichts, Leute. Ich muss nur alles vorlesen von oben nach unten. Robin wirt's, dein Auto, das ist ja vorlesen. Kurt, Kurt haben wir vorlesen, ob die noch mal vorlesen. Killervoter, dann fürs WIP werden. Airtracks. Mein erster Spender an dich, Dankeschön. HMHD Music, dann fürs Wipp werden. Gluti. Mein erster Spender an dich und gönne dir was. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für den Euro. Dankeschön an Stefanie, Junghardt, Leo Mai und Achim. Bin eben erst reingekommen. Hat das aber vorgelesen. Unknown. Wie lange ist doch die Bewerbungsfase offen, weiß ich noch nicht. Nio Small Potato, glaube ich, 2 Euro. Was ein Name. Mama Blatia. So, Naiti Wiedenfeld, nein, 4 Euro. Mir fällt kein Name ein. Das haben wir auch vorgelesen. Temi haben wir vorgelesen. Ja, Maibach kommt einfach raus hier neben mich noch bestellt. Da sind ein paar Donis auch wieder... Ne, da sind wirklich ein paar Donis untergegangen, glaube ich. Zieh mich im Parken gar nicht. Stell dich hier einfach neben mich noch. Ja, Tippi, lass mal wieder was nicht durchgehen langsam. Es kann aber sein, dass die später durchkommen. Guck, wo ist Panik. Guck, die Panik. Guck, 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 guck. Was denken die denn? Wir gehen doch nur einkaufen. Da malt der Stift. Warte mal. Ich sag dir mal Bescheid. Hallo? Entschuldigung, wir gehen nur Rolex einkaufen. Ja, aber sie dürfen da nicht stehen und parken. Ja, steht halt nirgends. Sagen sie das, ich fahr nicht. Das sind meine Kollegen, die fahren hier. Der hat ja richtig Schiss bekommen. Warte. Da sagt er, du willst nicht parken. Hallo? Wir gehen nur Rolex kaufen. Wie der gerade auf 180 ist, wenn wir Rolex kaufen gehen. Ach, Juve. Ist das geil. Wir wollen ja wirklich nur Rolex kaufen gehen. Guck. Oder eine Olimar Puget. Nee. Oder was gibt's denn hier? Alter, das würde ich ja fühlen. Der Rocker. Kurt, der Rocker. Oh ja, das wäre auch geil. Warte, wo ist das hier? Guck, in verschiedenen Fahnen. Das ist so geil. Wir wollen ja nur Rolex kaufen gehen. Oh, schau. Die eist aus. Soll ich mir die Leute eist out gönnen? Oder den Gold sieht doch heftiger aus, oder? Oder die normale hier. Wobei, ich muss sagen, die normale ist ja understatement so. Das muss ja nicht die goldene sein, finde ich, ne? Ach, ich finde die normale Rolex, komm. Ein Subi. Für 5000, passt schon. Ich finde, die normale sieht am schärfsten aus, so. Braucht keine Gold-Rolex zum flexen. So, fahren wir dann wieder? Ist ja alles gut jetzt. Wir fahren wieder. Also, was die da für einen Aufstand machen, wir gehen nur einkaufen. Was weggraben. Ja, nicht weggraben. Wir haben nur nicht eingekauft. War doch nur Spaß. Ja, du. Oh! Aber damit haben wir nichts zu tun. Also, weißt du, jetzt schießen wir schon nicht auf die Cops, sondern die Cops auf uns. Das war sicher. Wir haben jetzt Schussfreigabe, Bruder. Jetzt haben wir Schussfreigabe, Jungs. Holt die Waffen raus. Fragen wir hin und fragen, ob wir jetzt Schussfreigabe haben. Ich finde, der Hut da steht, der kannst du immer auflassen. Hallo, danke. Wir waren nur einkaufen. Dankeschön für den Schutz. Danke. Wir haben jetzt Schussfreigabe. Nein. Ja, wir waren nur einkaufen. Alles gut. Ich komme als Zweiter noch nach vorne. Das ist das geil. Wir wollten nur die Rolex kaufen gehen. Die Daten direkt schon wieder. Oh, Jungs, wir haben gebraucht. Wir fahren an. Wollen wir mal zum Autohaus runterfahren? Ich würde mir gerne ein paar Modelle angucken. Können wir machen. Ich bin mal von der Autohaus. Jawohl. Oh, Schandal hat Kopfweh die Arme. Liegst du im Bett? Ist jemand da? Liegst du schön im Bett, Schandal? Bist du eingekuschelt? Also, manche Donis kommen nicht an, habe ich das Gefühl. Das ist sehr komisch. Also, bei Freddy war das ja auch. Bei Freddy. Die nächsten IGs kriegen wir mit so viel Meilbar zu der Vorfahrt. Ich kann mal gucken, hier vorne dir. Wir parken auch wieder vor der Tür, oder? Ey, oder? Digga. Also, manche Superchat-Sachen, die stacken. Kann ich ja mal reporten sonst. Also, manche Sachen stacken, manche kommen später an. Das kann sein. Nike, Schuber, danke für den Euro. Jungs, vergesst ihr das Blinken, bitte nicht. Und HMHD-Musicer für das Euro. Vielen Dank. Alter, die hatten gerade so Schiss, Alter. Da ging gerade die Wurme. Ey, Leute, lasst mal ein Like da jetzt hier. Like, auf. Auf 8000 Likes, Leute. Auf die 8000. Auf die 8000. Und wieder raus. Solange es sich nur ausgeht. Aber Thomas, ich kann nicht beruhigen. Habub ist vorhin auch schon zum anderen Ufer geschwommen. Verstehe ich nicht. Er hat anstatt einer Pedilerin lieber den Pediler angesprungen. Achso. Und die standen direkt nebeneinander. Bruder, die waren maskiert. Das darf ich nicht. Da kam. Warst du nicht vorhin mit Liam im Busch zusammen? Nee, nicht richtig. Das hört sich so falsch an. Ich bin unschuldig. Ich hab gar nichts gemacht. Yeah, yeah, yeah. Ein bisschen zurück. Sollen wir so parken? Ja gut, komm parken also. Ich warte jetzt. Ein bisschen zurück. Ein bisschen zurück. Wir warten jetzt, bis er mich rausbittet. Warte mal. Also den Auftritt üben wir nochmal, Jungs. So. Dankeschön, Dankeschön, sehr nett. Dankeschön. Guten Tag. Guten Tag. Guten Abend. Geld habe ich mir. Guten Tag. Wie kann ich euch helfen? Ja, ich wollte mal ein bisschen umsehen. Will noch mehr was kaufen heute? Oder gucken? Nö. Nicht? Bank sagt man. Ja, weniger. Das ist traurig. Alles ausgegeben schon. Hatte ich ja gerade selbst mit mir teilen, weißt du. Ich hab gerade den Insie-Modus. Achso. Ja, nee. Ich wollte nochmal gucken, was es so für Sachen gibt, weil ich brauche wieder was Neues für die Sammlung. Bestimmte Vorstellung oder noch viel? Du bist völlig offen. Nö, ich bin offen für alles. Dann gehen wir mal hoch am besten. Ja, perfekt. Gut, dann gucken wir gleich mal. Wir bleiben den zwei vorne, zwei hinten. Was? Ja. Das kann nur von unserem Partyhut kommen, ne? Das sowas kann nur von unserem Partyhut kommen. Eher ein Sportwagen oder eine Limousine vielleicht schon, oder? Egal. Einfach zeigen, was er hat. Einfach ausziehen und zeigen. Preislich irgendwie ein Limit gesetzt? Äh, zwei Millionen. Ja. Läuft. Ich will mal was, ja, ich will mal was, irgendwas Auszeigeböhnliches haben. Der Hut irritiert mich irgendwie gerade. Ja, ich muss den tragen. Er muss. Achso, okay. Ich will, alter. Für Leute, die blaue Anzüge tragen, die müssen ja einen Hut tragen für den Tag. So ein Glück. Aber er hat auch so eine Art blauen Anzug. Warum hat er keinen gelaufen? Äh, andere Firma, deswegen. Ja. Das ist egal. Bei uns ist dann, muss man so einen Hut tragen, so ein Hütchen. Jetzt musst du aber auch einen Hut tragen. Dann gehe ich mir schnell einen anderen Anzug holen. Ich habe dir zwei Leute noch hinten ab. Geht, gilt nicht. Ich wollte auch einen anderen Anzug holen. Jetzt wäre ich mal gespannt, was sie haben. Wenn du völlig offen bist, hast du bestimmte Fahrzeuge schon irgendwie? Joa, ein paar. Boah, ist aber schwer war das. Also ich habe schon mal die ganzen Limosinen, die draußen stehen, habe ich. Ja gut, die waren errichtig, ja. X7 hat da ja, glaube ich, auch noch. X7 haben wir, genau. Ferrari habe ich hier schon gekauft, einen, den Testarossa. Ja. Boah, was ist denn noch? Lamborghini, Dings, Huracan habe ich auch gekauft. Ja, okay. Stefan, hast gerade gesehen, das war gerade, wenn die Igel kreist. Wenn der Adler kreist. Okay. Dann habe ich hier schon mal einen McLaren habe ich gekauft. Ja, auf den habe ich auch. 6,75 RT oder P1? Den 6 irgendwas, Dingsbums. Also schöner Audi A8. Audi R8, genau. Ja, genau, A8. R8, genau. Ja, A8. Für 264.000, das gute Stück. Ist der mit S-Line oder ohne? Also mit Sportline? Der ist ein A8 Standardausstattung. Also ein Audi A8 mit S-Line, okay. Ja, ein A8. Einige bei uns auch A8 mit S-Line, okay. Ja, genau. Als Sport-Coupé. Mal zeigen Sie uns doch, was Sie haben. Ja, das ist ein A8. Bei BMW hätten wir den sportlichsten wäre der M8. Was, Hütchen? Das wäre ja mal. Das gute Stück hier, 176.000. Boah, Digga. 250 Stock. 250 Stock, ja. Oh, ist okay. Ja, das ist nicht los. Also ich würde den N4 CS, kann ich den empfehlen. N4 CS? Ja, ja. Ich habe schon ein neuer, das gute Stück hier. Okay, den Alten, ne? Der ist dabei. Für 121.000 und hat Club-Sitzer, also können vier Personen mitfahren. Fährt allerdings Stock 230, 235. Ich habe trotzdem 300 geschafft. Ja, mit ein paar Tricks kann man da nachhelfen, dass es ein bisschen schneller wird noch. So, dann können wir... Bugatti, Bugatti, Bugatti. P1 war noch so viel, aber P1, die ist übelstesslich. Corvette ZR1 hätten wir noch. Kennzeichen abnehmbar. Gar kein Fan von. So ist halt die Polizei. Wie viel kostet denn die Corvette? 165.000. Kennzeichen abnehmbar und viele optische Möglichkeiten schon von Werk aus. Also Dach abnehmbar und Spoiler hinten an- und abbaubar. Also Kennzeichen abnehmbar. Och, die kaufe ich mir gleich. Wann ist das überhaupt so? Das ist ein Hutrag. So, Ferrari hat es gesagt, hast du den Testarossa schon? Yes. Da wäre so ansonsten noch für 319.488 GTB für 319. Fährt Fulltune ein bisschen über 300. Kennzeichen abnehmbar. Sehr angenehmes Handling. Tuning-mäßig, was ist da drin? Also so optisch? Geht da was? Optisch kannst du so andere Seitenschweller und so kannst du anbauen und hier die Lufteinlässe an der Seite kannst du Farbe ändern, aber jetzt nicht. Den habe ich auch. Und vorne eine kleine Lippe ranbauen an eine Frontschloßstange unten. Aber ist nicht so viel. Könnte ich dir gleich mal meinen ausparken. Genau, kann ich dir mal ausparken. Geh mal so auf die Merkliste vielleicht? Wer führt die? Ja, wer so. Sie. Okay, schön wollen. Ist das ja eigentlich ihr Job hier, ne? Ich dachte, die Merkliste macht der mit dem Grünen gut heute. Achso, der mit dem Grünen gut hier, ne? Der muss das machen. Hey. Ja, 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 ja. Warte mal, jetzt haben wir hier gerade. Aber Chef. Ja? Du sagst, du möchtest was aus der Gewinnlust. Schau mal auf gelbe Seiten ganz oben. Da ist der Post. Ja, da wird der Typ ja arbeitslos hier vor uns. Wollen wir mal gucken. Nee, nee, nee. Das ist nicht so meins. Ja, ja, aber das ist nicht so meins. Ich weiß nicht, dass wir zu viel. Wir können es hier ausprobieren. Die Sofa. Das tut es nicht so weh. Das ist mir so zu Matsch irgendwie. Wir müssen mal runtergehen. Nee, nee, nee. Das Auto mag gerade nicht mehr. Wir müssen mal unten weitergucken. Ach, wir machen das schon. Ja, weil du so dünn bist, dass ich auch Gerippe treffe. Das ist genauso dünn wie ich. Ah, perfekt. Vielen Dank. Ich habe mal in der Werkstatt gearbeitet. Ja, na, perfekt. So. Der Arme. Der Ferrari. Hätten wir ansonsten noch den 812 Novitec, also in Lago. Wäre das schöne Stück hier. Ja, gefällt mir nicht wegen der Schnauze. Ah, okay. Zu lang. Der hat auch, sag ich mal, einen Nachteil. Das Handling ist nicht ganz so angenehm wie beim 488. Da kommt das Heck schon. Ja, also der geht gar nicht mal quer in der Kurve. Haben sie auch so Supersport mäßig was, was so wirklich 300 plus fährt? Also so die Abteilung, aber... Bis welche Summe? Also, ich sage mal so Bugatti. Was würde so Bugatti kosten? Ungefähr. Bugatti V-Rom würde 2.310.000 kosten. Und der Skirung würde 5,25 Millionen kosten. Ja, der wäre mir zu teuer, aber so ein Bugatti V-Rom würde ich mir mal angucken. Wie der aussieht und so. Das wäre das schöne Fahrzeug. Ja. Einfach abgehoben. 280 Stock und dann getunnt. Aber Tuning darf ich mir dann auch nochmal ein paar Mille aus der Tasche greifen, ne? Tuning kostet bei dem 630.000 ungefähr. Weil er dann voll macht. Also wer denn, ja. Wer denn knapp an die 3 Millionen ran. Er muss aufpassen. Und Stock fährt er wie schon? 280.000. Also rein. Also der fährt von Fulltune. Fulltune fährt da 360. Dann kannst du rein. 360. Wie der Sian, wenn er fulltuned ist. 360 mit Fulltune. Das schnellste Auto auf der Geraden, was wir getestet haben, da war unter anderem auch der Bugatti Chiron dabei und der auch war 340.000. Auf der Brücke, ja. Aber Brücke würde ich sagen, ist auch, also es ist wie gesagt immer Auslegungssache. Ja gut, die Brücke hieß halt tatsächlicher Top Speed. Selbst die Brücke, ja, aber selbst die Brücke, muss ich sagen, haben wir schon komische Vergleiche gehabt mit Autos. Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber egal, ob ein oder zwei Personen oder der Fahrer, keine Ahnung. Also es waren immer wieder andere Geschwindigkeiten rausgekommen. Und sowas, also so eine Preisklasse so ein bisschen, haben sie so noch was? Also jetzt nicht von Bugatti vielleicht? Ferrari Enzo, naja, der ist ein bisschen, der liegt bei 3,19. Nee, ist immer zu egal. Ja, aber ein absolutes Maximum ist so 2,4. Absolutes Maximum, ich sag, also das ist ein Ende bei mir. 2,4, warte mal, na, natürlich der P1 mit Kennzeichen abnehmbar. Der wäre sonst noch für 1.485.000. Und der Königseck Agera wäre knapp drüber mit 2.750.000. Okay, der wäre auch schon zu viel. Na, ich gucke mal den... Das wäre ein der P1. Irgendwie hätte ich übelst Bock auf diesem Mercedes-Benz K1. Ich würde ja halt Kennzeichen abnehmbar, Beschleunigung gut, Handling gut in der Stadt. Ich muss mal kurz wegfahren. Na, gefällt mir halt nicht so. Das ist ja sportlich, aber das bin ich so, ich. Das, weiß ich, das waren auch so viele, den Wagen. Ja, der ist im Moment wirklich häufig vertreten. Ja, ja, dann fährt jeder Zweite. Aber so in der Preisklasse wird's schon... Sie müssen auch anders zahlen. Ja, leider nicht, nein. Da greift dieses Auto nicht. Da hast du ja den Ura-Krank. Ich glaube auch. Da wäre dann noch der Aventador SV. Oh, Aventador? Das wäre der Schöne hier mit Kennzeichen abnehmbar. Stock 260, Kennzeichen abnehmbar und hat so eine Wechselfolierung, also kann man dann sich einstellen. Also, 260 Stock ist echt langsam. Ist das nicht vielleicht mit Tuning schneller dann? Ja, mit Tuning auf jeden Fall schneller, aber wie gesagt, wir gehen immer Stock die Geschwindigkeit an, weil Tuning ist ja leider Auslegungssache immer. Also, Sie wissen nicht, wie schnell der Aventador mit Tuning fährt. Ja, ich könnte jetzt eine Schätzung machen, wie bei allen Fahrzeugen, aber es ist schwierig. Da können Sie den auch mal auf die Liste setzen, wenn man das denn nicht schafft. Auf die Liste mal setzen, sonst immer merken. Aventador haben wir jetzt den... und dann wäre noch der SVJRotster. Achso, der Aventador SV liegt bei 495 Tonnen. Nee, der Fahrzeug ist wirklich, das geht das schon. So, dann können wir mal weitergucken. Bei Ferrari hatten wir eigentlich schon die sportlichsten. Pablo I nimmt die Frage auf. Flexibius, AMG, Flexibius war sonst noch sportlich. Boah, das hat ein Kollege von mir und das... Nein, ich habe Skateboard. Ja, das wird dann zu, weiß nicht. Nissan Skyline... Hab ich schon. Den R35 oder? R35 habe ich, ja. Achso, okay, okay. R34 haben sie. Was sagst du? Ja, den R34 haben wir auch, ja. Boah, ich überlege nur, ob ich den schon in der Garage habe, kann sogar sagen. Was kostet der? Der kostet 308.000, der R34. Wie schnell fährt er? Der fährt, doch, so ohne Tuning sind das 2,45, glaub ich, du bist da. Okay, ja, ist auch nicht so schnell. Nee, würde jetzt, sag ich mal, dem R35 nicht, nichts nachstehen, aber auch nicht, nicht schneller sein. Okay. Bei Fulltune liegen ja beide so von den Daten identisch. Ja, hab ich auch. Der Porsche GT3 RS. Da bin ich leider nicht so Fan von Porsche. Ja, okay. Haben sie sowas luxuriöses? Luxuriöse hätten wir den Rolls Royce Ghost neu, die neue Variante und den Flaupt. Ich glaube, ich habe gerade in der Nebenstraße nochmal zwei gesehen. Was wäre denn, der Doppel, leider ein Zweisitzer, muss ich gleich vorne wechseln. Zweisitzer? Das ist ja ein Schiff. Der ist richtig wild. Hui. Ich glaube, den kannst du sogar all black machen. Der ist ja wild. Was für die Kiste? Der Phantom Dock. Aber da sehe ich Chef als Hochzeitsauto. 230. Oh, nein. Oh. Alter, der ist ja fetzig, Alter. Der ist richtig fetzig. Das ist ja ein Zweisitzer. Ja, aber trotzdem fetzig. Schau dir das Ding an. Ja, ja, fetzig schon. Da sind mich jemanden auf dem Schoß mit. Gibt ihr mal, wie riesig das ist, das ist ein Schiff. Ich gucke mal sogar mit Suicide-Doors, Alter. Ja, es ist ja tatsächlich heftig. Ja, es ist ja auch schief. Also, was würde der kosten? Der kostet, der Doppel kostet 451.000. Schnäppchen. Das ist ein richtiges Schnäppchen. Ich bin im Knalldämpfer. Alter. Ich werde nicht wild genug aus. Uh. Also, das Auto fühle ich gerade, so wie er gerade vor mir steht. Uiuiui. Wollen wir uns unten genauer anschauen. Kannst du auch Probesitzen, Probefahrt machen. Ja. Dann schauen wir uns die Fahrzeuge mal unten an. Wenn da noch einer dazu kommt, dann können wir ja unten noch mal die ausbauen. Ja, vielleicht kaufe ich gleich mehrere. Ich überlege nämlich gerade ein bisschen aufstocken. Ich komme noch mal ein bisschen durchgucken. Ein Luxuryöselein. Haben sie noch was? Im Moment. Den neuen Ghosten. Der wäre dann auch ein Viersitzer. Geht auch voll direkt. Ui. Okay, das ist auch nicht schlecht. Was würde das kosten? Der liegt preislich bei 440.000. Also, circa gleich. Ja. Und geschwindigkeitstechnisch circa gleich auch, oder? Der liegt auch so wie bei 230.000. Also, sogar langsamer als das andere. Ne, sind beide bei 230.000. Okay, okay. Und ich dachte, der andere war 240, deshalb. Ansonsten ist ja luxuriös noch der Maybach. Und ansonsten ist halt schwierig mit Luxuriös, sag ich mal. Uiuiuiuiuiui. Das ist ja. Also, ich muss ehrlich sagen, ich wüsste gar nicht, was ich jetzt gerade geiler finde. Ob ich den geiler finde oder den anderen. Weil ich frag mal kurz die Leute. Der hat den Vorteil, warum wir hier sitzen. Ey, sag mal. Eine Frage. Welchen findet ihr geiler? Den hier? Ich kann euch die vorne nebeneinander stellen. Dann könnt ihr in Ruhe schauen. Cabrio. Na, ich find den schöner. Ich weiß nicht, das Cabrio flex ist schon ein bisschen. Das Cabrio ist richtig flexer, weißt du. Damit fährst du durch und schaust raus. Aber der ist eleganter, finde ich. Ja, ja, schon. Ja, aber der Cabrio ist schon geil. Ich weiß, das Cabrio war schon weg zu flexen. Alter Schwede. Uiuiuiui. Da hab ich mich dringend gesehen. Ja, sonst noch was Sportliches vielleicht. Dann überlege ich gerade eins von den beiden und sonst noch was Sportliches. Was vielleicht günstiger ist. Also auch so einem Preis. Aventador SV hat man ja und Ferrari 488. Genau den habt ihr jetzt schon. Haben sie sonst noch was? Na, Mercedes hattest du gemeint und Porsche nicht so deine Marke. Ja, Mercedes schon. Mercedes schon, nur Porsche. Aber der Black Series war nicht so. Ne, Black Series deshalb nicht wegen meinem Mitarbeiter. Deshalb wollte ich den nicht haben. Oder GTS. Schau dir doch mal den GTS an. GTS. Was fährt Ding hier? Was fährst du? Black Series fährt eher. Ja, ja. Deshalb wollte ich. Okay. Das wäre der kleine Bruder von der Black Series. Okay. AMG GTS für 220.000. Fühl ich halt nicht so. Ich fühle insgesamt so Autos nicht, die da hinten so abgekattet sind und von so einem langen Schnauze haben. Das ist ein bisschen. Moment. Schau mal da. Gleich die Nummer einspeichern, Jungs. Bisschen was Sportliches haben wir auch noch. Ne, ne. Und trotzdem elegant. Und dann bis 63 AMG und das haben wir dann auch noch mal als Coupé. Die sind beide auch sehr, fahren sich auch beide sehr gut. Ja gut, der sieht mir halt so eher aus wie so ein Taxi, ne. Oder halt wie unten die Malbachs. Wie Malbachs, genau. Der ist so ein bisschen ein Stück davor. Davon haben sie Coupé auch. Coupé haben wir auch von dem. Das ist auch geil aus, die E-Klasse. E-Klasse. E-Klasse, äh, E-63 S kann ich auch wählen. Der hat den Riesenvorteil Club-Sitzer, also auch vier Personen können mitfahren. Und das ist gut. Was kostet der? Der kostet 220.000. Das ist doch ein Schnäppchen. Schau, schau. Und stock halt zwei, 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 zwei. Mach nicht mehr so viel, du weißt, ob wir Wollo in deinem Alter. Ja, das ist schon klar. Willst du den Augen auf die Liste schreiben? Ja, schreibe ich auch auf. So, dann noch den E-63 S. Schiffel hol dir doch einen Mai-Buff. Ja. Der E-63 S ist ne echte Pornokara, Alter. Der ist, den hatten wir gestern als Gebrauchten reingestellt und nicht mal sechs Stunden später war er weg gewesen. Ja, ich weiß nicht, aber der sieht mir hinten so brav aus, so nach vorne. Der sieht nicht so böse aus. Da vorne aggressiv, ja. Ja, hinten ist so lieb halt, ne. Aber Hapu probiert es in echt immer wieder, ne, zwischen uns beiden Liste zu kommen. So, dann schauen wir weiter. Aber wir sind halt einfach zu breit. Keine Chance, wir sind viel zu breit, Pablo. Wir haben Aura. Lamborghini hatten wir durch, Mercedes wäre durch, Ferrari waren wir durch. Wir haben auch kurz BMW, haben wir nur den M8, sag ich mal, als sportliches. Er hat nicht ausgeraten, das hast du mir. Das haben wir bei BMW nicht wirklich. Er hat die Luft an die Haare. 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 Ja, genau, das ist ja auch Luxus-Line schon bei BMW ganz hoch. Ja. Ne, also sonst, sonst gehen wir mal Probe fahren, das passt ja. Ich habe jetzt viel ausgewählt, hallo. Ja, das passt schon. Dann machen wir das so. Vieles, was mir gefallen hat. Jungs, wir haben schon geguckt, was es gibt. Geil, und? Sag mal, darf man die überhaupt hier tragen? Habt ihr den schon brav gefragt? Wir haben nichts, wir haben gar nichts gesehen. Ist ja zu sein, dass ich... Ja, warte, ist Polizei da? Na, äh, ich weiß nicht, wovon du redest. Achso. Ne, weil, wissen Sie, wir hatten vorhin ein bisschen Stress mit Polizei, hat sich ja wohl dann geklärt gehabt und ich weiß nicht, was sie haben heute. Die sind ein bisschen pisster. Der Hauptplatz ist ganz schön sauber, Alter. Ja, ich durfte heute den Hauptplatz putzen. Ach, schön, ja. Ja, aber das ist in der Papier liegt immer noch da, Herr Buch, habe ich gesehen. Müssen wir gleich kontrollieren, ob das auch ordentlich gemacht wurde. Mein Bestes probiert, mein Bestes versucht. Hartlimiter, wie schnell... Ich hatte einfach um mir... ...Strafarbeit machen. Julia, also Julia, optisch 1A, PS, kennst du mich noch? Weiß ich nicht, aber den müssen wir ersetzen, der macht Probleme, der Wagen. Der macht das Model-Probleme. Ich hätte lieber ein Gefängnis. Alle, die hier Bugatti schreiben, Leute, ich will nicht so viel Geld für einen Bugatti ausgeben, wenn ich mir zwei Autos von leisten kann, dann kann ich mal noch kurz hierher kommen. Ich glaube, der Pullman muss weg, oder? Ach, ne, jetzt noch nicht. Anix muss weg. Was ist das denn für ein Auto? Lexus. Heftig. Lexus sieht aber auch viel aus. Ja, vielleicht ist aber auch viel. Ja, der Lexus, den fährt halt niemand, ne? Das ist etwas Spezielles. Deswegen habe ich ihn heute mal als Werbung großgestellt. Das macht schon mal so. Das zieht schon gut. Warte mal. Achso, willst du ja eh Probe fahren? Dann müssen wir... Ja, ja, ja. Ich... Der teuerste Wagen war der... Warte. Muss ich ihm was zurücklegen? Aber wenn da du SV müsstest du, dann wäre der teuerste, davon die Kaution hinterlegen, dann könntest du alle... Wie viel? 247.500. Kannst du mir auch überweisen. Dann mache ich 250.000, wenn es okay ist. Ja, ja. Geht natürlich auch. Ja, auf welche Nummer? Ähm, 800. 56. 474. Achso, ja. Entschuldigung. So, nochmal. 800. 800. 56. 474. Am besten einen Testdollar. Was macht die Verbrecher? Autograus. Ich habe direkt gemacht. Vielleicht volles Risiko. Also, wenn die Nummer so ähnlich ist wie von jemand anderem, dann habe ich halt eingeschissen. Hast du? Volles Risiko ist immer gut. Volles Risiko. So, warte mal, dann fangen wir mal an. Ferrari. Achso, willst du den 488 von mir fulltuned fahren oder lieber erstmal ungetuned? Fulltuned, direkt. Dann würde ich dir dann gleich den rauspacken, dann kannst du erstmal einen anderen fahren. Oh, perfekt. Habe ich dir erstmal den Aventador SFO aus. Das wäre der hier. Okay. Weil ich Schäden am besten bitte bei den Mechanikern dann beheben lassen und bei den Totalschaden müssen wir dann mal schon über das Regeln. Okay. Aber gut schon. Ich packe mal in der Zeit den 488 aus. Jawohl. Dann mal Probe fahren. Soll ich mir mitnehmen? Ja, fahr mal mit in der Runde. Oh, sch. Und das weißt du an, was mich dieses Auto erinnert? Ne, was denn? Buongiorno. Das erinnert mich an Pizza Marinara, Alter. Lass mal gucken. Äh. Ach Gott sei Dank, kann man das auch wegmachen. Oder das erinnert mich an Pizza Marinara. Habt ihr gesagt, dass hier irgendwo Polizei steht? Ja, weil irgendwas meint mit Polizei und so. Alter, der Sound. Der Waller hat ja runter. Also soundtechnisch kann der Wagen was. Oder der zieht aber auch Wind. Ich weiß noch nicht, ob ich den so fühle wie die anderen. Weil ich könnte mir... Ja, so ich könnte mir... Ich überlege, ob ich mir heute vielleicht sogar drei Autos mal gönnen soll. Weil ich kaufe hier sonst nie. Also ich habe sonst noch... Ferrari habe ich noch so ein F irgendwas. Keine Ahnung. Ähm. E3... Ne, C63 S. Neuen. Dann habe ich noch ein... Boah, das habe ich noch in der Auswahl. Ach. Ja, den hier halt, ne? Und noch irgendeinen. Weiß ich gar nicht. Achso, die zwei Rolls habe ich noch. Ich wollte sagen, der Rolls, der eine ist. Genau. Ja. Der Capri, ne? Ja, der Capri. Der flex schon weg. Maschallah. Der geht aber auch, Alter. Wie Rakete. Schlecht fällt er nicht, aber ich weiß nicht. Handling? Fährt sich jetzt sehr steif. Sehr steif. Ja, sehr steif, halt. So wie so Spurstudier-Stein. Ja, ja, genau so. Knopf im Ohr. Vielleicht hat der auch Knopf im Orsch. Ja, vielleicht. Was ist denn auf Hauptplatz schon wieder los? Keine Ahnung. Wird da gerade kleine Bank geweckt, oder was? Ich gebe da immer nur Stress. Oh, meine Güse. Aber er ist schon bodenständig dabei. Er bleibt immer schön am Boden. Bodenständiges Auto. Nicht so abgehoben wie Freddy. Genau, ja. Freddy ist nicht am Boden geblieben. Nee. Zudem er sein Trafferei hatte. Sollte er mal einen Lambo kaufen. Vielleicht hat er dann mehrere zum Boden. Alter, lass mal einen Lambo für den Kauf. Du musst Freddy ein Auto geben. Hier ein Auto, was er holt. Mit Kennzeichen, äh, Boden. Oder bodenständig. Erde. Mutter Erde. Back to roots. Oder grounded. 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 Heißt doch eigentlich, wenn du Hausarrest hast. Grounded. Also ist schon... Oder wir müssen Freddy wieder erden. So wie in der Elekt... Ja, da müssen wir den aber grün und, äh... Grün und gelb müssen wir den lackieren an den Wagen. So. Ja. Hallo. Hallöchen. Hallo. Kann ich gleich in eine andere Probe fahren? Äh, wir sind keine Autoswahlkörper. Ach so. Wo ist er denn? Oder da will der Chefchen mit ein anderes Auto fahren. Der verkauft gerade einen Wagen. Der muss seinen Pool mehr mal da wegfahren. Thomas will sich ein Auto kaufen, Chef. Also mal an dem nächsten Wagen werden wir dann noch... ...der Volt Reus. Ich glaube, ob der hier offen ist. Nee, dann machen wir nicht. Ja, den bei euch ist der Wagen offen. Ist das... Ist das die Privater? Warte, ich mach... Warte, ich mach dir den auf. Kleinen Moment. Der ist mein Privater, ja. Okay. Full-tuned. Ob der offen ist. Wenn Interesse besteht... Ja, ich weiß noch nicht, ob ich den verkaufen will, aber... Können wir vielleicht... Ich weiß nicht, wie lange... Was haben wir für Extras? Ah, man kann Kennzeichen abmontieren. Geil. Alter. Huch. Aber der ist halt full-tuned, Leute. Der ist jetzt full-tuning. Boah, Alter. Soundtechnisch. Ob man den Kleinkratzer nach vorne sieht? Leute, wir tun einfach so, als wenn nichts passiert. Okay. Den kleinen Kratzer, den werden wir... Den werden wir verheiblicht. Ah, er ist noch einen fetten Kratzer reingemacht. Das ist ein Privater. Boah, Alter, der zieht. Bist du deppert. Ich bin noch nie voll-tuned gefahren im Wagen. Deshalb wundert es mich gerade. Alter Schwede, der zieht. Ja, Leute, vielleicht kaufen wir mehrere Autos auf einmal. Ich hab Geld genug. Wir haben 2,7 Millionen oder so. Auf dem Konto. Wir sind jetzt Multimillionaire. Wir können das alles leisten. Danke an die Polizei, die uns das zur Verfügung gestellt hat. Nase-Warten-Kammer. Und es ist ja noch Geld. Es fehlt uns ja noch Geld. Es kommt ja noch genug Geld rein. Das ist ja das Lustige. Durch die... Durch den Jubelverkauf da noch. Schau mal. Also Endgeschwindigkeit soll der schon auf die 300 kommen, soll ich mal sagen. Alter, warum ist der so langsam? 268 mit zu nehmen. 266 soll er jetzt ein Band mitnehmen. 275. Ja doch, der kommt schon auf seine 300 mit ein bisschen Glück. Ich weiß nicht. Äh, Herr Ruppe? Ja. Hast du kurz Zeit? Toni Magno vom Kartell. Will sprechen? Äh, können wir machen. Ich mach halt noch mein Autokauf fertig, wenn's okay ist. Jo, fast easy. Heute sitze ich dann... ...bein Tisch mit dem Kartell, Digga. Digga, war der Film heute. Er saß mit Kartell am Tisch. Oh, 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 oh. Ah, der kommt mir dir an. Der fährt mit Zonapro hinterher, weil der denkt, der Wagen ist geklaut. Könnt ihr mal dem Outdoorsverkäufer sagen, dass wir jetzt gleich Polizei hinterher fällen und die höchstwahrscheinlich denken, ich hab den geklaut, den Wagen? Ah, ne, aber meint, der fährt mich immer hinterher. Alles gut. Der Kopf. Alter. Der mich anhält mit der Kiste. Der denkt halt echt, der Wagen ist geklaut. Kann sein, dass da jemand am Dauerfunk gut ist. Bin ich das? Weiß nicht, irgendjemand ist am Dauerfunk. Okay, ne, ich nicht. Ich? Nee, sie sagt, nee, ja. Oder, was waren die letzte Wörter? Jetzt nicht mehr. So, Schiss, dass der mir nachfällt. Vielleicht fällt der mir nach? Nee. So, Schäfchen, darf ich dir den Hut abnehmen, einen neuen Anzug anziehen? Den musst du jetzt den ganzen Tag anlassen, den Hut. Ich werd die ganze Zeit ausgelacht. Ja, es sind eh nur noch zwei Stunden. Oder nee, äh, da doch zwei Stunden. Komm, die zwei Stunden esse durch. Danach geh mal schön Döner essen, dann hatte ich die Sache. Dann kommst du bitte nicht mehr mit dem blauen Anzug zur Arbeit. Zerarmung. Aber eben würde ich fühlen, das Auto. Aber ich weiß nicht so ganz. Boah. Boah, Alter. Boah. Jo. Ey, leider. Äh, sie müssen ihr Auto zusperren hinten. Äh. Genau, 750. Ich hab das Schuss nämlich abgedingst. Warte mal, ich mach das nächste Auto kurz auf. Könnte ich so, ich sonst, ach so, nee, ist noch falsch. So, warte, dann mach ich dir den Reus hier auf, oder? Nee, nee, ich fahr schon mit dem hier mal eine Runde. Ach so. Schon schick. Schon, ne? Bruder, warte mal, du fährst, ich mach Probesitz. Okay. Ich ruchst du es jetzt. Ja, jetzt setzt euch mal hinten rein, schaut mal, wie viel Platz wir haben. Alter, die Türen sind wild. Schon wild, ne? Ich glaub, bei dem kann man sogar Scheiben ganz dunkel machen. Mhm. Dass nix reinsehen. Das ist geil nach, äh... Der hat halt keinen Sternhimmel. Ich wollte grad dasselbe sagen. Guck, guck. Der hat keinen Sternhimmel. Ich glaub, das ist Thomas. Ja, das ist Thomas. Warte, lass, lass vorbeifahren lachen. Thomas, gut, dass du das neue Auto gekauft hast. Noch besser ist, dass ich es schon angemeldet hab. Ah, hast du es grad gekauft? Ja, ja, und angemeldet. Boah, das ging aber schnell jetzt. Was geht, Habebe? Schau, das ist der mit den Nutella-Hahn, wo ich erzählt hab unten. Ja, das sind alle Kollegen. Ja, was? Ja, wir können zusammen, wir sind ein Pärchen. Okay, dann können Sie aussteigen, weil der Führersche ist jetzt weg. Ja, ich bleib hier. Wieso, wie schnell? Ich bleib hier. Ach, du Scheiße. Ja, weh, weh, was? Hehehe, ich mach aber Warmblinker an. Hat der Warmblinker? Ja, hat er. Perfekt. Da steh mich hier mal hin. Okay. Ich denke, wie schnell wir einmal gewesen sind, na? Das wissen Sie ja. Ich weiß leider nicht, wie schnell ich war. Ich ne Falle ist. 191. Ey, Bruder. Bruder Thomas, in der Fahrschule-Mobben, da seh ich mich schon. Nee, überhaupt nicht. Wie lange bleibt die Sperre? Ich schau grad mal nach, einen Moment. Weiter. Schau mal, er hat voller Freude erst mal Auto, schön angemeldet, alles neu. Ja, kann doch sagen, aber ich hab angemeldet, das kann nicht sein. Weißt du, er wollte, er wollte nach vorne flexen fahren, weißt du, er hat sich grad so gefreut und wollte ins Jahrzeigen, das war so was. Ich bin sehr Fahrzeugabhängig, da steht mein Chef, der kann das bestätigen. Ja, er muss jeden Tag zur Arbeit fahren mit seinem Auto. Es fährt, es fährt nämlich kein Bus zu uns. Okay, zum Mario Polo 1, der Küraschein. Okay. Dann ziehen wir zum Regenbärm-Mod, danke für den Euro. Ach so, verlief der mit die anderen Majen. Etkar, danke fürs Hüppwerden. Tammy, gute, besserung an Chandler, Kurs geht raus. Raindrop, Superchat hat heute mal wieder, kein Bock, aber sowas von. Papa von Karlheinz, als kleines Dankeschön. Nächstes Mal gibt's mehr. Dankeschön, Papa von Karlheinz. Black an zu sieben, zweite Spende. Kannst du mich schon und Fischigame an zu sieben grüßen? Grüß mal Fischigame und Black an zu sieben. Feier dich mega. weiter zu 1, 2 Millionen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön an der, der ein John Deere 8400R fährt. Das ist ein Traktor. Kauft dir ein LaFerrari. LaFerrari ist zaubermäßig teuer. Ich glaube, das ist das teuerste Auto auf dem ganzen Server. Der kostet 10 Millionen oder sowas. Über 10 Millionen. Das kann ich mir nicht leisten, Leute. Ich habe zwar Multimillionen auf dem Konto. Ihr müsst euch bedenken, ich habe circa 3 Millionen, wenn wir da noch die Sachen mitberechen vorhin. Also jetzt sind 2,7 irgendwas dann, wenn wir fett sind. Das ist zum absoluten Highlight. Das ist wirklich wunderschön. Hast du schon mal Führerschein abgegeben? Ja. Schon öfters. Ich glaube, ich noch nicht. Ich bin nochmal raus, Leute. Wir sehen uns für die Tage. Ciao, ciao. Wie ist es jetzt aus wegen Herrn Mattel? Also hat er schon gesagt, ob er Zeit hat? Wegen dem Stempel? Jo, ist gleich da. Ja, nee. Alles gut. Ich fahr noch Probe. Ich fahr extra nochmal nach, Lars. Wer sich hinten einparkt, müssen aufpassen, da ist ein Cop beim rausfahren beim Autohaus. Der arme Thomas, Digga. Ich glaube, letztes Mal, wo ich ihn getroffen habe, hat er auch schon keinen Führerschein gehabt. Der arme. Spielt mit dem Feuer. Ja, passiert. Die Doni haben wir ganz schön vorgesen. Alter, die brauchen ja übelst lang, bis sie mal ankommen, die Donations, das ist ja jetzt bei Superjet. Der Doner von vorhin. Aber sie kommen an. Ja, der ist halt echt nicht zum Rasen da. Das ist halt wirklich zum elegant Cruisen. Aber er kann. Guck mal. Ja, ich werde ihn jetzt mal genau ausfassen. Also, kurventechnisch, wenn ich den jetzt mal, ja, sliden kann er. Guck. Ich bin so schlecht in der Kurven. Also, wenn du den Slidest so ein bisschen. Das ist für den Rolls Royce, Bruder. Guck mal den mal aus. Ich habe nur noch eine Nitro-Kanüle. War der Kopp dort oder was? War der auf dem Bild drauf, oder wie? Ja, der steht auf der Abschlussliste. Der ist genau in der Mitte. Der ist gerade am Autohaus. Okay, jetzt dauert acht Zeit die Mühle. Ohne Tuning. Der hat aber noch nichts abbekommen, oder wie? Nein. Soweit ich weiß, hat nur einer bisher was abbekommen. Das war Darren. Darren war der einzige bisher. Stefan, was meinst du? Was denn? Der Kopp, der Thomas den Führerschein entzogen hat. Der war bei der Razzia dabei und ist auf der Abschlussliste von uns. Ja, was soll mit dem sein jetzt? Der steht beim Autohaus. Musst du mitnehmen, oder was? Wäre schon etwas auffällig, oder? Direkte Frage wäre, glaube ich, gewesen, wenn wir einen Klapp knallen sollen. Die, die, wir... Vor dem Autohaus mit den ganzen Leuten, oder? So wie ich das auch mitbekommen habe, ist jeder auf der Abschlussliste mit einmal quasi ein Rache-Kill vollzogen. Ja, aber doch nicht vor dem Autohaus. Oder so ein Bewusstlosschuss. Nein, der wird immer noch da stehen, wahrscheinlich, wo er sich reingepackt hat, davor. Ja, schätze ich euch. Wo steht der genau? Auf dem Parkplatz. Auf dem Parkplatz. Ja, da, ja. Aber pass auf, wenn... Alter, wenn wir den dort mitnehmen, ist der komplett bescheuert. Alle Gesichter und so, nee, vergiss das. Zu heißes Eisen. Da verbrennen wir uns die Finger. Den kriegen wir schon noch da an. 50 Dollar. So, dann fahren wir den nochmal Probe. Nächster steht schon bereit, können wir gleich durchsteuern. Jawohl. Oder die Suicide-Door. Also, da haben wirklich nur zwei Leute Platz drin, ne? Ja, ja. Also, wir können auch hier. Aha. Ah, schon mal, kannst du das Dach zumachen auch. Ja, das Phantom-Drophead oder so. Der Drop-Top. Mhm. Raindrop. Drop-Top. Passt auf. Passt auf, wenn ihr es jetzt rausfohrt, dann kommt mich wieder vorgefahren. Nicht, dass du wieder zu los. Ja, ja, haben wir schon gesehen. Ich glaube, der Muschi hier. Pff, was? Ich hab gesagt, der kann nix, die Muschi. Warte, wir müssen dann, ich such den. Ich bin klar. Guck da. Ja, aber was heißt denn von der Karre? So, aber überhabe ich jetzt, da haben wir das so an, Leute. Gute Nacht. Sag ich dir ehrlich. Gute Nacht. Ciao, ciao. Den finde ich wild. Ja, ich finde den auch wild, so zum Cruisen halt einfach. Vor allem weißt du, mit dem, warte, fahr mit dem mal in den Tuning-Gerasch. Da kannst du voll viel machen bei dem. So Blackout. Ja, kann ich dann, du, ich kauf den so oder so, den Wagen. Das ist jetzt schon bei mir gekauft, allein weil der so schon so frisch aussieht, weißt du? Ich hör mir, schau dir das mal an. Der ist so wild, Alter. Kostet auch nicht so viel. Was kostet der? Irgendwas mit 200, irgendwas 1000, glaube ich. Das glaube ich nicht. Oder was, 400, irgendwas 1000, ach, keine Ahnung. Ich glaube, der ist eher bei 400. Ja, mein Gott. Das soll es halt 200.000 mehr sein. Also nach der Asservatenkammer-Jug-Design sowieso nicht mehr. Ne, vor allem, wir haben ja noch, wir haben noch die Juwelen. Kennt jemand einen Teil der Walker? Nö, gar nicht. Nö. Wenn nicht, guck mal ins Archiv. Manchmal sind die Leute sich auf der Liste eingetragen. Ich fände sogar ein bisschen schneller als der andere. Kaufgrund. Ist das nicht langsamer? Nö, der andere war langsamer. Aber ich finde den Wild so. Weißt du, aber Rolls ist nicht so zum Schnellfahren. Nee, ist so zum Cruisen halt. Vor allem mit Cabrio, Alter. Wild. Ja, richtig. Ja, ich glaube, den nehme ich. Den in Gold, da sehe ich nicht. Den Gold? Ich bin komplett Black oder komplett Weiß, oder? All Black kann man denn machen, ja, mit Tuning-Teilen. Aber ich sage nur, hey, Bruder, Gold ist mein Markenzahl. Nee, aber den Wagen dann fühle ich gerade übelst. Also der kommt auf die Einkaufsliste und einen habe ich ja noch zum Probefahren. Ich weiß nicht. Auto-Führerschein, Alter. Und aufpassen, dass da nicht irgendein Kopf steht und da ein Führerschein hier weg ist. Ich wollte gerade sagen, da vorne ist nämlich gerade einer. Ja, ja. Können wir vorher nicht die Scheiben runter machen? Mal gucken. Oh, ja. Guck. Irgendwie sind rechts die Scheiben noch runter. Achso, ja, ja. Das kann man. Und dann sieht es noch besser aus, das Ding. Da ist noch mehr Freiluft. Ja, den fühle ich, den kaufe ich. Ja, guck den 6x6, ja, Alter. Der ist zum Flexen, ne? Ey, habibi. Ja, das kaufe ich halt zwei aus. Das kaufe ich jeden Wagen. Und, äh, da gab es noch so einen günstigeren, so einen Dings halt, ne? Was war das nochmal? Oh, den Benzer muss ich noch Probefahren. Stimmt, den noch. Dann gucken, ob ich den kaufe. Okay, Warmblinker hat er. Das passt. Jawohl. Es ist immer wichtig, dass man schaut, ob der Warmblinker hat. Weil man weiß ja nicht, wenn man eben... Guck, guck, guck. Schau den Kopf ab. Der kriegt ja mal ganz schön viele, ne? Ja, ja. Stell dir mal vor, du nimmst den da ganz schön mit. Maske auf und rein. Das machen die immer die Pisa. Auto aus öffnen, stellen sich da runter. Ja, ja. Was sollen sie machen? Was sollen sie machen? Es sei verändern, me Quille, Alter. Wenn ich muss ehrlich sein, ich fahr da auch immer runter, Alter. Wie so gesenkte Sau, weißt du? Natürlich. So, jetzt noch eine Karre und dann sind wir fertig. Was hast du jetzt noch offen? Ja, so einer fehlt ja noch, ne? Der Benzer. Ja, ja, Coupé. Ja, 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 ja. Aber ich glaube, ich kaufe heute drei Autos vielleicht. Mal schauen. Aventador hat mir sehr gut gefallen. Beim Tuning ist halt immer noch das Problem, das wird immer sehr teuer. Ja, kann ich dir aber dann, wenn du Interesse hast, dann kann ich dir die Preise nochmal nennen, dass du schon mal weißt, was auf dich zukommt. Ja, das wäre sehr nett. So, jetzt fühle ich mich nicht so leid. Ist das gut. Gleich mal das falsche Auto. Das ist doch das Richtige. Ne, ne, ich meine mit den Funkschlüsseln hier. Die kommen. Boah, Alter. Der ist auch wild. Alter, der Sound. Der hört sich an wie mein Black Series. Heftig. Der ist auch wild. Schauen wir mal vom Inder. Ich glaube, wenn man kommt denn hier? Alter. Äh, bitte was? Wenn man kommt denn hier? Wir fahren die letzte Karre aus. Dann sind wir fertig. Ah, okay, passt. Weil das ganze Material schon hier versammelt. Wo sind die genau? Bei uns auf dem Gelände. Alles klar. Äh, sind so in circa 10 Minuten da. 45 bis 10 Minuten. Oder der ist auch wild, Alter. Also den fühle ich gerade. Der Sound halt. Schau mal, das Handling ist heftig. Oder wenn du da voll drauf trinkst, hört man mich. Hört man gar nichts mehr. Beim Reden. Lass mal durch die Greifung schon mal. Da ist schon so laut, hören wir, Alter. Alter. Der erinnert mich so an mein Black Series. Da muss ich auch immer strugglen mit Funk, Alter. Wenn ich nicht so höre, wenn ich so laufe. Ja, der ist wirklich sehr laut. Alter. Laut, aber geil. Ja. Ja, Leute, dafür kaufe ich den Wagen. Der kostet ja nicht viel. Chefe, soll ich das Kartell irgendwie alle mal zusammen, keine Ahnung, runtersetzen in den Waschraum oder irgendwie reinsetzen an den Tisch? Die stehen halt alle wirklich hier alle draußen. Ja, biet uns das unten mal Pizza an. Passt. Alter, der Sound. Ach du Scheiße. Ja, okay, der wird gekauft. Das ist V8 pur, Alter. Alter, das ist der. Der macht richtig krass. Das ist so schön, dass du den Motor ausmachst. Ja, ne, ich wollte ja nur gucken, ob das funktioniert bei dem Auto oder so geht bei vielen Autos nicht mehr. Mir schnippt selbst die Automatik ab. Hast du gut gemacht. Hab ich sehr gut gemacht, ja. Über der Langfährt, guck. Kopf war das, Bruder. Wenn sie es alle wollen, dann nehme ich sie mit runter. Jawohl. So. Glaubst du, der macht Rabatt, wenn ich mehr Autos kaufe? Weiß nicht. Was willst du jetzt? Ich will den hier. Den hier. Die zwei nehme ich mit. Und ich überlege, den Aventador auch noch mit einzupacken. Ja, aber da überlege ich noch. Hallo. Hallo. Und wie war die Probefahrt mit dem? Sehr gut, sehr laut, sehr geil. Also, ich überlege gerade drei Autos zu kaufen. Aventador, dann hier den Scabrio und den E63. S63 Coupé. S63 Coupé, genau. Willst du dir die Tuning-Frage-Nummer? Soll ich dir die noch sagen für die? Ja, bitte. Also, Aventador SV ist der Tuning-Preis 135.000 extra nochmal. Mit allem? Das sind alles drin, ja. Also, außer natürlich optisch musst du dann bei Benning. Aber drüben beim Dings, wenn ich schon mal. Bei Mechanikern immer, bei Mechanikern. Wenn ich es kannst du immer so 20 mehr. Ja, zum Aushalten. Können Sie sonst mal so ein komplettes Paket machen, was alles zusammen kosten würde mit Tuning? Alle drei Autos? Mit Preisen und Tuning? Ja, ich sag dir erstmal ohne und dann rechne ich nochmal einmal mit. Weil sonst ist es mich zum Überlegen, ob ich dann sonst einen weglasse, wenn es mir dann doch zu teuer wird. Leute, ich finde der Aventador einfach geiler. Der sieht so breit aus. Wenn ich mir den vergleiche mit dem Ferrari der Links. Aventador ist einfach viel geiler. Wenn ich den komplett in Chrom mache, geil. Unterbodenbeleuchtung rein, schallern und los auf die Autobahn damit. Also, die drei Autos, die, die, geil. Einfach nur geil. Your Manga Friend. Dankeschön für das Wippern. Kuss, kuss, kuss an. Your Manga Friend. Nee, also Aventador fühle ich. Rolls fühle ich. Und den E63 fühle ich. Sag mal, wie viele sind von uns gerade noch da? Autos, nur wir zwei. Nee, insgesamt gerade. Weiß noch alles da. Guck im Tablet. Aber ich glaube so fünf oder sechs Leute. Nee, weil vorhin zwei, drei Leute schon gegangen sind. Also, bei Reihen, die Fahrzeuge, bist du bei eine Million 166.000. Roll und VM sind gegangen. So, jetzt recht nicht Tuning noch dazu. Kein Moment. Plus, äh. Das sind Thomas, Wolfi und alle anderen. Ja, Mechaniker. Wolfi hat vergessen, sich auszutragen. Und was ist mit Gibi? Der Osher nicht auch dann. Aventador 135.000. S63 AMG. Wir sind gerade am Tune bei dem Mechaniker. 60.000 fürs Tuning. Achso. Und, äh, Phantom Door Pad. Ich hab Gibi und Wolfi mal ausgetragen. Liegt bei 123.000. Ja, das geht klar. Ich nehm alle drei. Können wir ein Paket machen? Bist du bei eine Million 484.000. Ja, ja, das mach ich. Das mach ich. Ich nehm alle drei. Paketpreise, gibt's da was? Nee, leider. Schade. Also, ich sowieso nicht. Bin nur Verkäufer. Müsste man, wenn der mit dem Schatten vom Auto rauskommt. Aber drei kennst du natürlich dazu, ne? Die kriegst du natürlich dazu. Ja, das passt. Gut, dann machen wir das. Kriegen wir natürlich locker hin. Also, machen wir eine Million und 166.000 für die drei. Ja. Und Tuning dann, da. Die 250.000 abziehen oder gleich hergeben, weil da muss ich das ja eins anbüben, ne? Die, äh, geb ich dir am besten jetzt zurück gleich. Ja, genau. 250.000 waren das ja. Ja. So, sagen wir bitte deine Nummer. Äh, ja. Mal gucken, dass ich nichts Falsches sage. Mal checken. Ich mach eh einen Testdollar lieber. Ich hab da immer. Ja, da brauchst du kein Testdollar machen. 800, 107, 0, 0. Also, 800, 107, 0, 0. Da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Ja, aber wofür brauchen wir einen? Jawohl, hab ich erhalten. So. Hoffentlich angekommen. Ja, angekommen. Na, dann machen wir drin alles fertig. Perfekt. Ja, bei mir ist alles gut hier. Ja, bei dir? Leute, wir kaufen drei Autos. Ich fühle mich gerade so rich, Alter. Warten Sie, ich stelle nur schnell meinen Pullman weg. Der steht hier etwas per Potenz. Wir kaufen uns gerade drei Autos für über eine Million Dollar. Richtig heftig, Alter. Richtig heftig, ich hab noch nie so teuer Autos gekauft wie heute. Ne, den Lambo, den fühle ich einfach viel mehr als den Rari vorhin. Das ist alles gut. Alter. Ich hab ja schon mal geschickt. Gut. Siehst du, so schnell kommen wir zum neuen Motorrad hier. Ja. Ganz schön. Ganz nochmal gratis hingestellt. Ja, wer ist offen, wird uns stehen lassen. Wir haben uns schon da hinten einen LKW heute bekommen. Ich hab ja nicht gedacht, dass ich hier heute herkomme und drei Autos kaufe. Ehrlich gesagt. Ja. Also, wie viel Geld war das jetzt insgesamt? 1.166.000 1.166.000 1.166.000 So sollte da angekommen sein? Ja, ist eingegangen. Dann bitte einmal unterschreiben für alle drei Fahrzeuge. Jawohl. Da auf dem Tablet? Genau. Jawohl. Alles schon digital heutzutage, ne? Ja, ja, ja. Manche Kollegen machen noch mit Papier, aber man muss ja mit der Zeit gehen. Dann hol ich mal alle Fahrzeugpapiere und Schlüssel. Dann treffen wir uns gleich draußen für die Übergabe. Perfekt. Dankeschön. Alter, ich hab gerade drei Autos gekauft. Bruder, Alter, du bist wild. Ich bin echt wild. Aber hey, das sind geile Karren, Alter. Ja, du, ich hab mir so lange keine geilen Karren mehr gegönnt. Weißt du, wie lange das her ist? Dass ich hier mal einkaufen war? Echt lang. Das letzte Auto hier war mal ein Pullman oder so. Was gab's denn? Aventador. Dann einen Rolsey Ghost Cabrio. Oder was ist denn? Phantom? Phantom Drophead war das. Phantom war das, genau. Ghost der, die Limo. Und dazu noch, was hab ich noch? Also ein... S63. Genau. C63 S war das, oder? Oder S63. S63. Schau mal, der Autokenner. S63 Kubi war das. S63 Kubi war das. S63 Kubi war das. Ja, wohl gegönnt. Andere sparen hier tausend Jahre für ein Auto. Aber wir kommen her und kaufen zuerst von drei Stück auf einem. Ja, ich hab... Für die Sammlung, weißt du. Ist halt wichtig, mal was Neues zu holen. Oder das muss einfach. Wenn man fährt, dann sind wir dasselbe. You really get some back? Ja. Ja, ich bin schon fertig mit dem Autokauf. Ich komm jetzt gleich rüber. Jetzt fahr ich dann gleich los. Macht schon die Autos fertig. Ich mein schon, es gibt Abzucht bei der Bewertung dann. So, wer kriegt denn die drei Autos? Ja, ich bitte. Warte, kriegst du erstmal drei Kennzeichen? Soll man nicht so streichen machen. Weil ich hab schon 60 Stück Kennzeichen dabei, ne? Aber die waren ja so raus. Und dann geb ich dir schon mal sechs Schlüssel und dreimal die Fahrzeugpapiere. Dankeschön. Dann machen wir nach und nach die Fahrzeuge. Ja. Bestimmtes Anfang oder offen? Äh, das fahr mal mit dem Aventador an. Ich würd gern mit dem Rolls wegfahren. Dass der als letztes kommt. Ja, okay. Die anderen parke ich dann schnell ein. Der Tiefgarage ist fast dann. Dann herzlichen Glückwunsch zum Aventador. Viel Spaß damit. Dankeschön. Was darf ich alle einparken gehen? Ja. Oh, geil. Ah, ist doch schlimm, was ich in Aventador mal gewöhnt hätte. Ich weiß nicht, wie viele Autos waren jetzt eigentlich. Drei Stück. Aventador, Phantom und S63. Hm. So. So, dann machen wir den S63. Und? Was war das letzte? Äh, S63. Coupé. Coupé. AMG. AMG, genau. Darf nicht fehlen. Soundtechnisch ist da halt heftig, ne? Der Grün. Was? Ah, der ist so ein bisschen grün oder so. Ja, ja. Sieht mir cool aus, ne? So, das ist der letzte. Ja, anmelden machen wir dann am Ende, Leute. Können wir jederzeit machen. Äh, 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 Alter. Oh, das ist rei. Oh, das ist rei. Oh, das ist rei. Und dafür kannst du dich jetzt entspannen in dem Fahrzeug. Da wird immer schön geflext damit. Ui, guck mal hier. Viel Spaß beim Tuning. Oh, dankeschön. Vielleicht holst du dir noch Hilfe beim Fahren, denn. Für die drei Fahrzeuge. Ja, ja, ich muss dann eh alle zum Tuning herbringen später. Aber jetzt muss ich mal los. Dann, viel Spaß euch. Dankeschön. Willst du noch reinparken, Bruder? Ne, ne, wir fahren damit. Jesus. Will ja mit flexen. Jawohl, ciao, ciao. Vielen Dank. Weißt du, wir müssen es 1 zu 7, da wartet Mattel auf uns. Ja, ja, ich weiß, deswegen. Jetzt fahre ich jetzt auch dorthin. So schnell wie es geht. Waffel mit Waffel. Ich bin reich. Ich hab Geld. Ich bin reich. Der Tomatenkoch. Danke schön für 3 Euro mit Fies, Bruder. Dann warst du auch zu dir. Sehe ich dich. Guck hier, Koffer. Du hast ihn schon kaputt gemacht. Du musst anmelden fahren, sonst regnet sie sich auf, weil ich den gerade gekauft habe. Also Anmeldestelle ist direkt in die Ecke, ne? Jawohl. Chefe? Ja, bitte? Äh, Problemo. Ähm, die müssten alle, das ganze Kartell müsste in 15 Minuten am Friedhof sein. Bedeutet, in den nächsten 15 Minuten müsste das alles fertig sein. Ja, ich bin in 15 Minuten da. Es geht sich easy aus. Ich muss nur ganz schnell anmelden fahren, weil die Polizei das hinter mir ist. Aber ich bin wirklich gleich drüben. Ich fahre, ich bin jetzt schon unterwegs. Alles klar. Das schaffen wir. Sollte es so lange dauert, aber, ja. Ich will anmelden, sonst regnet sie sich nicht auf. Daniel Rektenwald. Hey Hundi, gönn dir ein paar Euros. Warte mal, Updating. Das war jetzt auch, ne. Ich muss jetzt, ach, das weiß ich jetzt nicht auswendig, ne? Die ganzen Autos, shit, ey. Aventador. Quad ist es nicht, ne. Es ist schon, auf 3-0 ist das schon gefixt mit Updating-Name hier. Ja, Gott sei Dank. Edgy. Hörst du auf, ich schmelde es einfach an. Jobber ist es da. Oh, der hat sogar Licht unten, wenn man die Tür drauf macht. Du meinst so Einstiegsbeleuchter. Ja, ja. Ja, ja. Geil. So knapp. So knapp. Ein kopfloser Pferd mit Motorrad hinstellt ab und er läuft schreiend weg. Ja. Erkenn dich irgendwoher. Habe ich, habe ich dann Moped genommen. Was will, was will eigentlich Mattel? Wollen die erwaschen? Ich weiß nicht, die wollen, aber die müssen dann 15 Minuten beim Friedhof sein anscheinend. Ja, ja. Da fahre ich gerade sehr schnell. Ja, ja, wir machen das schnell, wir machen das. Gross vergessen. Ja, scheiß drauf, Leute. Scheiß drauf. Wenn ich hier jetzt aus Versehen nicht eingedingsst habe, sage ich halt scheiß drauf. Kack drauf. Bin halt abgeschleppt, Leute. Ist mir jetzt egal. Jetzt bist du rüber zum Kartell. Weißt du, wenn ich genau den Rolls nicht angemeldet habe, dann kann ich echt drauf kacken jetzt. Sag ich einfach, ich habe so viele Autos. Ich sage einfach, ich habe so viele Autos, dass ich vergessen habe, ihn anzumelden. Mir kommt vor, ich habe Ilo angemeldet. War mir gerade sehr sicher, dass der Wagen angemeldet ist. Der Wagen ist rüber bei der Polizei und fragen, ob der angemeldet wurde. Du kennst ja eigentlich einen Ilo. Der Wagen ist wirklich geil. Ich meine, Handling ist nicht das Beste, aber das ist halt ein Rolls, muss schwer sein. Ja, das ist so ein Schiff. Ja. Polizeiabschwerung einmal durch. Wobei, wenn du mit dem Verfolgungsjag fährst, hast du Eier. Das hat sogar Stil, Alter. Im Cabrio-Maport. Mit Maske. Erst mal Musik drin pumpen, das wär's doch. Alter, da ist was los. Ja, ja. Wir machen das schnell. Ja, richtig wild, ne? Grüß' euch. Seid ihr oben? Da sind sie. Ach, hallo. Was geht? Ja, es sind nur die oben, es sind alle unten im Waschraum. Ach so, ja, dann gehen wir runter. Im Waschraum? Ja, perfekt. Ja. Ach, hallo. Entschuldigung. Guten Tag. Komm rein. So, danke. Hallo, können wir hier drin reden? Geht das ja? Jungs, einer unserer Quellen hat gerade bestätigt, dass Baktion im Krankenhaus ist. Also, wenn wir uns hier nicht verstehen, können wir da vielleicht rüberkommen, da hört man nämlich alles. Ich höre nämlich gerade niemanden von Ihnen. Also, es gehen wir hoch. Wir haben im Haus leider öfters mal Problemchen. Wird renoviert, ja. Ich hoffe, du bist zufrieden, dass ich diesen umtrage. Sehr zufrieden. Sehr zufrieden stellen. Also, es gehen wir Richtung Platz rüber, da haben wir unsere Ruhe. Schau mal hier. Wir können auch in die Garage rein. Ne, ne, wir gehen hier. Schau mal, wir gehen beim Auto. Ich glaube, in der Garage haben wir dasselbe Problem. Wir gehen hier am schönen neuen Auto entlang. Zum Flexen. Oha. 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 Stellen wir uns hier so hin. Da ist das angenehm, glaube ich. Kannst du rausfinden, was der Owens hat? Ich hab den Koffer schon unten liegen lassen. Ich bin da gut. Deswegen auch nicht okay da. Okay, hi. Jetzt können wir uns endlich mal verstehen. Und ist ein bisschen blöd im Keller. Wir haben tatsächlich ein kleines zeitliches Problem, als dass wir Koffer bekommen haben. Ja, hab ich mitbekommen. Ich hab mein Scherz jetzt probiert, was ging. Okay, perfekt. Also, um was geht's? Ich weiß auch von gar nichts. Achso. Ja, ich dachte, deine Brombeung ist endlich schon noch perfekt. Ich weiß, wie es geht um ein kleines Geschäft. Okay, wie viel? Passt auf, dann ziehen wir uns um. Dann nehmt ein bisschen Bewachtung weg und dann verfolgen. Wir haben den Punkt, wenn er raus ist. Der liegt unten im Keller. Ich komm nochmal eben mit. Achso, ja gut. Ja, ja. Ja, machen wir das mal schnell. Gut, dass wir hier das nochmal klären konnten. Weil unten ist immer ein bisschen problematisch. Da ist, ich sag mal so die Schallplatten, man hört da gar nichts mehr drin. Ich hab dich ganz gut verstanden. Ja, mich habt ihr verstanden. Ich hab euch nicht verstanden. Vielleicht hab ich auch was an den Ohren oder so. Kann auch sein. Komplett. Egal, ob ich Hundebande Weste anhaben. Holz, Heuss oder so? Nein. Ja, drei Autos gegönnt heute. Achso, dann muss ich auch Auto wechseln. Also, einmal so ein Rollsie gegönnt, ein Aventador, SV und ein S63 AMG. Ach, da ist der Koffer. Jawohl. Genau. Ja, machen wir gleich. So. 8289400. Machen wir gleich. Genau. 8289400. Wie viel Prozent hatten wir immer beim Kartell jetzt? 10. 10, okay. Mehr. Das ist Firmengeld, ne? Bitte, ja, was? Das ist Firmengeld. Also Firmengeld. Also Firmengeld. Also Firmengeld. Also Firmengeld. Also Firmengeld. Ja, natürlich. 8289400. Wir sind immer noch nicht aus dem Krankenhaus raus. Achso, die Eingänge oben und unten. Braucht ihr Unterstützung? Auf jeden Fall. Ich sag eh nie nein. Also, wer kommen kann, willkommen. Wir müssen uns bei der nächsten Gelegenheit sowieso noch mal zusammensetzen, wenn es bei euch passt, Marc. Natürlich. Bestenfalls, wenn ihr noch mal irgendwie in der Führung zusammen seid bei einer Besprechung. Okay, das Auto, dann komm ich. So, das waren die 10%, ne? Fünf. Fünf. Fünf war... Ja, schau mal, sag mir mal ein Kollege wie was anderes. Warte mal ganz kurz. Sag mal, warum sagt ihr mir 10? Das waren 5? Für waschen ist doch für Kartell 10, oder nicht? Für privat, ja. Ja, für privat, ja, ja. Ich denk mir nämlich auch gerade bei um 10, weil er hat mir auch noch gesagt, das ist ja großes Geschäft gerade. Aber es ist ja kein kleines. Ja, boah, wusste ich doch nicht. Ja, weißt du, ich frage extra nochmal nach, nicht dass ich mich heute vertue. Perfekt. Auf jeden Fall. Also, ich habe fast den falschen Prozent teilgegeben gerade. Gut, ja, dann sind wir jetzt bei 7,874930. Beifach. Perfekt. Ja. Jawohl. Ich dachte, ich gebe ihn ohne Beibach. Es hieß umziehen, nicht Auto wechseln. So. Optimal. Jawohl. Perfekt. Ja, Bro, was soll ich tun? Zuhören, mein Lieber. Äh, beim nächsten Mal total gerne länger und mehr, aber wie gesagt, die Beerdigung kommt jetzt stoppen. Ne, verstehe ich. Na, wir sind Thomas, oder? Gut. Ne, wir sind noch auf dem Weg zum Ocean. Ja, wir auch. Wollen wir jetzt hier rausgehen? Bitte? Wollen wir jetzt hier irgendwo? Ne, das ist oben der Kamin, der ist immer an. Den machen wir nie aus. Da tun wir mal Brennholz in der Quellen. Die sind dann nach Stillbox. Perfekt. Oh, Stillbox. So. Gut, dann haben wir's. Stillbox wäre geil, aber nur drei Ausgänge. Achso, habt ihr den zusammengeklopft? Schiffe, wir brauchen einen neuen Gärtner. Ja, gut, kann passieren. Und warum, weil der regelmäßig, wenn die hier sind? Verstehe auch nicht. Und was wollte der von mir? Ja, der ist einfach grundlos aggressiv geworden. Ja, der ist, keine Ahnung. Kriegt ein bisschen mehr bezahlt, glaube ich. Der Gärtner nicht mehr, glaubt mir. Oh Gott, der Gärtner hat mich mehr. Gut, gut, bevor wir zu spät kommen. Gut, dann. Dank euch. Jawohl, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Lass uns einer raus? Natürlich. Ich lass euch raus. Ich glaube, wir müssen jetzt sie los, oder? Wir müssen jetzt wohin? Äh, ich, ich gehe jetzt noch nach den Arzt. Ah, du gehst, okay. Gut. Ja, dann, dann lass du sie raus, dann fahre ich nämlich vor. Na klar. Jawohl. Alle davon sind Arzt, wenn ich's richtig sehen konnte. Äh, so, wo seid ihr jetzt? Fahrt ihr jetzt wohin? Pillbox unten. Wir sind gerade die Owens suchen. Ja, bin ich mal unterwegs. Das ist aber nicht, wenn das einer von den Owens ist, dann markiert, oder? Dann fangen wir mal mit, Alter, wenn das einer von den 30ern da ist. Was ist mit Hut? So mit dem Hut sein. Ich bin reingegangen. Ah, nee, die sind jetzt drinnen halt. Mit dem Arzt. Wir machen uns mit einer Glocke full. Das ist die Person. Unten am Pillbox, wo die ehemalige Notaufnahme drin ist, da sitzt der mit Ferdi im Eingang drinnen. Unten, Pillbox. Unten, ja. Ja, dann, wir dürfen eh kein Zugriff mehr werden machen. Deswegen warten wir. Warten, wenn er nicht mehr da ist. Ferdi meint gerade, er bleibt nur noch 5 Minuten. Wir müssen uns beeilen. So, bitteschön. Ich stehe schon bereit hier im Hinteringang. Ja, dann beobachte. Bis. Was ist jetzt Owns? Die Owns-Brüder sind die, die uns überfallen haben bei 1 zu 7. Das sind die, die uns das Geld rausgestohlen haben und die ganzen Sachen. Hier haben wir die ganzen Drohungen und das ganze Schwarzgeld rausgerippt. Und die sind jetzt anscheinend da, die wurden erkannt. Seid ihr gerade undercover dort, dass euch keiner sieht? Gerade am Tag. Ich glaube, Pablo steht unten, oder? Nein, negativ. Ich stehe. David. Ja, sorry. Ich habe es immer noch mit euren Fans haben. Was weiß ich, lasse ich ihn sonst richten, den Wagen. Das ist dann erst mal die Fulltunen lassen und dann hol ich den anderen Wagen raus. Ich fahre da mit dem rum. Als er es nicht mal früh machen muss. Raucht einer von euch in Maibach? Ich würde schlafen gehen, dann lasse ich euch den da. Also ich nicht. Ich bin hier nach Pillbox. Hallo? Moin. Wer in Tune am Haus? Gerade nicht. In Erlaubt Beerdigung. Oh, kommt noch einer? Ja, so eine halbe Stunde. Okay. Dann komme ich schon wieder eine halbe Stunde. Jawohl. Jawohl, danke. Da, wo dieser Buspark bei dir ist. Einer geht am besten auch noch nach oben. Nicht, dass der oben rausgeht, weil der schönhützige Ruck ist hier oben drin. Ist da oben schon jemand? Ich könnte oben sonst gucken. Ja, dann schau du oben. Ja, ich würde halt noch schnell Auto switchen, wenn das okay wäre. Ja, warte mal, dann löse ich dich ab kurz. Ich fahre mal kurz nach oben. Ich habe eine perfekte Aussicht auf den unteren Internetrein. Ah, jetzt ist es aber spannend, du, wenn die da sind. Jetzt ist es aber spannend. So, ich habe jetzt fertig geschrieben, dass wir warten. Das heißt, er kann jetzt jede Sekunde rauskommen. Da kommt jemand Treppen runter. Wenn der zu seinem Auto läuft, holen wir ihn uns. Ah, da steht der Auto. Doch, doch, er steht kopflos. Hier hinten. Die Arne läuft kopflos hier runter. Dann fahre ich aber mit dem neuen Benzer, wo ist denn der? Wenn ich meine neue Benzer nicht gekauft habe, bin ich dumm. Hä, bin ich dumm, wo ich meine neue Benzer nicht gekauft habe? Da ist er mit, da ist der Winterdor drinnen. Der Formant, das ist der, ah, da ist er. Das war der Typ da unterwegs. Das ist ein Arzt und nur ein Arzt steht oben. Boah, die Lackierung ist aber geil. Nein, nein, das andere steht hier unten bei uns. Auf dem Bahnhof. Ja, da kommt jetzt einer mit dem Arzt raus. Hinten, unten Eingang. Das sind die. Unterer Eingang? Wartet aber noch. Ja, hinten, hinten, unten, Türboxx, by Highway. Komm mit raus. Rote Haare. Ja, geil. Lauf nicht über den Weg. Nein. Die Straße. Den suchen wir schon so lange, Alter, wenn wir den jetzt in die Finger kriegen. Blood out, Alter, Blood out. Rote Haare, Rederjacke. Soll ich da unten kommen? Warte, warte. Alter, wenn wir den kriegen, Jungs. Wenn der zu dem Auto, das hier hinten versteckt ist, läuft, nehmen wir den Hops, lassen uns ein Perse geben, dann lass es packen mal einen. Achso, ist dahinten versteckt, oder was? Ja, auf dem Bahnhof's Gebiet. Aufhören. Die laufen jetzt dahinten, da. Sagt die gleich, wenn die hier hinten sind. Ich bin schon enthalten, Leute. Warte. Die haben jetzt geschrieben, dass sie hinten rauskommen. Die sind jetzt hinten rauskommen. Er hat auf jeden Fall geschrieben, dass sie jetzt hinten rauskommen. Wir haben ihn. Ich melde mich für heute ab. Viel Glück. Lasst ihn ja nicht überleben nochmal, ne? Habt ihr ihn schon eingeparkt? Scheiße, ich kann nicht fugen. Hier ist das richtige Krankenhaus. Fieldbox. Habt ihr ihn eingepackt? Wir haben ihn. Geil. Wir haben ihn endlich. Nach so vielen Monaten, Alter. Wie lange haben wir das gebraucht? Ein Monat? Der wird jetzt halt einen Monat oder so gesucht von uns. Seid ihr mit Masken unterwegs? Ja. Ich hab dem Arzt gesagt, der hat nix gesehen, nix gehört. Der ist eh für uns. Der hätten sie die Immunfation gegeben. Ja, und ich hab gesagt, ich kenne sein Gesicht. Wenn er das behalten will, dann haltet er das Schnauze. Ey, aber ihr seid beim Pillbox, ne? Wir haben ihn hineingepackt. Ja, ich glaube ihn schon. Welchem Auto fährt ihr gerade? Oder du bist maskiert hier vorne. Nicht maskiert. Ich bin maskiert. Also, okay. Wo seid ihr? Wo seid ihr mitgefahren? Hauptplatz bin ich gerade. Ja, aber ich meine, die, die was den Ding haben. Die sind auch Hauptplatz. Ich fahr noch grad im Maybach, oder? Ja. Was sollen wir hin mit dem? Wir sind jetzt auf dem East Highway. Lass uns das einfallen. Grapesdienstflugzeugplatz. Oh, mach mal. Ich hätte Bock auf dem Roter Platz. Hab ich letztes Mal Freddy schon gesagt. Hatten wir was zum Ausparken durch? Einer von uns hat nen Heli. Jawohl. Einen Heli und nen Jet. Jawohl, machen wir das auf die Art und Weise. Aufpassen, Polizei, äh, bei, beim Riesenrad in der Nähe, bei der Abfahrt. Warte, ich fahr mal dort voraus, ja. Sie sind in East Highway. Ja. Jetzt gerät an den Blitzer am East Highway vorbei. Alles klar. Das wird jetzt lustig, Leute. Wir könnten das uns auch auf der Insel machen, ne? Ich hab nicht mehr so viel Sprit. Naja, wir könnten mit dem Flugzeug dorthin fliegen und das dann dort machen. Ja, oder so. Das ist irgendwie ganz lustig. Auf, auf East Highway, in High Speed Unity ist ja am Blitzen. Hier hat gerade jemand rausgezogen. Kurz vor der Abfahrt. Das ist endlich. Okay. Das ist der Bombard auf dich, ja. Aber ich... Das Bombard ist so langweilig, aber... Das ist jetzt bei der Bombard an der Abfahrt. Bombard Graves ist, äh, Flughafen, oder? Ja. Wie lassen wir ihn fragen, ob er, äh, z.B. oder ruft? Hast du denn aber vorher noch mal ein bisschen Folter? Ja, Leute. Jetzt wird's nochmal live in Bloodout. Nach einem Monat. Oder so. Ey, ich weiß nicht, wie lange wir den schon besucht haben. Und ihr müsst dann laufen, okay? Ja, der hat das richtig verdient. Das war der Typ. Also, wer's nicht, noch nicht weiß. Das heißt, er... Das sind diese Brüder, die bei 107 den Tresor aufgeschlackt haben und den... Hoppala, hab ich was mitgenommen. Und den, äh... Und den komplett ausgerockt haben. Ja, ja, das sind wir. Und wir haben uns so lange nach denen gesucht. Und jetzt endlich haben wir ihn gefunden. Den einen wenigstens. Den einen Bruder. Den anderen haben wir noch nicht. Ja, den will ich ja absichern. Den anderen haben wir noch nicht. Tempo-Tempo-Masken. Die Maske auf und dann rein in die Urla. Oder wir können's dann, ach so, dann kontrollieren. Ich bin jetzt bei Flughafen, Grape Seat. Bin ich jedenfalls. Wir sind gleich da, 2-3 Minuten. Äh, du da fährten Cop, Grape Seat, Flughafen. Aufpassen. Der fährt da, der schaut da, was da los ist. Das kann doch nicht wahr sein. Digga, wie? Weiß ich, der ist da. Warte mal, ich lenke den ab. Nein, nein, lass uns. Wir können auch neuen Spot aussuchen, oder nicht? Könnten wir. Human Labs. Wenn nicht, dann würde ich das Handy Airfield. Ich hätte halt die Idee gehabt, sonst auf die Insel zu fahren. Den wollt ich gern sagen. Oder halt Richtung Airport. Wär auch ne Möglichkeit zum großen Airport. Und dort fliegen wir dann auf die Insel. Können wir auch machen. Aber bitte, Thomas, lass Thomas nicht fliegen. Ey, das lag letztes Mal bloß daran, dass das neblig war. Das war der einzige Grund. Ja, komm, sonst lass uns doch nochmal in den Flughafen. Oder zu Sandy, würde auch gehen. Aber ich weiß nicht, ob das so auffällig wäre. Ja, gehen wir mal Sandy. Wenn nicht, fliegen wir von Sandy aus los. Ja, ich fahr mal Sandy vorbei und shoppt, als es clean ist. Jo, wir fahren auch immer in die Richtung. Der Kopf steht noch immer dort in so Seinenklasse. Ich fahr am Fuß. Ich beobachte den Kopf. Ist das ne S-Klasse von uns? Das bin ich, ja. Das ist die neu gekaufte. Der Kopf beobachtet den Graves Hinguckab. Ja, weil dort immer was los ist, ne? Das wäre egal, wenn ich mich nähe. Ich habe bloß ein Kennzeichen aufgeschrieben. Wie ist denn jetzt Flughafen? Sandy. Sandy Flughafen sieht erstmal clean aus. Da sehe ich gerade nichts auffälliges. Also auf den ersten Blick nichts auffälliges. Bin am Airfield, ganz hinten. Dann sollten wir uns jetzt behalten. Yes, bevor die rüberkommt. Die Person, die den Kopf gerade beobachtet, willst du zur Insel fahren und wir fliegen jetzt direkt? Oder? Wir fliegen alle rüber, oder? Weil ich glaube nicht, dass es lange so bleiben wird, dass es hier sicher ist. Lasst mich überlegen, wo gibt es noch Orts? Da hat nicht einen der Heli. Man hat doch keine Augenbinde drauf, weil sonst hätte ich gesagt, unser Versteckung ist. Also, zur Beruhigung, mit dem Flugzeug sind wir letztens abgestürzt. Perfekt. Das ist mit Gebühren. Also wird sehr gute Arbeit geleistet, ne? Dann schauen wir mal rein in die US Air Force. Rein in die Stube. Man muss, ich glaube, du musst lauter reden. Man hört hier nichts. Man muss hier drin schreien. Stimmt. Lass mich doch selber einsteigen. So. Ist da einer drinnen? Ja. Positiv. Warte, fehlt nicht noch einer? Ach, der ist weggehaft. Sind alle im Flugzeug? Ich bin noch nicht im Flugzeug, aber ich fahre. Wo fliegt? Wo fahrt ihr hin? Ja, okay. Perfekt. Wir sind schon abgehoben. Ja, ich bin bei dem Cop geblieben, aber der ist uns gefolgt. Ich hab dem abgelenkt. Achso, ja, perfekt. Wir fliegen jetzt Richtung Insel. Ich fahre rüber. Jawohl, fahre rüber. Ist der Schildschwert gekostet? 7 Millionen oder so? Nee, nee. Du meinst 1,5 oder 2? Echt? Ja. Ich hab nur die beiden übertragen. Günstig. Der ist aber riesig, der Schildschwert. Das ist das Geile daran. Ja, viel Platz. Zum ersten Mal. Ey, das ist hier schon Ding. Rekord hier. Wie lange wir in der Luft sind. Junge, das ist das letzte Mal an dem Nebel. Man hat nichts gesehen. Auf der Insel ist Schwerzone. Was auf der Insel? Jungs, sie ist gerade auf der Insel. Stimm mich. Ja, wer weiß, ob das noch stimmt. Ja, fahr halt weiter links. Auf der Insel ist Schwerzone und im Stand ist gerade der R1 gestartet. Da fahr halt da links. Ja, ja. Und? Äh, fliegt links, mein ich. Damit die das nicht sehen. Ich mein, zur Sicherheit hab ich ein Fallschirm dabei, ne? Ja, wo wollen wir denn jetzt zu helfen? Noch weiter links. Schon, schon weiter hinten, ne? Ja, noch kommt ein Bogen. Noch kommt ein Bogen. Wollen wir den letzten Ding? Ja, boah, wir müssen erst mal landen, Digga, jetzt in der Luft ist da. Ich mein, im schlimmsten Fall können wir den Typen einfach rauswerfen aus dem Flugzeug. Wir sagen, wo es ist. Ja, boah, alles gut, Digga, du musst dich so. Dann sind uns weg. Mach mich jetzt auch auf den Weg. Aber wenn wir den rauswerfen, gefestet kann ich nichts machen. Ich mein, im Notfall, ne? Hat mir doch keinen Spaß mit ihm. Er fliegt jetzt zu ihm, du hast doch nicht. Ey, ihr meintet doch nicht so hoch, ich kann noch nichts, Digga, ich hab doch gesagt. Du sollst nicht einfach eine Drehung machen, damit du dich direkt hinfliegst. Du sollst nicht über die Drücke da fliegen. Ja, dann wird es schwierig, dann müssen wir höher fliegen, wenn wir über die Brücke fließen können. Nein, du gehst jetzt links rum. Ja, oder links rum, ne? Du musst halt einfach einfach da draußen rumlaufen. Ja. Ja, egal. Habt ihr Kopfdrehen. Ah, wenn das ein Bloodout wird. Äh, Salami 1, hab ich das verpasst? Nein, überhaupt nicht. Daniel Rechtenwald und gönn dir wieder auf meinen Nacken und Beißlof. Ich kuske raus an dich. Vielen Dank an Daniel Rechtenwald. Das fehlt mir auch noch. Das wäre nicht so wild. Die Brücke ist echt. Es nebelt wieder ein bisschen. Oh nein. Nein. Kannst du fliegen? Schaffst du das? Im Meer beschafft er das nicht. Also ich bin da komplett dunkel bei mir hier. Also ich sehe nichts mehr. Wir müssen bloß irgendwie gleich die Landebahn drehen. Also ganz ehrlich, wenn du das nicht kannst, dann springe ich zuerst raus. Also aus dem Chatten ist das egal. Da rechts ist die Landebahn. Du musst jetzt einmal umdrehen. Ja, rechts von Neuer Brücke. Ich dachte, wir fliegen einfach auf die Ente rum. Ja, der ja so, dass halt... Alter, bitte. Ey, du gehst viel zu tief. Nicht so tief, Friedrich. Ich würde aber sagen, wir fackeln da nicht lange, ne? Nicht so tief, Friedrich. Wenn irgendwo... Wenn ihr irgendwo Polizei oder so... Seht direkt weiter mit dem Chat nach oben wieder die Nase, ne? Nicht so tief, Friedrich. Aber wir fliegen ja nicht so tief. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ja, ich will nichts sagen. Aber da gibt es so einen Handymasten, der bis nach oben geht, ne? Wenn du da reinfliegst, dann viel Spaß. Okay. Wer ist doch hier rechts, du? Wer ist hier, Junge? Ich bin der Masten. Ich bin halt nicht so tief über die Insel drüber, ne? Über die Insel. Ihr könnt uns noch ne Runde drehen. Ich könnt uns unten abchecken. Ja, wir drehen ja gerade noch ne Runde. Ja, aber ich kann unten abchecken, leider. Ja, aber wann bist du denn da? Wann bist du denn da? Ich fahr jetzt gerade über die Brücke. Weißt du, wir haben auch nur ne halbe Stunde Zeit mit dem Tank. Ja, ja, ich fahr doch schon über die Brücke. Save mal den Airport danach. Ich würde dann gleich einmal drehen. Man kommt wohl an, wenn er geblieben wird. Du kannst ja da hinten bis zum richtigen Airport fliegen da, den großen, und dann nochmal zurück. Da hast du das perfekte Ding. Warte doch mal, bis sie die Aufkommen noch in den Medien seht. Ja, ja. Ich wäre halt ideal, zu drehen, ne? Ja, das schon, aber... Dann warten wir noch kurz. Wie gesagt, scheiße wird es erst, wenn es neblig wird. Ich hätte zwar die Anrichtung gedreht, aber ja. Ich hoffe, du siehst das Wasser hier, ne? Ja. Ja. Geht gut. Ich check das nur wegen dieser Sperrzone. Für mich ist halt keine Sperrzone. Das schaue ich mir auch nicht. Ich denke mal, da lässt sich schon was, Alter. Ich bin schon auf Rollbahn. Ja, jetzt warten wir an. Ich check das mal. Ja, pass auf, wir fliegen jetzt an. Ja, so weg von der Landebahn. Ja. Ja. Die sind direkt da. Hat er nicht so ein Ding? Ja, er muss ein bisschen quer. Das ist ja, er fliegt falsch. Du musst, du musst ein bisschen dingen. Ja, ich seh das. Boah, Alter, wenn ich wegen dir jetzt raufgehe, ne? Ich schwöre, ich... Das gibt direkt ne Kündigung. Hat er da überhaupt Platz, der Hobel? Ich glaub nicht. Ist die Landebahn breit genug? Hast du das schon mal probiert, überhaupt? Ja, ja. Alter, seht ihr das auch? Hallo, 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 hallo. Mehr, mehr, mehr. Mehr, mehr, mehr Boost, mehr Boost, mehr Boost. Gas geben. Gas, Gas, Gas. Gebt Gas. Wir gleich, ne? Ja. Hier reicht. Alter, pass auf, pass auf, die Palmen unten. Die Palmen. Was machst du denn? Ah. Was macht der denn? Alter. Ich schwöre, ich köpfe dich. Digga. Alter. Du fliegst nie wieder. Nein, du fliegst nie wieder, Alter. Du fliegst nie wieder. Ich hatte so ein Blackout, Alter. Alter, du spinnst doch. Hoch mit dem Vogel. Hoch. Hoch jetzt ziehen. Jetzt schitter mal, Alter. Alter, was fliegst du zusammen? Ich hab Angst vor mein Leben. Ey. Hast du überhaupt nen Pilotenschein? Nein. Einen Heli-Schein. Flugzeug nicht, anscheinend. Alter, du spinnst doch. Weißt du, lass doch wen fliegen das kann. Ich hab geschafft, ne? Ne, weißt du, ich steig jetzt aus. Ich hab keinen Bock, ich hab ein Fallschiff. Tschüss. Tschüss. Ich bin doch nicht bescheuert, Alter. Und nimm doch mal so ne Landung mit, Alter. 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 Also, sorry, ne? Aber. Ich wär da jetzt fast drauf gegangen. Habt ihr gesehen, wie knapp das grad war? Der spinnt doch, Alter. Ich hab grad mein Leben vor mir gesehen. Und der lacht da drin noch. Ja. Ich hab nen Heli-Schein. Ich hab ja nen Heli-Schein, ja? Alter, was willst du mit deinem Heli-Schein? Da flieg ich nie mehr wieder mit mit dem, Alter. Der spinnt. Und der lacht da noch. Der lacht da noch, Alter. Alter. Ich hab Angst vor mein Leben gehabt. Das sind 2000 Dollar, die ich vom Lohn abziehe für den Fallschirm jetzt. So, ich bin sicher gelandet. Dankeschön. Also, also mit dem Landeanflug kannst du bei Ryanair direkt durch starten. Oder wo seid ihr dann? Ja, ich bin am Landeplatz. Ich bin ausgestiegen. Oben, der hat fast, Alter, der hat fast nen Brüchlandungsdienst gehabt. Bitte Ruhe kurz. Ja, ich hätte keine Ruhe da oben. Alter, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Die landen da. Verpiss dich da, die sind... Wir leben noch. Alter. Alter, wenn du das... Ich hab nen Blackout da oben drin gehabt in dem Scheißteil. Was machen die dann? Ja, Alter, der ist da volle Kanne. Wir werden fast abgestürzt. Der ist dann fast in den Baum rein. Ich bin jetzt... Ich hab oben so Schiss gehabt, dass ich mein Fallschirm geparkt hab und ausgestiegen bin. Ich hatte Angst vor meinem Leben da, Alter. Fliegt niemals mit. Fliegt da niemals mit. Fliegt da niemals mit. Das wäre ich mit dem Auto gefahren. Ne, Alter, vergiss das. Niemals mit dem Typ mitfliegen. Ist dann überhaupt geflogen? Ja, das ist... Ich will es nicht wissen. Ich weiß nicht, wer es war. Aber lass den nie wieder fliegen, Alter. Hallo, wir sind gut gelandet. Ja, komm, Alter. Wird alles gut funktionieren jetzt. Ja, wir können ins Outdoor. Ich hab schon gesagt, die 2.000 Dollar, die durch die Formulonen abziehen, bezüglich meiner... Ne? Wumms. Ich bin nicht auf die Ladefläche. Komm, hier. Jawohl, ich hab... Wir müssen auf die Ladefläche. Ihr müsst tragen hinten. Ja schon, ihr, aber nicht er hinten. Nein, hinten könnt ihr auch tragen. Ja. Und tragen wir euch. Hast du dein Flugzeug zugemacht? Ja, ja, du hast es zugemacht. So, ready for Miami. Oh, scheiße. Jawohl. Wir machen den Türband zu. Also, eins kann ich mir sicher sein. Ich werde mit diesem Auto heimfahren, ja? Ich werde nicht mit diesem Flieger einsteigen. Ich werde dich hier drauf heimfahren. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Wir sind sicher gelandet. Sicher gelandet, Alter. Ich hab mir meinen Nacken halb gebrochen, wie du aufgekommen bist. Wir fangen... Alter, wir waren ja alle knock-out. Wir fangen jetzt fast in die Palme rein. Ja, wir sind ein bisschen doll aufgeliebt. Und dann hab ich direkt wieder hochgezogen. Bisschen doll. Ja, du musst aufpassen. Da gibt's so Stipfel, wo du auch ein bisschen reinfahren kannst. Fahr nicht zu schnell. Und jetzt gibt's Büsche aus Metall. Ja, bitte fahr dann nicht zu schnell drüber, weil sonst fliegt's uns alle gleich aufm Kopf. Das ist teilweise auch Luft aus Metall. Also... Ja, ja. Da musst du aufpassen. So, wo fahren wir hin? Hey, ich hab ne Idee. Wie wär's denn, wenn wir den von dem... Pass mal auf. Ich hab die Idee des Lebens. Kennst du diesen Turm, den riesengroßen? Wie wär's denn, wenn wir den runter schubsen? Wo? Wer war... Wo? Da gibt's einen riesengroßen Turm. Da gibt's mir ins Navi ein. Ja, warte. Da vor uns. Siehst du den? Vor uns? Da mit dem roten Point um. Ach so. Ich hab das böse Gefühl, dass wir auch drauf gehen. Ne. Mhm. Das ist gar nicht mehr am Flieger. Wenn wir ihn einfach erschießen würden. Wieso lange... Hinten an dem Anwesen. Ich würde ihn schon gerne verhäutern vorher. Ja, ja. Können wir doch. Hinten an dem Anwesen geht's richtig steil ne Klippe runter. Wie wär's wenn... Oder wir gehen ins Anwesen unten in diese... in diese Kammer rein. Diese... diese Weinkammer. Da gibt's... Da gibt's auch sowas dann. Da können wir in so Nippelzwirblereien machen. Ja, wir müssen schon mal den Schlagfläger ausprobieren. Bruder, du meinst aber schon den 360, oder? Natürlich. Ganz ich sie gar nicht mit zwölfler. Wenn ich ihn mit nem Golfschläger drüber haue. Da müssen wir aufpassen, dass er nicht bei Wuster bleibt, ne? Ja, deswegen frage ich gerade. Ist ein Golfschläger direkt Knockout? Könnte passieren. Wenn du das Gesicht machst, Bruder. Hau in die Kniescheibe rein. Ne, ich schieße mir die Kniescheibe. Ist schmerzhafter. Nehmen wir aber einen Schalldämpfer. Haben wir alle mehr von. Bruder, Bruder. Bruder, du schießt in den Ding. Ins Knie rein, ziehst diese Patronen, wir reißen, schießt nochmal rein. Irgendwann die Zange dabei, dann geht das sogar. Das sieht man. Ach, scheiße. Immer noch nicht an oder abschnallen. Warte mal. Einer von euch muss vorgehen, ich hab keinen Plan, wo das ist. Ich hab auch keinen Plan. Was ist das der Typ hier? Ja. Redet ihr überhaupt noch? Habt ihr dir irgendwas ins Maul gestopft? Ja. Ich glaube, ich bin da. Noch kann er reden. Achso. Hast du Angst? Ja, ich weiß nicht. Irgendwer wollte den Weinkeller. Ich hab aber keinen Plan, wo. Ja, warte mal, warte mal. Der ist da irgendwo. Ja, ich weiß ja, wo es lang geht. Hier vorne und dann drunter. Nee, never mind. Hier, warte. Hier. Dann da runter. Nee, never mind. Hier, warte. Äh. Ich find das schon. Hier sind wir falsch. Kommt jetzt mit. Ja, komm mit. Ja, ja, ja. Ich komm schon mit. Wollt ihr laufen? Ach, da. Stimmt, da geht's rein. Ja. Einmal zuhören. Also, wir könnten entweder hier runterspringen oder wir laufen mit konzentrierten runter. Oh, warte. Ich brauche mal ne Muskete. Entschuldigung, ich hab meine Muskete heute extra mitgenommen. Die hab ich extra für diesen Moment heute mitgenommen. Ah. Gar nicht den goldenen Colt, Alter. Nö, nö. Das ist doch nicht wert. Zu teuer. Das ist schon die Muskete. So. Wo geht's jetzt lang? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich weiß es. Und dann hier. Ah, hier. Tatsächlich. Schau mal. Der Profi. Der Profi. Nur weil ich was mit dem Kopf habe, heißt das nicht, dass ich das nicht weiß. Mhm. Schnauze Ulrich. Wenn's bloß der Kopf wäre. Schaut mal an hier. Das ist doch ihr Traum. Wunderschön. Siehst du hier drin was? Magst du? Echt? Ja. Passt. Wo wollt ihr jetzt hin? Hier ist der Weinketter. Geh mal hier rein. Was ist denn hier? Da drin kannst du ein bisschen knebeln. Schau mal. Hier drin. Steh mal den hier mal ans Licht rein. Ja, guck. Ah. So, du drehst sich jetzt zu uns um und kniesst sich mit den Händen hinterm Kopf hin. Und ausziehen. Danach können wir Profilbilder schießen, das ist echt schön hier. Und bitte ausziehen. Moment. Moment. Warte. Dreh dich schon nochmal um. Ich durchsuche dich nochmal. Ja. Habt ihr die Kabelbinder schon abgenommen? Das wird noch ein bisschen schwierig. Deswegen durchsuche ich ihn vorher. Ja, okay. Hat nichts interessantes dabei. Gut. Dann drück ich dir immer die Kabelbinder ab. Dann ausziehen und hinab. Da muss ich ein Bild von machen. Wartet mal. Ach, erst als er ausgezogen ist. Jawoll. Kommt ins Familienfotoalbum. So. Ah, den Fakt berücksichtigen, dass er gleich eh nichts mehr weiß. Wollen wir maskiert bleiben? Ich schon, ja. Ich find das schöner. Ja. Okay. Bleiben wir so. Enkermäßig so. Das ist schon angenehm. Hast du überhaupt ne Idee, warum du heute hier bist? Ähm, ja. Dann erzähl mal. Bitte? Dann erzähl mal. Dann erzähl mal. Du musst dich erwägen. Ja, Taten. Wie gesagt, erzähl mal. Welche Taten? Die 107 betreffen. Mhm. Hm. Das ist schon mal ein Ansatz. Was denn genau? Äh, das Lager. Was ist das mit dem Lager? Wann weiter? Das war leer. Das war leer. Weil da Sachen entfindet wurden. Von? Mir. Sag mal, mal ne Frage. Hast du das Geld noch? Nee. Was hast du mit dem Geld gemacht? Haus. Ah, ein Haus. Schön. Welches Haus? Bitte? Welches Haus? Hm. Ich weiß jetzt nicht, wie die Gegend dort heißt. Was ist deine Hausnummer? Das war ich jetzt grad nicht im Kopf. Das hab ich auf dem Dokument. Du kannst bei dem Schlüsselboden abgucken. Du kannst deinen Schlüssel doch nicht, oder? Ja. 208. 208. Mirropark. Ja. Was ist mit deinem Bruder? Wie? Was mit dem? Ja. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Verschwunden. Nochmal? Was wird sich deinem Bruder denken, wenn du zu einfach oder Bildfläche verschwinden bist? Das glaubst du denkst, er sich... Das weiß ich nicht. Hm. Warum hast du sowas gemacht? Warum machst du so ein 31er? Hm. Gier. Hat das Freddy auch schon erzählt. Das, ja. Wegen Geld. Wegen Geld? Warst du gierig? Ja. Ja. Verreust du es, dass du gierig warst? Ja. Wirklich. Aber im Nachhinein kann ich's jetzt halt auch nicht mehr ändern. Naja, warum bist du nicht zu uns gekommen? Du hast das zurückgegeben. Du hättest dich entschuldigt. Hast du einen Fehler gemacht, dass... Die Hälfte hat er zurückgegeben. Die Hälfte hat er zurückgegeben? Ja. 3,3 Millionen. Was war denn das? Von 6,7 an dem Tag, an dem wir das rausgefunden haben und ins Rede gestellt haben. Aber wie hast du das wieder zurückgegeben? Hat das halt noch nicht ausgegeben. Freddy hatte ich das dann zurückgegeben. Ja. Über Bank, oder was? Hm, ich glaube ja. Mhm. Hast du ein bisschen Einsicht gehabt. Die Frage, was machen wir denn mit dir? Also, was wirst du dir denn wünschen? Hm. Ich denke mal, man wünscht sich dann das, was man nicht bekommt, ne? Was man gehen darf, ne? Ich frage dich ja, was du dir jetzt wünschst. Aha. Aha. Gehen willst du? Ja, ja. Wie gesagt, ne? Jetzt kann ich dir versprechen, hier wirst du heute nicht mehr rausgehen. Naja, vielleicht schon. Also, hier unten, aber... Dann gehen wir halt woanders hin, ne? Hm. Hm. Ich weiß nicht. Ist das... Was ist denn was denn lustiger, wenn man das... Wenn man das oben macht, an dem... Also, ich stelle mir das am Sendetum ganz lustig vor. Na ja, nachdem wir ihn gefoltert haben, Bruder. Na ja, wenn wir ihn dann draufsetzen und dann so... Naja, aber ich würde es cooler finden, das hast du dir eine gesagt, bei der Klippe da und dann ins Meer runter. So die riesen Klippe und dann geht's ins Meer runter. Ja. Das ist so eine Art Balkon, da kann er sich... Hinstellen, oder? Er kann nicht da drauf. Wenn er da drüber springt, ist er direkt unten. Hm. So, dass er trotzdem wahrscheinlich Wetter erhöht. Weil sonst weißt du, sonst würde ich den Turm rauftragen, das wäre schon ganz lustig, denn da von oben runter. Hallo, ich habe Klippenspringen gemacht, ich bin da nicht runtergefallen. Du, aber das mit dem Turm, da besteht die Gefahr, dass wir uns auch verletzen. Ich kenne uns. Das mache ich nicht. Alter, stirb bitte. Es ist zu gefährlich. Dann machst du auch irgendwelche Informationen über dein Bruder? Hm. Weißt du, wo der wohnt? Ich weiß nicht. Sag mal, wo wohnt denn der? Wohnt denn mit dir? Der wohnt auch dort, aber da habe ich jetzt tatsächlich die Hausnummer nicht. Das ist aber auch dort. Aber der wohnt dort. Gleich nach dir. Hast du vielleicht eine Beschreibung? Warte, lass mich raten. Ist das dieser Zipfel unten am Mero Park? Mero Park ist das. Ja. Ja, ja. Am Zipfel. Und da wohnt er der gegenüber, ne? Ja. Hast du irgendwelche Autos, die er am liebsten fährt für uns? BMW. Den gleichen, den du da hattest. Ja. Welche Farbe? Welche Farbe? Wirst du blau gewesen sein? Wie sieht er zur Zeit aus? Ja. Tim. Ja, dich sehen wir ja gerade. Haarfarbe, du hast ja noch eben gesehen und Haarstyle. Ja, aber ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der sich das halt so richtig merkt, ne? War aber kein Scheiß. Das ist dein Bruder, Alter. Ja. Ja, ich weiß. Wieso wissen wir doch nicht Farbe? Hast du das da? Wir haben ja unser Aussehen geändert. Ja. Ja, das ist doch... Ich leg da mal ein Nagelbrett, damit das etwas weh tut. Oder da war kein Scheiß jetzt, Alter. Tut das weh? Ja. Ist bestimmt nicht angenehm aus den Nägeln. Ja. Leg dich da mal drauf. Hm. Na komm, leg dich da mal auf. Tu mal da schön draufschlafen. Ich war so waagrecht. Komm, Alter, jetzt. Schön waagrecht. Genauso. Alter, ich zieh dir in die Kniekehle, Alter. Ah ja. Genauso. Na gut, Stülm brauchst du das auch nicht. Das tut ja weh. Das ist geil, oder was? Soll ich mich noch draufsetzen auf dich? Ja, doch. Das klappt ganz gut. Gut. Dem Rücken tut's gut. Ja, Leute, was war meins mit dem? Ich hätt' gesagt, wir tun den oben hin. Also, ich würd's lustig finden. Ich würd' aber noch gerne Informationen mit dem Bruder holen. Jetzt noch nicht, Alter. Was willst du von dem von der Info kriegen? Ja, der sagt doch, wo der wohnt. Was, 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 was? Ja, aber... Du willst den Bruder herholen, oder was? Der kommt ja nicht. Nee, aber vielleicht das aussieht. Das kann mir nicht erzählen, dass du nicht weißt, die Haarfarbe oder so. Ja, das wär, das wär gut, das wär gut. Du bist schon ein bisschen auf die Sprüge gekommen. Ich kann echt grad nicht so die, die Haarfarbe euch sagen. Ja, dann... Dann die Frisur. Oder, oder, oder was trägt der dann am liebsten so gerne? Ich hab' dem gleichen Ball am Kopf, Alter. Ah, der hatte so ein schwarzes T-Shirt mit so Aufschrift vorne. Das war so mehrfarbig. Ich weiß jetzt, wann ich denn das war irgendwie so ne Schrift. Ich glaub, ich war kein Gucci gewesen, ja. Hat er nen Bart? Nee, Bart hat er keinen. Er hat ne, er hat die ganze Zeit halt auch ne Brille getragen. Seit neuestem hat er halt keiner mehr. So ne Brille wie jetzt der hier? Wo hält er sich gerne auf? Ja, überall erhält eigentlich. Er sagt, er geht halt auch nochmal zum Haus. Hast du irgendwie Spots, wo jetzt das am Mann bauen geht, oder so? Wir bauen jetzt schon ne ganze Weile nicht mehr. Na, ich meine... Ich hab' die ganze Zeit keine illegalen Sachen gemacht. Na, ich meine, Geld genug hatten die... Wir hatten... Ich weiß jetzt nicht, wie diese Gegend da oben heißt. Ist in der Nähe von Sandy Shores. Grape Seed. Grape Seed, ja. Kann er mir gelesen. Ja, ja. Den Ort kenn ich. Den kenn ich. Ja, der ist bekannt. Da hatten wir mal angefenzt. Aber wie gesagt, aktuell ist das jetzt nicht mehr so der Fall. Was sagt ihr? Fischstäbchen raus machen jetzt? Oder nach oben mit dem? Ich meine, gekühlt haben wir jetzt immer noch nicht. Ich würde aber sagen, noch hat er nicht genug gelitten, oder? Nee. Aber ich meine, der hat ja das Richtige. Oder? Was trinkst du denn gerne? Was? Was trinkst du denn gerne? Was? Benzin sicher nicht. Wasser. Gib mal ein bisschen drüber. Ja, hau mal ein bisschen drüber. Na? Da hab ich mal auf den Ball abgeworfen. Der Arme. Habt ihr mal ein bisschen Benzin für ihn? Meiner ist leer. Ne, warte mal, ich hab ne bessere Idee. Mein Kanister ist auch fast leer. Pfff, okay. Das kann ich nicht unterstützen. Da war's ja. Na? Deswegen, geschmeckt. Sag mal ein bisschen drüber hauen. Ich hab jetzt den Mund nicht aufgehabt. Ja, kipp euch bitte. Mit der Arme. Ich hab gehört, Benzin ist gut für die Haut. Also ganz ehrlich, ich würde den jetzt nochmal mitnehmen. Nicht ein bisschen was rüber kippen? Ne, mach mal um. Ja, drüber. Aber hau mal ein bisschen drüber. Ich halte ihn den Mund auf, warte mal. Du hast ein bisschen was draufgekippt. Nicht viel. Warte, ich halte ihn den Mund auf. Komm. Das ist so brutal. Schluck. Schluck. Das ist so brutal. Na, wie schmeckt's, ha? Pisser. Dann steh mal auf. Na, gehen wir mal nach oben. Hat gesagt, ich trage ihn, ne? Ey, was ist eigentlich mit den Nippelclamps, Alter? Ja, das machen wir alles oben. Mach's gut. Ist nach Pisse. Da komm ich gerade, ich geh fort. Unglaublich. Was ist eigentlich mit seinen Kniescheiben? Machen wir alles später. Äh, falsche Richtung. Äh, falsche Richtung. Da geht's nicht rein. Ja, natürlich wusste ich, natürlich. Natürlich weiß ich das. War ja mit Absicht. Oder da, ja. War mit purer Absicht. Die Kniescheiben sind halt noch viel zu heile. Stimmt. Da kamen noch ein paar Kugeln rein. Wo kann man irgendwie sind? Ach, eine Sache wollte ich noch machen. Ja. Ja. Ich muss den hier mal irgendwo abstellen. Mal hier. Wenn du ihn durchsuchen willst, das hab ich schon getan. Er hat nichts interessantes. Ne, 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 ne. Ich hab da auf was anderes eigentlich eher Bock. Eins, was ich schon die ganze Zeit eigentlich machen wollte. Ähm. Tja. Darauf hab ich schon den ganzen Tag gewartet. Oah. Schau, Alter. Wie wär's, wenn's die da einmal machen können. Ja, komm mal. Ida. Ne, das wollte ich, äh. Das wollte ich eigentlich heute eigentlich aufheben. Aber jetzt sind wir ja schon an einem Ort. Albanische Rückhandsteller. Ja, das irgendwo muss ja auch, ne. Ja, ich sag mal. Auch wenn du jetzt bald nicht mehr hier sein wirst. Aber deinem Bruder wird so was ähnliches passieren. Hm. Ist das überhaupt deinem Bruder? Ja. Seid ihr, seid ihr wirklich Geschwister? Ja. Ja. War doch schon heftig, dass du da so viel ausbleibst für deinem Bruder. Also ich hätte meinen Mund gehalten. Naja, muss er ja, sonst schmerzt es ja. Ja. Schmerzt so oder so, ne? Ich hab noch gar nicht erfahren, was Schmerzen sind, Alter. Nein, mach nicht. Schmerzt so oder so. Ich weiß jetzt nur, wie Benzin schmeckt. Und Pisse. Eklig. Eklig. Was für eklig, Alter. Ja, Alter, es war echt eklig. Das ist goldene Pisse. Meine Pisse ist mehr wert als du, Alter. Wirst du auch watschen? Was? Ob du auch watschen willst? Nein. Ja, glaub ich. Glaub ich dir. Ja. Und dann müssen wir einmal getragen werden. Hier hinten einstellen. Ja. Wenn ich trage den schon, dann fahren wir da zu dem Aussichtszone. Das war's komplett. Hier nämlich. Perfekt. Ich hab's mein Navi eingegeben. Das ist der Aussichtszone. Da fahren wir jetzt alle hin und dann war's das. Du willst jetzt doch da hoch fahren? Ja, natürlich. Ich will da hoch. Ich hab da nicht Bock drauf. Es wird nicht gut enden, ich sag's. Natürlich wird das gut enden. Was denn sonst? Wetten? Aber es ist jetzt immer gut funktioniert, sowas. Ne. Ich hab ein Fallschirm, falls ich runterfalle. Damit dir nichts bringt. Dann bleib ich auf deiner Schulter. Chef, wie war das? Hattest du noch ein Fallschirm? Ich hab keinen mehr. Frag mich nicht warum. Nur fest in hinten. Falsche, falsche. Hinten, Entschuldigung. Falsch markiert, glaub ich. Da hinten, der Riesenturm da. Machst du da alle drauf? Ich weiß nicht. Nur noch probieren. Ist auf jeden Fall auf diesem Rudel schon. Ja, noch safe. Der hier oder was? Ja, das war leider. Oh, scheiße. So, haben wir's. Steig mal aus. Schauen wir, wo wir hochkommen. Schauen wir, wo wir hochkommen. Wenn irgendwer runterfällt, bitte nicht sofort das notvolle Anband betätigen. Außer, er ist halt schon hinüber. Und nicht trennen. Läuft einfach hier. Wie weit geht's denn da hoch? Das ist nichts im Gegensatz zu dem Kran in der Stadt. Das war, Leute, das war grad der Urintiger. Stimmt? Der andere Urintiger? Der musste einfach seinen Urin abreißen. Naja, mein Funkturm ist schon hoch. Jetzt weiß ich, was Schäfer vorhin gemeint hat. Bleib nicht am Funkturm hängen. Ich mach dir da gleich Kabelbinden da an, ne? Ich hab die Rüte vorhin nicht gesehen. So. Mach ich dir jetzt da dran. Du bleibst doch stehen. Ja. Wo du bist, ja. Okay. Das passt ja so. Der soll schon mal noch die Aussicht genießen, finde ich, oder? Lass doch mal ein bisschen hier, ein bisschen noch das Leben genießen. Nein. Ja, das muss ja, muss ja. Das ist das letzte Mal, dass er das hier so sehen kann. Guck mal hier drüben, die City ein bisschen. Ist doch schön. Schau mal, das Wetter halt hatte ich auch. Ui, guck. Das Wetter hatte ich heute auch lieb. Sehr schön. Perfekt. Bei mir ist immer noch Scheißwetter. Das meinen wir. Auf jeden Fall, bitte nicht zum Anzünden hier oben, weil sonst brennen wir hier noch alle ab. Aber was ist mit den Nippelplänen, Alter? Ja, komm. Das, was du gemacht hast, war schon übertrieben genug, oder? Liegt der eigentlich da runter, oder so? Natürlich fliegt der da runter, wenn der von da einmal rein, zack. Aber du musst dann ein bisschen weiter nach vorne. Wenn wir dann... Ja, ich hab nur Angst, wenn du ein bisschen weiter nach vorne gehst, dass er runterkriegt. Ich weiß nicht. Was? Ey, was mit den Kniescheiben, Alter? So, wie sollen wir denn Kniescheiben? Wir können dann in den Kniescheiben mal ein bisschen reinschießen. Ne, dann fällt er zusammen. Ne, ne, der fällt zusammen, lass das mal. Ich schalte gerade für laut. Wir schießen da volle Kanne rein. Na? Wie gefällt dir die letzte Aussicht? Ja. Ja. Schrechte Gefühle, was? Gemischt. Gemischt waren. Ja, was machen wir denn jetzt? Deswegen sagen, dass es dein Bloodout ist, damit es richtig ist oder? Natürlich. Gut. Ja, du hast uns hintergangen. Das ist jetzt dein offizieller Bloodout. Haltet mal alle drauf und macht alle Abstand. Hast du noch irgendwas zu sagen, deine letzten Worte? Hm. Ne. Da würde ich sagen, siehst du deinen Bruder in der Hölle. Decker, der fliegt. Der hat richtig Bock. Auf mal ein scheiß Auto fast drauf. Das ist aber laut. So. Einer von zwei geschafft. Ich gehe aber nicht vor. Ich warte hier. Äh, hilft mir jemand? Ja, komm her. War gut gemacht, oder? Ich glaube, das haben wir gut gemacht. Ah! Ah! Warum? Ah! Warum musste der da unter mir sein? Nein! Es hätte so ein schöner Abgang sein können. Scheiße, Bruder. Es hätte so... Es hätte so... Es hätte so... Es hätte so ein geiler Abgang werden können. Scheiße, Bruder. Und jetzt... Bruder, das ist wieder so typisch. Weißt du, ich slide runter. Unter mir ist jemand. Wieder so typisch, Alter. Der ist runtergefallen. Warte, ich höre genau auf. Wir müssen mit dem zu Panken auf. Das war wieder der epische Abgang, Leute. Bei mir gibt es keinen epischen Abgang. Da muss sein. Der wollte schneller als ich runter und ist auf meinem Kopf gestoppt. Ja, ich bin... Ich bin voll auf, wenn der Kopf ausgerutscht, ey. Ah! Ah! Oh mein Gott, pass auf! Bist du denn hier weg? Ah! Nee! Karma! Nee, das ist... Leute, wir haben ja kein... Wir haben ja kein Karma, weil der Typ hat das ja wirklich 31er hinten gerippt. Der hat das schon verdient. Das war jetzt grad einfach nur reinste Dummheit. Das war grad reinste Dummheit, Alter. Weil er... Weißt du, ich dachte mir so... Weil... Andl ist zuerst runtergeslidet. Ich hab ja gehört, wie geslidet. Das dachte ich so beim zweiten... Slidet er halt auch runter. Bestimmt. Ich slide mit. Ich hab's... Ich hab's gesagt. Ich slide einfach mit, Bruder. So wie hab ich's gesagt zum Schäfchen? Direkt am ab, Schäfchen. Ja, weißt du, ich bin so vorsichtig und dann slide ich und denk mir nix. Andl unter mir. Slidet nicht. Andl erstmal wieder perfekt. Danke, Digga. Andere Zeit. Erst ab jetzt krank raus, Bruder. Und meine Waffe hab ich hinten auch drauf. Perfekt. Ey, Bruder, lass mich fahren. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Oh mein Gott. Bruder, lass mich fahren. Steig auf, Bruder. Das geht in die Geschichte ein. Schlimm. Schlimm. Guck mal, wenn ich da drinnen sitz, Alter. Ich werde aus das Krankenhaus gefahren. Ich hab noch ein paar... Guck mal, wenn ich da drinnen sitz. Mit der Hand noch so, Hallo, ich bin's. Die Katrin. Kann schon wieder nicht die Tür zu machen, hier. Alter, das war wieder so klar. Derjenige, der ausgestiegen ist da. Ey, aber das war, ey Leute, das war schon ein schöner Abgang hier oben, oder? Weißt du, ich denke mir, mir passiert nichts. Ich bin extra vorsichtig und slide noch runter, weißt du? Das Sliden, Alter. Hätte ich doch einfach nicht geslidet. Freddy lacht mich aus, danke, Bruder. War fair, du fern. Jetzt erst mal ins Krankenhaus für eine Weide. Und dann werden Autos getunt, Leute. Heute werden noch fett Autos getunt. Eigentlich bist du tot. Naja, eher schwer verletzt. Ich bin, äh, ich bin im Turm runtergefallen. Ich weiß nicht, soll ich den Tieren ins Krankenhaus bringen oder kurz davor absetzen? Wir sollen doch irgendwas einfallen lassen. Ich weiß nicht, warte mal, ich kann mal kurz gucken, ob ich nach... Slayhunter, danke für, äh, Siemte Marisa, Marvin Sieg, danke für das Resam, 30 Mal schon. Vielen Dank. Wir können uns sonst einen Treffpunkt aufmachen. Es war so klar, dass einer mit runterfließt. Ja, weißt du, ich kann nicht mal was dafür, weil Andel slidet zuerst. Die erste hat, ich hab's, ich hab mich ja nicht gehört. Die erste ist runtergeslidet und die zweite hat dann nicht mehr geslidet. Das war der Scheiß. Was anderes haben wir nicht gehört. Ich dachte, Andel slidet komplett durch. Ja, doch. Nö. Das zweite Mal, ich slide jetzt doch nicht. Ich fahr auch. F in den Chat, Alter. Ich fahr jetzt was. Alle F in den Chat. Ich muss noch wegbringen, ich komm nicht drum rum. Lass mich weg. Warte, lass mich vernünftig einsteigen. Ist Stream noch vor Mitternacht fertig. Ich glaube nicht, wir werden noch Auto tunen, Leute. Wir werden heute noch Auto tunen fahren. Oder sollen wir das nächste Mal machen? Ich frag mal den Chat, habt ihr Bock heute noch Auto tunen fahren oder nächstes Mal? Was sagt der Chat? Alle Fässigen im Verkehr. Immer wenn ich in den Stream schaue, lass uns in den Krankenhaus. Vielleicht ist das besser, wenn du nicht einschaltest. Vielleicht bist du der Pechvogel. Nur kein Notsignal, sonst sind die Ends mit. Aber das Einpacken hat gut funktioniert. Guck mal, wenn ich da drin sitze, wie ein Trottel. Da bin ich mal stolz. Alter, ich sitze da drin wie so ein Vollidiot. Nächstes Mal gehe ich das erstes runter, da passiert mir sowas nicht mehr. Ja, ich bleibe jetzt merken. Sliden, heute. Chat schreibt heute. Da viele schon schreiben, ich muss ins Bett, ist es spät. Es ist schon 23 Uhr. Gut, dann machen wir heute noch tunen, ja. Kommt halt drauf an, wie lange ich jetzt im Krankenhaus verweile. Aber mit einer Willi-Balt-Versicherung sollte das eh schnell gehen. Das sollte eh schnell klappen, hoffe ich halt zumindest. Können wir nur hoffen, hoffen, hoffen. Äh, der, der ein John Deere 8400R fährt. Danke nochmal für 2 Euro vorhin. Your, ah, das ist mal vorgelesen. No TV TV mit 95 Cent. Dankeschön. Vielen Dank. Da, was ist ein Dogrod, was ist hier? Was ist ein Dogrod, Lewis? Ach ja, Leute. Aber ey, das war jetzt schon, es war schon episch. Wie der da oben stand, ne? Und dann noch gesagt, ja, du siehst so deinen Bruder in der Hölle. Und dann kam dieser Schuss einfach. Das ist schlecht. Einfach geil. Aber ey, die haben, ey, no shit, aber die haben das wirklich verdient. Die haben uns ja richtig ausgenommen, die 2 Euro. Nein, ich meine, jetzt den Typen da hinten helfen. Ach so. Direkt neue Geiseln. Was hat er gemacht, wenn ich fragen darf? Ich jetzt, ich bin runtergefallen und der Typ, der da gerade umgebracht wurde, der hat bei 1.07 31er Move gemacht, die Kasse geplündert und war dann bei der Polizei aufgrund von Hilfe, Hilfe, ich werde von 1.07 besucht. Und der hat jetzt ein Bloodout bekommen, das heißt, ja, Gedächtnis im Arsch. Also der war halt ein 31er und hat halt die komplette 1.07 Präsurraum-Dings ausgenommen. Also alles. Die haben alles mitgenommen, was war. Also wert circa, ich glaube, 12 Millionen Dollar waren das oder so. 12 Millionen. Ja. 10 oder 12 in einem Dreh. Oder nee, warte, hat der 3 zurückleidern, dann waren 6 Millionen. Über 6 Millionen Dollar bestohlen worden. Ja, kann ich machen. Und, also 31 ist das Schlimmste, was du in der Gang machen kannst, so. Und deshalb, da haben wir, da haben wir jetzt einfach ein Bloodout gemacht, den haben wir einen Monat lang gesucht, jetzt realtime. Einen Monat sicher gesucht. Was passiert jetzt mit dem Bruder? Der wird weitergesucht, dem Bruder. Ja, der ist aber gerade, äh... Hey, bist du nach dem Dienst? Positiv. Also wenn wir einen zweiten Bruder finden, wäre das natürlich supi. Schäfchen im, äh, zum Hintereingang. Kleines Malheur passiert. Warum schreiben die irgendwo sind ins Bett, genau, weil die Menschen arbeiten müssen. Na ja, man kann's nachgucken, um das geht's. Das Geile ist ja, den Stream kannst du ja... Ja, der ist aber, äh, nachgucken, wenn du irgendwas verpasst. Ich hab grad das Positiv nicht gelangen. Das ist ja der Vorteil an YouTube. Also deswegen kann ich andere... Da muss keiner sagen, ja, ich muss aber ins Bett. Weil, ich denke mir so, wenn jemand wissen will, wie's ausgeht, man kann jederzeit schlafen gehen, dann kann man morgen den Stream nachgucken, ne? Das ist halt das. Ist ja so wie bei Twitch, wo dann einfach die, äh... Lass mich gleich noch kurz stehen, bevor du... ...der VOD gelöscht wird. In einer Zeit oder so. Bei YouTube bleibt das für immer. Deshalb verstehe ich es ja nicht, dass Leute sagen, ja, aber ich muss ja bald ins Bett, weil nachgucken kannst du immer den Stream. Das ist ja nicht so. Ist ja nicht so, dass wir hier live auf Twitch sind oder sowas. Nope. Jetzt. Sag einfach, du warst jagen. Genau, ich war mit den Jungs weich jagen. Ja, das waren 6,7 Millionen, heftig, ne? So viel haben die einfach gestohlen. Einfach aus der Kasse rausgeplündert. Soll ich die, äh, Masken ausziehen? Das Geld, wie er die Hälfte haben wir ja bekommen, ne? Das ist so, den Rest hat er ausgegeben fürs Haus. Ich wollte mir jetzt gar nicht den Schlüssel abnehmen oder so. Ja. So was ich habe. Seid ihr out of AP mit dem Typen gut oder habt ihr auch Schuss? Ne, überhaupt nicht. Ja, no problem, Okos mit Leuten. Out of AP, wir teilen das ja. Also ganz ehrlich, wer Stress aus ICOOC rausträgt, hat es einfach nicht ganz verstanden. Das macht, also das ist schon nicht gut. Und das, auf ganz vielen AP ist das so, bei uns überhaupt nicht. Also, wenn man uns ein Problem gibt, bringe zähl dann. Alter, Reduxo! Alter, das war keine schöne Donation, Bruder. Reduxo mit 15 Euro mit Fies. Weißt du, scheitert da so eine Musik raus. Und schreibt dann sowas richtig Sades rein. Nur genau ein Jahr ist mein Vater gestorben. Was hast du auch? Bist du ihm? Danke. Oh, das ist nicht schön, Bruder. Das ist, eigentlich kann ich mir gar nicht vorstellen, dass mein Vater auf einmal weg wäre. Reduxo dann viel, viel, viel Liebe geht raus. Und, äh. In Form. Wie geht's dir? Was ist passiert? Vom Baum gefallen.de. Oh. Ey, voll weit runter, weil der blöde Spang auf der Leiter war. Oh. Hey, Bruder. Geh, schief. Was ist denn, du, Gott, das jetzt? Aua. Ach. Ich bin wegen dir von der Scheißleiter gefallen. Du bist selber schuld, Alter. Ach. Muss nicht sein. Aua. Au. Ich bin voll auf den Bauch aufgekommen, bin mit dem Bauchwacher ist aufgeklatscht. Komm mal rüber. Ah. Ich. Äh. Einmal ein paar Zentner. Gelb. Willi bald versichert. Äh. So. Äh. Aua. Ich schau einmal. Aua. Ich zieh einmal das T-Shirt aus, dann kann ich guck mal was im Bauchwacher ist. Äh, ja, ja, ja. Ich bin mit dem Bauchwacher ist aufgeklatscht, das ist doch so weh. Äh. Weißt du noch ungefähr, welche Höhe es wahr sein könnte? Zu hoch. Okay. Äh. Äh. Also über 100 Meter. Nee, nee. Ah, was für erst gewesen sei. Boah, lass mich überlegen. Nee, 10. Ist schon hoch. Okay, also nicht sehr hoch. Ja, 7 bis 10, so mein Dreh, irgendwie sowas. Bin dann so einer Scheiß-Ding, ich war auf so einer blänen Leiter und dann, aah. Kannst du mir die beschissene Maske abnehmen? Ja. Ja. Oh. Oh. Oh, danke. Oh. 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 Was soll ein Dreck. Der ist da rot. Kann sich aber in unserer Schau machen. Ah. Kann man gucken, ob da irgendwie freie Flüssigkeiten drin nehmen. Oh. Krankenhaus-RP. Sag du was gerade, Yago, das ist ein Gewehr, ja, von Crazy Ping. Sky Gamer, die Dank für 90 Cent. Für Freddy und Pacella von Cookie King. Da muss ich Freddy und Pacella entweder MLO kaufen oder, äh, was könnte ich denn machen für 10 Euro für Freddy und Pacella? Minus. Ui, wer kommt denn da? Oh. 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 Quatsch. Hahaha. Kalt wie Hundeschnauze. Dank für 1,90 Euro. Losti, Dank für 1,90 Euro. Fliegt ja noch unterm Turm. Hahaha. Kein Blut oder weiteres im Bauchraum. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui Natürlich war Andel mit seinem fetten Kopf dort dran schuld. Natürlich nicht ich. Leute, ich bin doch nie schuld, oder? War ich schon mal irgendwo schuld, wo ich drauf gegangen bin? Nein. Nein. Du, das war jetzt nur Andel sein Kopf. Da war hundertprozentig ich. Andel schuld natürlich, nicht ich. Weil Andel so einen fetten Kopf hatte. Der Kopf war einfach im Weg, Leute. Das war nicht meine Schuld. Es sind immer die anderen. Nie ich. Immer die anderen. Ihr habt ja gesehen, wie groß der Kopf war, Leute. Habt ihr ja gesehen. Der Kopf war einfach im Weg. Der hätte nicht da sein dürfen. Der Kopf hätte nicht im Weg sein dürfen. Überlegt mal. Ja? Aber Grumpe macht nie was falsch. Nie. Es ist nie die Schuld des Rumpes. Es ist immer die Schuld der anderen. Das dürft ihr gerne unterschreiben und unterzeichnen. Hundertprozentig. Es ist immer Andels ein fetter Kopf im Weg. Andels Kopf. Nee, es ist immer Habubs Kopf, nicht Andel. Aber Andel ist trotzdem schuld. Andel ist nämlich auch an der Erderwerbung schuld. Müsst ihr euch vorstellen. Müsst ihr euch? Hätten wir keinen Andel auf dieser Welt, würde es nicht zu einer Erderwärmung kommen. Das müssen wir uns auch merken. Äh, schon, äh, Evin, was? Evin, 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 Tee, zwölf ist das richtig? Dankeschön für den netten Schiebersticker auch. Genauso wie Pacella vorhin. Das dauert übelst lang, bis das mal eingeblendet wird. Nee, es war so eine Glatze. Ja, der Entenkopf war halt im Weg. Ja, was willst du machen? Andel wurde grad nett, dass er schuld ist. Ja, aber Andel, hey, Andel ist ja auch schuld. Andel ist ja auch an der Erderwärmung schuld. Das ist, das ist unser, das ist unser Andel halt. Andel, die Ente. Andel ist dran schuld, wenn die Ente so sauer nicht schmeckt. Dann ist er dran schuld. Er hat das, äh, er hat das, äh, er muss das halt, äh, zu sich nehmen. Kennst du hier noch Andel, die Riesenkopf ent? Dankeschön, Marcel Schüssler, dankeschön. Kuss geht raus. Ist Andel grad richtig nett? Also Andel, sollt ihr euch wissen, dass dieses Andel ist schuld bei uns ein Meme ist, aber ja. Aber vielleicht, weißt du, was sein kann, dass vielleicht Leute wirklich ernsthaft pissed auf Andel sind. Weil ich Andel, weißt, weil ich Andel für die Sachen, die Schuld gibt. Weil das halt bei uns ein Meme ist. Kann halt wirklich sein, dass irgendwelche metten Leute, die den Job nicht checken, jetzt zu Andel rüber metteln und dann sagen, ja Andel, du bist ein richtiges Arschloch, weil du bist ja schuld. Wegen dir ist jetzt Kurdel gestorben. Und, äh, kann schon passieren, dass das Leute nicht checken, den Insider. Aber wir haben da, das Andel ist schuld, ist halt ein Insider von uns. Es ist, ähm, also für die Leute, die das nicht gerafft haben, komplett lost. Der arme Andel, nicht, dass er jetzt wirklich mett ist. Oh, oh. Kleine Ente. Kann sich ganz schön aufregen. Da quarkt sich das ganze Krankenhaus. Da kommt die Kloake raus. Aber er hat heute, ich muss sagen, Andel hat heute sein Urintiger ganz schön gut verteidigt, ne, im Stream. Das muss man schon sagen. Es ist ein Anriss, der Milz. Aktuell. Ja, alles gut. Andel, das Bügeleisen. Eigentlich operierende Ärztin. Weil er das ausbügelt. Darf jetzt wirklich feiern gehen. Die wird nämlich, hat nämlich um 0 Uhr Geburtstag. Das darfst du ja auch mal feiern. Dann setze ich dich dann auf die Liste. Also mal streamt Andel, da mach ich, ich sende mal Andel, ne Ente rüber, oder? Soll man mal Andel, ne Ente rüber senden? Mal schauen. 2-0-3. Dass es geschallert hat. Äh, das muss ich nicht verstehen. Ich muss mal schauen, ob das bei Andel jetzt drüben richtig durchgeschallert hat. Ich hoffe, Leute, hat das bei Andel gerade drüben geschallert? Das schaue ich mir jetzt aber an. Ob das jetzt laut war. Ich wollte es nur mal ausprobieren, ob das noch funktioniert. Ich weiß es ja nicht. Schau mal. Schau mal. Ich habe gerade angemacht. Ich metere gerade bei Andel drüben, was er gerade macht. Ich hoffe, dass das, ich weiß nämlich nicht, ob das jetzt seine ID war. Kann sein, dass ihr mich auch vertan habt, ne? Boah, ich hoffe so sehr, dass das durchgeschallert hat. Aber ich glaube nicht. Alter, habe ich irgendeinen Fehler gemacht? Er hat sich nicht erschrocken. Ach komm. Schade. Schmerzwickel, gebe ich dir dann auch noch mit. Ja. So, dann treffe ich dich ja mal schnell in die Liste ein. Was ist er eigentlich? Oh ja. Diese Ente, wie das durch... Weißt du, es ist so random einfach. Ey, wir müssen aber mal. Wir müssen mal. Was könnten wir noch? Also, statt so eine Ente, was könnte man machen? Oh nee. Ach schade, das ist ja schockiert. Das wäre lustig gewesen. Speedway für gute Besserung. PS. Nicht auf der Bananenhausrutschen. Witzig, wie beim Fallen, sich verletzen. Nein. Ich werde mit meinem Nussknacker mit Nüssen hinfallen. Auf meine Nüsse. Das werde ich heute machen. Dankeschön, Speedway-Fan für 20,20 Euro. Kuss, 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 kuss. Ich wette, ich kriege die Ente sicher auch noch mal reingeschallert von ihm. Wette ich was mit euch. Crazy Yannick, danke fürs Zip werden. Vielen Dank. Andl sagt, dass du selber schuld bist. Ich glaube, Andl checkt den Witz nicht, weil die Leute wirklich nett auf ihn waren. Unser Choke ist, ja, habe ich ja schon gesagt, Andl ist an allem schuld. Das ist egal, was. Egal, was passiert ist, ist immer Andl schuld. Das ist ein Insider. Also, Andl sollte den theoretisch verstehen, aber er kann sein, dass ein paar mette Zuschauer von mir, die nicht ganz gerafft haben, zu Andl drüber gemettelt sind und direkt gesagt haben, ja, du bist schuld, dass wir voll ernst gemeint haben und jetzt Andl nett ist. Aber es war nicht ernst gemeint, Leute. Ich weiß, dass ich schuld war, weil ich darunter gemettelt bin. Ich bitte euch, das ist ironisch, dass Andl schuld ist. Das ist ein Insider. Also, wer das nicht versteht, der ist hier wirklich am falschen Spot, Leute. Der sollte vielleicht mal über sein Leben nachdenken. Unglaublich lost. Also, ich glaube, entweder ist gerade Andl lost oder die Zuschauer sind gerade lost. Natürlich weiß ich, dass ich schuld bin. Ich weiß. Leute, ich habe einen Choke gerissen. Mit Andl ist schuld. Also, die Leute, die schon länger hier dabei sind, die checkten den Choke. Aber mich wundert es gerade, dass Andl nicht ganz gerafft hat. Aber ich habe gesagt, vielleicht gibt es wirklich ein paar mette Zuschauer, die nicht gerafft haben und zu Andl richtig einen Dünnpfiff rüber gemettelt haben. Das kann ja auch sein. Megalaute Dünnpfiff-Geräusche als Einblinder. Das wäre es. Das würde ich... Also, entweder mein Chat ist gerade lost oder ich weiß auch nicht. Also, manche sind die Leute halt echt lost, die lost. Hat er verstanden. Ja, dann... Keine Ahnung. Ne, wo die Leute geschrieben haben, Andl ist Matt drüben. Wobei, oft habe ich auch die Nachricht bekommen, irgendwer ist Matt und dabei war dann nichts. Darf ich ganz kurz stören? Komplett lost, Bruder. Nur nicht das Gerichtssign zahlen, dann habe ich ein Problem. Ein Kerner auf Stelzen mit Stelzen, der Stelzen trägt... Ne, der muss mit den Stelzen hinfallen. Bei euch ist gerade einer auf dem Helipad gelandet. Ohne Fallschirm. Doch. Der Mod von Andl hat's nicht gerafft. Ja, äh... Ich sag mal so, ich will jetzt nichts gegen Andl seine Mods sagen, aber da gab's ab und zu mal Mods bei Andl drüben, die waren richtig hard lost. Also, ähm, da habe ich mal einen Choke gedroppt und wurde dann, glaube ich... Der hat sich übelst beschwert bei mir. Da habe ich Andl auch mal... Ich weiß nicht mal, welcher Mod das war, aber der hat das überhaupt nicht gecheckt und war übelst Matt und pisst auf mich. Der hätte mich am liebsten rausgebannt aus Andl, sein Chat. Weißt du, Andl und ich so Best Friends und dieser eine Mod, ich weiß nicht mal, wer das war. Ich will ihn gar nicht ans Bein pissen. Aber, Alter, der ist mir so am Sack gegangen, dachte ich mir auch so, alter Andl, check das und wir sind halt so Best Friends und der, der war so richtig schmett auf mich. Der hätte mich am liebsten rausgebannt aus dem Chat. Der war richtig schmett. Richtig schmett. Aber ich weiß nicht, ob das der war. Aber ich weiß nicht, ob Andl diesen Mod noch hat. Wenn er den noch hat, grüßt er raus. Aber ich weiß nicht mal, was ich... Irgendein Mod ist das. Ich weiß nicht mal, wer das war, aber irgendeiner. Irgendeiner war das. Wie schuldig jetzt ein Mod? Nee, keine Ahnung, wer das war. Irgendeiner, der war so richtig mätt auf mich. Also im Chat. Der hat das richtig, richtig salty gewesen. Und weißt du, meine Mods sind so übelst chillig, so voll nice und so. Ich will nicht sich alle in einen Topf werfen, aber ein Mod, Alter, der... Vielleicht ist es eh derselbe, wer weiß. Andl die Mad-Entte, nee. Kuss getraus. Wir haben uns alle lieb. Aber Kuss getraus von meinen Mods. Meine Mods sind immer so richtig gechillt. Ich finde das immer schön, wenn Mods gechillt sind und nicht so immer die Instant Mad, wenn sie den Choke nicht verstehen oder so. Ich meine, ich weiß auch nicht, ob das stimmt, was er in den Chat reingeschrieben hat. Kann auch sein, dass er komplett Müll erzählt hat. Aber ich kann nur sagen, ich hatte halt einmal einen Mod bei Andl mit dem... Ich glaube, der hat sich gar nicht so gut mit mir verstanden. Keine Ahnung, warum. Der konnte mich nicht leiden oder so. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob der noch Mod ist. Vielleicht ist es auch ein anderer. Freut mich, wenn Cisco kommt. Er hatte ja eine stramme Bewerbung, ja? Das war die beste Bewerbung, die ich mir was gelesen habe nach 50 Jahren. War wirklich eine super Bewerbung. Darfst gehen. Was? Ich darf schon gehen. Ich habe nichts mitbekommen. So saure Trollys gehabt. Ich weiß nicht mehr, welcher Mod das war, aber an dem Tag hatte der richtig saure Trollys. Da war ein Mod, Alter, der war so heftig mad auf mich. Der hatte so saure Trollys, das glaubt er nicht. Und salzig war... Salziges Popcorn hatte er auch noch. Der hatte beides. Bist du ein Mensch oder warum bist du ein Hund? Wäre ich ein Mensch, wäre ich doch ein Mensch, oder? Ja. Nein, fertig. Bäm, voll in die Fresse. Die Volpis, hi, Hündin. Wie wäre es mit einer Fußraumspinne? Ich bin keine Hündin, aber danke dafür. Die Fußraumspinne, können wir vielleicht reinschieben heute. Aber an der Fußraumspinne auf Stelzen oder ohne Stelzen? Das ist die Frage, Leute. Mit oder ohne Stelzen, die Fußraumspinne? Darf ich? Ich darf gehen. Okay, ich habe nichts gehört. Also, wie ihr, mein Chat verarscht mich gerade. Machen wir das bei... Warte mal. Bei... äh... 3, 5, 4. Ja. So, Herr Rumpe. Herr Rumpe? Ja, bitte. Sie können sich auch, wenn Sie möchten, gerne anziehen. Ja. Haben Sie dabei Hilfe oder schaffen Sie das? Nee, nee, ich schaffe das von allein. Ah, moin Ferdi. Servus. Aua. Schicke Flinte. Danke, kriege ich ihn mir weg. Ah je. Ah, mein Bauch. Ah. Oh, jetzt spüre ich das. Was haben Sie denn angestellt herum? Ich bin auch im Bauch gefallen. Autsch. Im Bauch voraus, Klippe runtergefühlt. Also, so eine Leiter bin ich runtergefallen. Ach. Gott, ja, du Armer. Oh. Dann ist wichtig, äh, viel Ruhe. Und den Körper jetzt nicht zu sehr überanstrengen. Ansonsten kann das im Bauchbereich schlimmer werden. Mhm. Okay. Alles klar. Dann wünsche ich gute Besserung und noch einen schönen Abend. Ja, wünsche ich Ihnen ebenfalls. Danke. Röhrchen. Ah. Thomas wird auch gerade hier eingeliefert. Der ist das. Ah. Hier. Ah. Ah. Ah, ja. Hier ist gerade kein Auto von uns. Ah, ja, 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 ja. Ah, mein Bauch. Thomas wollte vom Dach mit mir Fallschirm springen. Er ist gesprungen, runtergeklatscht. Ich wollte nachspringen und dann hat mich ein Staatsanwalt angerufen. Oh, perfekt. Dann bin ich doch nicht. Ist das kein Auto da jetzt? Nee, Herr Bub und Harley sind mit dem Kartell irgendwie zum Anwesen. Ah, warte, da rufe ich doch mal an. Harley hatte, glaube ich, Kopfschmerzen. Ja, ja, ja. Hallo? Ich brauche mal jemanden in ihrem Krankenhaus. Mein scheiß Bauch tut weh. Ich brauche mal ein bisschen abholen vom Krankenhaus. Wir haben kein Auto. Ja, David ist hier, glaube ich. Ja, ja, ich komme gleich. Oh, das war Smokey? Danke für nichts. Achso. Achso, David ist hier. Ja, Bauchschmerzen, typischen Durchfall. Echt? Dankeschön. Er hat mich gezwungen. Danke für nichts, Alter. Ich habe 1000 Tote gestorben, Alter. Lige einer scheiß Ente. Ah, ah, ah. Das ist der Arme. Ich wusste nicht, wer ich an die. Pachela hat gesagt, es soll eingeben. Irgendwie hat David sich gerade in Luft aufgelöst. Ah. Ja, vielleicht auch besser so. Hättest du dir seine Karre aufgelassen? Nee. Aber ich weiß es gar nicht, was ich gerade tun. Ja, im Krankenhaus. Ja, wo denn? Ja, vorne. Da, wo die Autos stehen. Oh, das war doch nicht da, bitte. Ach. Ach. Soll ich dich tragen? Hallo. Nee, geht schon. Ich bin halt voll auf dem Bauch aufgeklatscht. Warte, ich mach die Tür auf. Die muss vorne sitzen. Nee, ich schaff das schon. Schaffst du das? Ach, mein Bauch. Ach. Ach, coole Tür, muss ich sagen. Ja, es klappt. Ich sitze. Ah. Alter. Ach, geht jetzt, okay. Ist schon besser. Ist schon besser? Ja. Schön. Wasser ist noch frei. Ach, tschuldigung. Jetzt haben wir einsteigen. Das hat uns ganz schön gerummelt im Bauch. Jetzt sind wir nach Hause. Zum Anwesen. Ah, nee. Keine Ahnung. Wo sind die Spinner jetzt? Ja, Habub und Harley sind anwesend. Ja, irgendwie habe ich das gehört vom Kartell. Ja, Harley. Wäschgott eben. Ach so. Ich meine, die privat gerade. Ja, ja. Privat. Ich wollte heute noch Tune fahren eigentlich. Ich muss mich auch wieder schaffe. Ich muss jetzt einen Parkplatz bringen. Also, wollt ihr mir helfen? Ich habe drei Autos. Ihr müsst die rüberbringen zum Tune. Ja, dann fahren wir kurz hier Ding. Dann fahre ich wieder zurück zum Auto. Aua, der Jet. Aua. Alter Herzinfarkt. Ja, aber der ist echt praktisch. Das heißt vier Türen. Das heißt vier Türen. Die sind schon. Ja, die Leute, die jetzt eingeschlafen sind im Stream sind natürlich jetzt wieder auf. Wusstet ihr schon, dass ihr komplett kostenlos abonnieren könnt und die Glocke aktivieren könnt? Würde mich sehr freuen. Und ihr könnt auch gerne komplett kostenlos ein Like da lassen. Würde mich sehr freuen, Leute. Like kostet nichts. Jetzt für alle, die gerade wieder wach geworden sind in dieser Uhrzeit. Ist doch schön, ne? Ja, ist das Chefchen alles gut, wenn ihr nicht redet? Äh. Ja, ja. Okay, dann. Ach. Oh, mein Bauch. Wie lange bleibt denn das so? Die hat irgendwas von der Milz gesagt. Ah, Milz riss, aua. Ja, 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 ja. Oh, scheiße. Der eine Wagen steht ja in Sandy draußen. Die scheiß Mörre. Na, na, na. Kommt doch. Hab ich ja meinen. Ja, egal. Komm, ich hole meine zwei Autos. Was ist denn hier? Also, ich muss ihn ja wegstellen, warte. Ja, den fahre ich. Nee, den fahre ich. Hallo, hallo, hallo. So. Den nächsten fahre ich. Ja, den nächsten fahre ich. Viel Spaß damit. Schön, um Rolls Royce. Ja, Rolls Royce war eh im Überleg zu kaufen. So, bitteschön. Boah, fresh. Und ist offen? Ja, ist offen. Na, ist ein R-Curti. Zur Werkstatt, oder? Ja, ja, zur Werkstatt. Auf zur Werkstatt, ja. Schau, mein Anzug sagt wohl. Willst du noch einen Ferrari kaufen, Chefchen? Nee, nee. Mag keinen Ferrari. Schade, ich muss das Ding loswerden. Magst du auch keinen Ferrari? Doch, aber ich will einen P1. Achso. Ich muss noch mal einen Ferrari sein. Ich, ja, Chefchen. Ich muss noch sagen, ich muss noch sagen, ich muss noch sagen. Also, Chef, du kannst mir auch den Rolls Royce schenken. Der passt voll gut zueinander. Was soll ich dir schenken? Den Rolls Royce. Ja, natürlich. Der hat gerade 400.000 gekostet. 100.000, ja. Ja, über 400.000. Achso, 400. Ja, ja, das war teuer. Ja, das war teuer. Du bist, gehst du da nicht, Sir? Richtige Werkstatt. Nee, richtige Werkstation, aber das ist zu teuer. Wo hast du denn abgeholt? Ja, 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 beim Mechaniker. Ja, ich komme nicht ohne. Dann wird sich die Autos erstmal stehen lassen. Hallo, ist ein Tuner im Haus? V6B Turbo mit 510 PS. Hallo? Nochmal? Ja. Ist ein Tuner im Haus? Nee, der Tuner ist geradeaus durch. Ach, danke. Hallo? Nein, nein, nein. Machen Sie Tuning? Nee, leider nicht. Ah, ich glaube, der Paul macht Tuning. Der ist halt zur Renten. Frag ich den Paul. Paul, 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 Paul. Bist du der Paul? Die suchen einen Paul. Ja, welchen Paul? Einen Piss-Paule suche ich. Sind Sie da Paul? Ach, der Paul ist nur unter dem Auto. Perfekt, da frag ich immer. Der ist doch Tuner. Der ist hier, Tuner. Der ist hier. Hallo, ich brauche jemanden, der tunet. Ich weiß, wir sind gerade... Ach, aber scheiß Bauch. Ich weiß, wir sind gerade unter dem Auto, aber haben Sie Zeit, drei Autos zu machen? Ach, du Scheiße. Ja, 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 kriegen wir hin. Ja, ich bring alle her. Warten Sie mal. Ja, alles klar. Den roten auch schon? Ah, da ist der Rolsi. Jawohl. Ah, mein Bauch. Ich gehe. Ich gehe wie ein Volltrottel. Äh, ja, einfach hinstellen. Ähm, es fehlt noch ein Auto, das wir nur holen. Ja, alles klar. Ich schließe es. Ich habe extra weggeparkt, weißt du, damit... Ja, 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 ja. Ich schließe die ab, wenn es okay ist. Ist es okay, wenn ich die abschließe? Ja, ja, alles gut. Wir machen es schon auf. Willst du mich tragen? Ja, nee, wir fahren. Warte. Achso. Also willst du dem fahren? Nee, nee, nee. Dings holt mich. Achso, ich trage dich. Ja, Habub holt. Ja, ist das... Ah, mein Bauch. Ah. Ah. Nee, nee, ich trage dich schon. Alles. Kann man dir helfen? Du schoss ein bisschen sehr... Nee, alles gut. Ich war gerade im Krankenhaus. Alles klar. Juti. Danke. Du musst mich wohl hinbringen. Wo musst du dann hin? Äh, Sandy Airfield. Was machst du da? Ja, Auto holen. Achso, wenn du mal. Ja, ja, ich muss tunen fahren, weißt du. Ah, geil. Dodo, Rentelei, Hey, Küse. Immer tollen konnte den... Forts, Poses. Und er hat mich immer auf. Dankeschön. Ich hab zu danken für den Dank. Dodo, 303. Danke, danke, danke. Danke, danke für 19 Euro mit Servus. Herzlich willkommen hier in meinem Autohaus. Alter, ich glaub, ich bin auf deinen Kopf gelandet. Du hast den richtigen Dickschädel. Du bist auf meinen Schultern gestorben. Naja, auf deinen Kopf. Du hast den richtigen Dickschädel gehabt. Ich bin voll drauf. Du musst schon schauen, was unter dir ist. Ja, guck ich ja nicht, wenn da so ein Dickschädel ist. Ich dachte, das geht so schon aus. Ja, hast du noch gesehen, wie es aussieht. Oh, Alter. Du machst auch immer Sachen. Alter, weißt du, ich slide da runter. Denk mir nicht, du bist doch die Erste auch runtergeslidet, oder? Bei der Zweiten, Alter, musste ich noch meine Hände kriegen. Ja, schau mal, bei der Scheiß Zweite. Ich dachte, du slidest mit runter, Alter. Und dann so eine Scheiße. Ich slide einfach... Oder ich kann doch nicht zwei Leitern, weißt du, wie meine Hände brennen. Ja, ja, ja. Ich glaub, du hast deinen Griff verloren. Oh, ich glaub, wir sind den los. Guck mal. Ah, nee, wir haben ihn noch. Oh, du gehst jetzt zurück. Guck mal durch die Kiste. Ich prob, jetzt drück mal an das Ding. Ich drück den immer durch beim Blaulicht hinter mir. Na, drück mal, komm. Geh doch schneller. Ob es das so langsam ist. Der Komiker mit 50 Euro und Fies. Was ist der Unterschied zwischen einem Pole und einem Arzt? Der Pole weiß, was dir fehlt. Das war jetzt 50 Euro mit Fieswert vom Komiker. Vielen herzlichen Reiz, Damen. Da hauen wir doch mal raus, hier. Hauen wir doch mal einen Like hat raus an dieser Stelle. Von Komiker 50, eu Röhnchen. Macht das Röhnchen, vielen Dank. Alter, Blut fährt das zusammen. Das ist für dich, lieber Komiker. Vielen herzlichen Reiz, Kreizarsch. Nee, nee, hinten, hinten, hinten. Was ist falsch, Bruder? Rechts hier, hinten. Ja, 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 ja. Links, 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 was machst du denn? Was ist denn, was ist denn, wo ist mit dir? Guck, da steht der Wagen doch. Dort wollte ich doch auch hinfahren, Alter. Da steht auch mein Auto. Nur auf der Straße. Ja, ja, da fahren wir da mit. Das ist schon. Dort wollte ich doch hin, Alter. Natürlich, wo ist das? Da steht auch mein Auto, perfekt. Ich weiß doch, wo der Hang ein. Schau mal, wie ich gehen muss wegen dir. Guck, ich kann nur so gehen, guck. Du siehst aus, wie wenn du dich angeschissen hättest. Ja, ja, dankeschön. Ich bin auch froh, Alter, dass mein Kopf nicht in deinem Arsch drin gesteckt ist. Ja, ja, komm. Also einmal aber stehe ich hier noch bei Sandy Flughafen mit Kandrechten. WL. Ja, das ist meiner. Chef, du brauchst da dann noch Hilfe wegen den Autos. Ja, zum Zurückholen wieder, war cool. Boah, die werden jetzt ein bisschen brau, bis sie fertig sind. Ja, dann bunk ich einfach durch. Guck ich. Yes, sir. Alter, die Farbe fühl ich bei der Rübe. Was ist? Hinter dem ist der weiße Unit. Hinter mir? Oh, scheiße. Ja, ich glaube, du bist viel zu schnell gefahren. Alter. Wieder schein, tschüss. So schön weiß und so schön fährt er gar nicht. Ach so, ja. Also ich halte mit dir an und bekomme ein bisschen Angst. Jungs, ich wünsche euch was. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Na ja. Macht egal. Ach, scheiße, ey. Ist das jetzt angemeldet? Nee, ne? Oder habe ich den angemeldet? Eji? Der ist 100% angemeldet. Ekshi? Wie heißt es mit dir? Ich sag doch, wenn ich hier einmal lang verheiße, wie du denn isst da? Isst so. Heiß mit mir ist immer da. Er ruft jetzt eine Einheit, weil ich da stehe hinter ihm. Also ich hatte vorhin keine. Hallo. 30 km war zu schnell. Hallo. Es kam noch zwei Einheiten dazu. Hallo. Guten Tag. Ich hätte gerne mal den Führerschein von Ihnen. Ja. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ja, ja. Und die zweite Donie heute. Vielen Dank für die tolle Unterhaltung. Sehr witzig. Wie so oft. Es amüsiert uns und versüßt den Abend. Dank und Kuss. Dankeschön. Magna Lump. Vielen Darm. Hey, neues Profilbild sehe ich gerade. Lump hat endlich mal was Neues. Guck. Neues Profilbild ist da. Ich merke nur, dass manche Super-Chat-Donies nicht richtig eingewendet werden. Die werden erst viel zu spät eingewendet werden, habe ich das Gefühl. Schau mal. Wirklich dazu gerufen. Guck. Guck, was da los ist. Kommt jetzt noch eine R-Unit dazu? Das ist doch eine R-Unit. Ja. Schau mal, der Herr gehört das Fahrzeug hinter uns zu Ihnen. Möglich. Ich sehe nicht. Ich sehe das Kennzeichen nicht. Ich muss noch mal fragen. Aber kann sein. Okay, aber es kann sein. Okay. Es gibt sehr viele, die diese Autos fahren. Ja, deswegen frage ich nach. Kann ja sein, dass der ein Freund finde ich es oder so. Hm. Weiß ich drüber. Äh, ja. So, jetzt sei ich mit dem Motorfahrzeug so viel zugelassen. Passt. Du brauchst nichts. Nichts anderes. Perfekt. Also übertreiben müssen Sie auch. Haben Sie schon einmal hier einen Führer schon wieder Zeit. Danke schön. Äh, wissen Sie eigentlich, warum Sie sich jetzt hier eigentlich angehalten haben? War ich zu schnell? Also manchmal übertreiben Sie es wirklich. Ja. Würde ich Ihnen einmal eine Strafe ausstellen? Ja, gerne. 30 Kammer drüber, also ich weiß, kann man auf 1.500 Dollar. Jawohl. Dann noch nach, ähm, wenn du fertig bist, noch nach unbezahlten Rechnungen gucken. Ja, da habe ich eine offen 230.000 Dollar, aber, äh, das wird noch vor Gericht geklärt. Ähm, bis wann haben Sie das vor, mit dem Gericht zu klären? Ähm, 3.6. um 21 Uhr das Gerichtstermin und da wird das verhandelt. Ich vermerke das gleich, ne, der Akte, damit das... Ja, bitte. Weil, äh, der Kollege hat gesagt, erst dann bezahlen, wenn es auch wirklich vor Gericht durchgegangen ist. Alles klar. Bitte schon seit... 3.6. haben Sie gesagt, ne? 3.6. ist auf 21 Uhr. Dankeschön. Dann fahren Sie bitte beim nächsten Mal langsamer, ja? Natürlich. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag dahin. Dankeschön, ebenfalls. Der Maibach hinten parkt, der ist schon geil, ne? Wenn du Maibach immer hast im Hintergrund, der immer schön aufpasst auf dich. Gut. Jawohl. Kann ich losfahren? Alles vorbei ist, dann können Sie losfahren. Dann können Sie den Fehler schon noch wieder haben. Äh, wann ist ja alles vorbei? Hat er. Führerschein, hat er? Hat er alles, ich habe genommen. Alles klar. Dann können Sie weiterfahren. Okay, danke. Schönen Tag noch. Jedenfalls. Wie der Motor aufholt. Weg bin ich. Der Wagen ist halt echt geil, ne? Bald neues Lieblingsauto. Mit AMG-Kennzeichen. Ah, der Wagen, der schiebt schon. Also ich fahre jetzt aufs Gelände, Chef. Ich fahre jetzt aufs Gelände, Chef. Ich fahre jetzt aufs Gelände, Chef. Ich fahre jetzt aufs Gelände. Ich fahre jetzt aufs Gelände. Wegen wie ein Auto schob einfach durch. Achso, jawohl. Mach ich. Ja, ist aber nicht sicher. Das Ding, das schiebt so dermaßen durch. Ist einfach nur geil. Also ich verstehe nicht, wer sein Auto verkauft hat. Mit Cheezus drauf. Das war doch so ein geiles Auto. Er hat es niemals verkauft. Opala Blitzer. Ich hätte den Wagen niemals versemmelt. Nie. Das ist so ein geiles Autobots auf dem Server. Hätte ich mir echt nicht gedacht. So sowas. Und die fährt halt kaum jemand. Also ich glaube mittlerweile jetzt mehr, aber trotzdem. Weil nun passt man ja so nicht gelesen. Ja, profitiertes Logo meiner Firma. Danke, dass du das gemerkt hast. Problem ist, dass irgendwie Donis teilweise wieder nicht funktionieren auf TP. Die haben das für einen Zeitpunkt gefixt gehabt. Und jetzt wiederum nicht. Jetzt ist das wieder richtig scheiße rauszufinden. Was wurde nicht eingeblendet, was wurde eingeblendet. Jetzt muss ich das wieder reporten. Echt hartnervig, ey. Warum hast du das jetzt nicht hinbekommen einmal? Das ist ja, so schnell ist das nicht. Die anderen bekommst du ja auch hin. Streamlabs kriegt es ja hin mit den Einblenden bei Superjet. Das verstehe ich halt nicht. Ach, war ich halt traurig, ne? Dann kann ich nicht alles lesen. Einmal ganz entspannt basiert. Wo ist denn der Paul? Ist da der Paul? Hallo? Ja. Ich hab den anderen Wagen auch noch hergebracht. Ja, alles klar, super. Dann gucke ich da auch gleich nach, was der kostet. Dann rechne ich die drei Wagen schön zusammen und sag ihm den Preis. Ja, ich weiß schon so circa irgendwas über, ich glaube über 4.000 oder so. Irgendwie sowas. Ja, also die zwei zusammen sind schon über 250. Ja, ja, genau. So was. Und mein Dreh war das irgendwas über 300, 200 irgendwas, 1.000 war das. Oma, es ist die Maus. Ich gucke noch schön den dritten an und dann sag ich ihm den Preis. Okay, alles klar, danke. Und ich hab dir noch gesagt, das geht schief. Wenn du denkst, die ganzen drei Autos hab ich heute gekauft einfach. So, ich hab mich jetzt aber auch ins Bett. Ein Künstler, ein Künstler, danke fürs Mitglied werden. Mach das, schlaf gut. Ciao, ciao, bis morgen. Bitte nacht. Tschüss. Eine Rolex haben wir uns heute auch gegönnt. Rolex wird heute schön mitgenommen. Boah, ich muss so dringend aufs Klo jetzt. Ich geh mal schnell nach oben. Oh, geile Lackierung, ne? Baba. Also den Benzer werden wir auch noch geil lackieren. Aber ich finde die jetzige Lackierung ganz geil auf den Benzer, ne? Die wir Standard bekommen haben. Die ist echt heftig. Boah, Alter, ich muss so dringend pissen, Leute. Das glaubt ihr mir nicht. Ich muss schon die ganze... Ich muss hier schon seit zwei Stunden pissen. Seit zwei Stunden. Wer ist noch alles aktiv im Chat? Schreibt mal rein, wenn auch alles aktiv ist. Ach, ei, ei, ei. Ich bin gleich wieder hier. Boah, Alter, das zieht schon so dermaßen, Leute. Ich bin gleich wieder da. Alter, Schwede, das zieht. Ei, 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 das zieht. Bistin, das zieht. Bistin, das zieht. Vielen Dank. 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 Was steht hier drauf? Gear, Gearbar, ich sehe nur... Aber hier, Power, Metal, Metal, Leute. Spanner, Plies, Dacen's Injury. Spanner. Oh, Nuts. Oh, Nuts. Alles und dann guckst du hier, willst du den Zettel lesen und blub, Matsch. Einfach Matsch. Oder schau mal hier, hier kannst du sogar bis da rein summen. Ich sehe sogar aus, was das ist, 4,5 mal 145 x, also mal 7, keine Ahnung, wie soll das Millimeter sein? Kann ich nicht genau lesen, aber immer besser ist das hier, aber immer besser als das hier, das Gematsche hier. Das müssen wir mal ausdenken hier. Das ist eine Reifenwuchtmaschine? Gut, ich bin dann auch mal raus. Gute Nacht euch. Gute Nacht. Wieso sieht die Flexscheibe aus wie ein Pokéball? Ach, du hast recht, Alter. Sieht aus wie ein Pokéball. Das habe ich gar nicht bemerkt. Krass. Was euch alles sieht hier drin, ne? Alles, alles schön hier. Alles schick, schön und neu. Schauen wir mal hier hin. Ob es hier auch noch was gibt zum Gucken? Das ist exakt derselbe, derselbe Zettel wie drüben, super. Hier schauen. Die Werkzeugkiste, da sind ein paar Sachen drin, sonst war es das. Herr Rumpel. Ja. Hallo? Ähm, ja, äh, könnten Sie bitte, äh, 300, 11.640. 300, wohin? Ähm, da vorne ist ein Geldautomat unter der Treppe. Ja. Und, ähm, dann ist am Dresen so ein, so ein, äh, gelber Einsteilpunkt. Ja, ja, aber schon. Gut, dann zeige ich es euch an. Wunderbar. 311.640, 311.640, 311.640. 311.640, hat er gesagt, ne? 311.640. Also, ich hoffe, wir werden nicht ausgenommen. 100.000 muss ich noch zurückzahlen aufs, äh, Filmkonto, glaube ich. Ah, Mann, wer denn Gabel, wer so nicht in den? Das hinkbefallen. Aufpassen hier, aufpassen. Das kommt doch vorn, wenn die Gabel immer so tief sind. Da muss man aufpassen. Das stimmt. Deswegen läuft man auch nicht in die Werkstatt. Das stimmt, ja. Ja, eingezahlt ist. Dankeschön. Bitte, bitte. Ach, geil. Klicke, danke für die Mitgliedschaft. Ein Künstler, ein Künstler. Danke für die Mitgliedschaft. Stimmt, du bist ja gerade neu Mitglied geworden. Jakus, äh, Armin, dankeschön fürs, äh, VIP-Werden auch. Geld-Choice. Nein, ist das Stream, mach weiter so. Dankeschön. Danke, danke. Warte mal, wie viel habe ich jetzt noch, äh, auf dem Konto? Lass mal gucken. Der Konto ist ja sicher jetzt leer, ne? Ja, 1,5 Millionen noch. Und dann haben wir noch die, äh, die anderen Sachen, die wir noch verkaufen können. Also, das passt schon. Medics vor der Tür. Die ist dafür da, um, äh, schwergegige Poké-Bälle zu öffnen. Ja, das kann echt sein, Bruder. Das ist halt so geil, wie viele Details da manche Sachen haben. Dass man so viel lesen kann. Das einem so nie auffällt, ne? Ja, bitte. Guck hier auf. Äh, die ist noch nicht ein Patch, ja? Ja, was hat der Herr hinterher ein Problem? Ja, was? Ja, sie ist ein bisschen vollgeblutet. Ja, ich bin auf dem Bauch gelandet, deshalb gehe ich auch so komisch. Ach so, okay. Ich bin voll mit dem Krankenhaus, ja. Ach so, okay. Ja, ja. Ach so, dieser Blüspel ist ja schade. Ihnen geht's wieder gut, soweit? Ja, ja, geht so. Schmerzen ein bisschen. Bauchschmerzen. Könnt ihr noch eine Universaltablette geben? Nee, nee, alles gut. Ich hab schon, ich bin zugepumpt. Okay. Na, fertig. Brauchen sie noch irgendwas? Na, fertig. Nee, 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 alles gut. Komm wieder. Okay. Ach so, schlimm hat das erlebt. Na, dann. Ja, ja. Pff. Ist das Büro offen? Was ist der Automat? Ich hab mich das noch nicht angeguckt. Schau mal, hier ist es nicht sogar. Was steht hier? Reine! Reine! Schau mir jetzt mal an, den Automat. Ich hab das noch nie gesehen, das Ding. So nie auf Nähe geguckt. Steht reine. Reine! Mehr steht aber noch nicht drauf. Mehr kannst du nicht lesen. Also, der Rest ist wieder Matsch. Wie gern würde ich hier reingehen? Das Büro. Wie gern würde ich da einfach reingehen und reinmetteln? Oh, wir haben... Ich laufe. Ich laufe wie so ein Volltrottel. Wie so ein Piss-Paule. ETM können wir mal angucken, was da alles drauf ist. Man schaut sich ja die Sachen nie so genau an, ne? Boah, aber der Slow-Paule. Holy shit. Da kannst du ja nichts lesen. Guck. Was ist das? Das ist der Matsch, ist das? Also, ich glaube, man merkt, welche Props in GTA gemacht wurden vor den ganzen DLCs und welche mit den DLCs gemacht wurden. Aber guck mal hier. Das ist ja Apple. Wir haben ja echt Apple-Computer drauf. Könnt ihr mal gucken. Hier, guckt. Das ist hochauflösend. Mhm. Vielleicht findet man da irgendwo an die Ente-Framework. Ne, alles gut. 7. Juli haben wir aber nicht, meine Damen und Herren. 7. Juli ist da nicht. Aber das ist schon hochauflösend. Ja, ja, ja. Die Schlüssel auch hochauflösend. Ja, ja, ja. Er sagt sich, man kann das hier lesen. Kann man den Zettel lesen? Nein, komm, blabber, kein Scheiß. Ne, kann man nicht. Schade. Das wäre geil gewesen, wenn wir nur einfach Dings-Settes lesen können. Was steht hier? Achso, da darf nur das Personal rein. Soll ich da reingehen? Sieht das jemand? Ach, scheiße, er sieht das. Aber vom Feuerlöscher kommen wir nochmal raufgucken. Jetzt, wo wir die Zeit haben. CO2 Instructions. Pull Pin. Hold Upright. Das kann ich nicht lesen, weil da das Ding drüber ist. Aber das ist schon, ja. Schöner Feuerlöscher, kann man schon sagen, hier. Schöner, ja. Doch, doch. Ein sehr schicker, schöner Feuerlöscher, den wir hier in der Garage stehen haben. Mhm. Ja, ja. Ja, 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 ja. Also ich gucke mich hier echt um wie ein Trottel. Wie lange brauchen wir die noch, bis das nicht fertig ist? Sonst fahre ich in der Zwischenzeit woanders hin. Weil ich bin jetzt schon beim letzten Auto. Ich frage mal, ob ich ganz fertig ist. Das können wir nochmal gucken, hier. Kabel. Ach, schau, vom Kabel. Danger. Keep away. Boah, das würde ich auch mal gerne gucken. Steht da drauf. Kabel. Das kann man geil lesen. Rotating. Was? Hunter can cause death to not operate without all... Was? Drive-Line, Traktor and Equipment, Shields in Place? Der ist in so einer Maschine eingeklemmt. Was ist das denn? Hä, was kann man da auf... Leute, was ist das? Kann mir irgendwer sagen, ist das eine Fräse? Das ist doch eine Fräse, oder? So eine Fräsmaschine. Leute, ist das eine Fräse? Also für mich sieht das aus wie so eine Fräse. Hier geht das Ding rein und hier geht es dann so zack rein in die Fräse. Da wird irgendwas gefräst, also kann man ja sagen, ob das stimmt, ob das eine Fräsmaschine ist? Ja, schaut auf jeden Fall so aus. Wenn das keine Fräse ist, dann esse ich einen Kabelsalat. Schau, Kabel, 1, 2, 3. Aber steht nirgends drauf, was das für ein Gerät ist. Also, wenn es schief geht, geht es schief. Ich tue mir das Ganze mal an die Fräse. Was für ein Ding? Ja, das ist hoberflössendes Ding. Das ist cool. Drehbank. Eine Drehbank? Okay, danke, eine Drehbank. Also keine Fräse. Drehmaschine. Gelddruckmaschine. Eine Drehmaschine, okay. Gut, habe ich über das zugelernt. Ich dachte mir, das fräst irgendwas rein. Da werden die Teile gedreht. Sollen wir mal einen Mechaniker fragen, was das ist? Ich glaube, der erkennt das richtig, dass das eine Drehmaschine ist. Du gehst über Mathelehrer? Was, da geht's so? Ja gut, aber das weiß ich. Das ist ein Standbohrer. So, das hatten wir in der Schule auch. Standbohrmaschine. Da hat sich mal jemand fast den Finger durchbohrt. Ganz geil. Jetzt frage ich mal, ob der, ob der eine das weiß, was das ist. Schauen wir mal hin. Also wenn der das nicht weiß, dann hat der, dann hat der den falschen Job. Hallo? Ja? Ich habe mal eine Frage zu einer Gerätschaft. Wir sind, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind, was das Gerät da hinten ist. Das ist dieses, dieses, dieses Metallgeräte. Müsste es ein bisschen spezifischer sein, welches Gerät drin ist? Ja, das mit den blauen Screens hinten, links neben dem roten Tisch da, also. Da seht ihr den Bohrer da links unten. Komm, zeigen Sie mal kurz. Ich will nur wissen, was das für ein Gerät ist. Da, wo unten der Sticker drauf ist mit Danger und so. Das ist eine Drehbank. Ah, okay, und was macht man damit? Da können Sie jetzt beispielsweise einen Rundstall einspannen und dann können Sie damit den verschiedenartig bearbeiten. Durch die Drehbewegungen haben Sie es halt einfacher, dass dann das Schickmetall dann leichter oder einfacher und besser bearbeitet werden kann. Das ist halt auf allen Seiten gleichzeitig. Danke, habe ich auch gelernt. Dankeschön. Wer weiß tatsächlich, dass das eine Drehbank ist? Jetzt fühle ich mich echt dumm, Alter. Jetzt fühle ich mich dumm. Ich dachte, das wäre so eine Fräse. Kennt ihr diese Fräsen, wo vorne so ein Ding dran ist? Und das fräst ja sowas rein so. Ich dachte halt echt, dass das eine Fräse wäre. Ich fühle mich gerade so hart dumm, Alter. Das heißt, es ist mir AP wenigstens auch, dass das eine K-Fräse ist. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Perfekt, Bruder. Perfekt. Äh, ja. Mitarbeiter des Monats, er weiß es einfach. Ja gut, da erstmal einen Finger einklemmen. Ich glaube, wie jetzt die Diskussion ausgelöst wurde. CNC-Fräsen sehen komplett anders aus. Meinst CNC-Fräse? Der Chat ist voll entspannt. Ja, jetzt gerade schon, ne? Ich würde dir einen ASMR-Chat machen. In der Kfz-Werkstelle, die klassische Bremsschreim-Drehmaschine. Schau mal, wie ich da durch das ganze Ding stolze hier. Das hätte ich echt ein Popo voll gemacht. Schau. Einer hat da reingeschrieben, sein Lehrer geht so. Ich glaube, wir haben mehrere Lehrer, die so gehen. Wenn du dann fährst. Aber wißt du, wie ich gehe? Ich gehe wieder rein. Runder von meinem grauen Stück. Runder der oder hast du noch nicht genug? Ach, ich gehe da mal nach hinten. Ich gucke mal das mal an hier. Ich war hier hinten. Ich bin hier hinten fast nie. Der braucht aber ganz schön lang, bis der Auto fertig wird. Merkst du das? Der wird einfach gerade im Stich gelassen hinten. Der arme Dude. Aber wer warten muss, der muss warten. Weil da vielleicht gibt es hier irgendwo eine Fräse. Weil das ist dasselbe. Das ist dasselbe gerade. Reifenwucht muss ich... Ach, da können wir doch mal gucken. Da gucken wir doch mal drauf, ob wir was Geiles finden können. Hacker-PC. Das schauen wir uns an. Oh ja, look at all these Hacker-Programs. Oh, schau mal. Er hat viermal dasselbe Fenster offen. Ui. Nee, Entschuldigung, fünfmal. Ui, guck mal. Da hat er den Windows-Media-Player offen. Ui, krass. Schau mal, hier auch den Windows-Media-Player. Mit so einer Animation für die. Ui. Schau mal hier. Da macht er ein Programm auf und das liegt doch immer. Und hier ist so ein Ordner einfach offen. Das ist halt... Ja. Genauso sieht es aus, wenn du ein Hacker bist. Genauso und nicht anders. Ja. Code, Nummer, Set, Tracker. Mhm. Ja. Genauso muss das aussehen. Richtig krass, Alter. Richtig, richtig krass, Hacker-mäßig, super-duper-cranked-Shit. Heftig, heftig, Bruder. Der hat sich nur denken, warum macht der hier überall Fotos? Ja, ich guck mir hier alles an. Oh, die Lampe sieht ja geil aus. Guck mal. Ui. Oh, Alter. Memo, guck mal da. Ui. Lampe einfach hochauflösen, da ist alles, was daneben steht. Perfekt. Da ist unser Prüfstand. Mit der Klimaanlage drauf. Beste Prüfstand. Äh, Day Choice. Kannst du irgendwann mal wieder Glücksspiel-Simulator zocken? Vielleicht, ja. Habe ich wieder Bock drauf eigentlich. Hm. Brauchen halt echt lang, bis der fertig ist. Oh, ist der fertig? Weil ich bezahlt habe ich ja schon. Uiuiuiui. So, der wäre schon mal fertig. Jawohl, äh, könnte ich dann noch einen Unterboden einbauen in den Wagen? Äh, ja klar, gern. Mach ich ihn. Ich brauche nur in den Wagen hier, ne? Okay. In den anderen brauche ich keiner. Äh, Controller haben sie? Äh, lass uns mal gucken. Ja, Controller habe ich. Alles klar, super. Der braucht Unterboden, der Lambo. Der braucht. Ich habe nämlich, ich habe nämlich was vor. Ich möchte den so aufstylen, wie diese Lamborghinis in Japan. Diese Chrom-Lambos, die unten so eine fette Unterboden haben und dann so überleuchten. Das, auf das habe ich Bock. Wenn Cisco auf den Server kommt, wirst du da einen Stream? Ja, natürlich. Mal schauen, da werden wir uns mal einen Tag aussuchen. Da werden wir uns mal vielleicht einen Server so zeigen. Ich weiß auch nicht, ob er darauf schonen will oder was er darauf machen will. Ich habe keine Ahnung, werde ich noch schauen. Ob er wirklich da mal drauf zocken möchte, einfach für den Tag. Und so einen schon angenehmen Tag gehabt heute? Ja, von der Leiter gefallen. Eieieiei. Deshalb gehe ich auch so komisch. Mein Bauch tut übelst weh. Ja, hoch oder? Ja, ja, von hoch runter gefallen. Eieiei. Weil so ein fetter Kopf im Weg war. Ach, du... Ja, passiert. Ja. Komischen Unfälle, ne? Mhm. Passiert. Aber wir haben sie wieder gut zusammengefliegt, hoffe ich. Ja, ja, ja. Irgendwas bei der Milz ist aber sonst. Eieiei. Das kann schmerzhaft sein, ja. Mhm. Kennt man ja beim Boxen oder so. Wenn man die Milz trifft, dann... Eieiei. Ist vorbei. Naja, nee. Wird schon besser. Wird schon besser. Okay. Danke. Das ist die Hauptsache. Ja. Safe nice. Das ist ja aber so hundertprozentig, Alter. Wenn wir den machen. Einer schreibt, was hältst du von Casino-Streams? Habe ich schon mal im anderen Stream gesagt, was ich davon halte. Ich habe eh gesagt, ähm... Dass man sich trotzdem, wenn man... Ich meine, Leute, ihr müsst euch vorstellen, da kriegen Leute Millionen von Euros vor die Nase gesetzt. Schon fies, eigentlich. Du kriegst halt... Du kriegst halt durch so Casino-Streams jetzt so stinkreich, wenn du sowas machst mit einer Reichweite. Ich könnte... Ich könnte jetzt jemanden anschreiben mit meiner Reichweite. Ich meine, wir hatten heute 10.000, 11.000 Zuschauer und könnte sagen, ja. Ich mache ab heute Casino-Streams und dann kann ich mir eine goldene Nase mitverdienen. Könnte ich. Ich könnte einfach jetzt sagen, gut, ich mache das jetzt auch. In... Ich schätze mal ein paar Wochen hätte ich sicher so ein Deal, wo ich sagen könnte, ich habe für Jahre ausgesorgt. Es kommt aber folgendes. Dass dieses Casino-Stream meiner Meinung nach zum einen sich selbst so ein bisschen kaputt macht, wo ich mir so denke, also ich könnte nicht ruhig schlafen, ich muss das ehrlich sagen, auch für kein Geld der Welt so. Dann habe ich zwar meine 2, 3, 4 Millionen Euro irgendwann mal zusammen in einem Jahr oder was. Das geht schnell. Also diese ganzen Casino-Streamer, die kriegen ja massig an Geld reingeschoben. Ich meine, da gibt es Leute, die haben weniger Reichweite als ich. Und die kriegen so viel Kohle dafür. Und da bin ich ehrlich, da nehme ich lieber Werbeangebote an, wo ich hinterstehen kann, wo ich sagen kann, ich kann am Ende des Tages in den Spiegel schauen und sagen, gut, ich mache nichts Schlechtes. Und ich mache einfach, weißt du, ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Aber ich muss halt wirklich nicht auch mich für Geld irgendwie verkaufen. Weil ich verdiene so viel, dass ich sagen kann, ich bin damit glücklich. Ich brauche nicht mehr. Weil wenn du irgendwann gierig wirst, wirst du immer mehr und mehr und mehr. Und dann ändert sich dein Lifestyle automatisch. Dann bist du eigentlich eh wieder am selben. Dann kaufst du dir fette Autos und so. Ist zwar geil und so, aber ich denke mir am Ende des Tages, ob es das wirklich wert ist, sich so zu verkaufen. Ich weiß es nicht. Also ich glaube eher nicht, dass es, also am Ende des Tages, ob es das wert ist, glaube ich nicht. Also man, weißt du, man verkauft sich einfach, weißt du. Ich mache, weißt du, ich mache Werbedeals mit NordVPN. Da kann ich hinterstehen. Das benutze ich selber. Ich habe Werbedeals hier mit GrandRP. Bin voll happy damit. Die bezahlen auch gut. Und ich kann davon gut leben. Ich habe da meinen Spaß im Stream. Weißt du, das ist so eine Win-Win-Situation. Und ich mache halt so Werbedeals, wo ich sage, das ist Win-Win für alle. Und nicht, dass irgendwie Zuschauer anfangen, in so ein Casino einzuzahlen. Ist halt, ist halt, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich könnte das nicht. Also wenn jetzt vor mir wer stehen würde, so mit zwei, drei Millionen Euro und sagst, komm, mach da diesen Stream. Ist sicher krass hart verlockend, weißt du. Aber so im tiefsten Inneren denke ich mir so, das ist halt falsches Geld, was ich da annimm. Ich könnte mir dann ein geiles Haus von bauen. Ich könnte mir geile Autos haben. Ich habe dann so ein bisschen ausgesorgt, wisst ihr. Aber so Nacht schlafen, ich würde das nicht aushalten. Also ganz ehrlich, ich würde mich scheiße fühlen an der Sache. Weil ich, wisst ihr was, ich nämlich nicht bin. Ich bin kein egoistischer Mensch, der so denkt, dass er nur an sich selber denkt. Ich denke an andere. Das ist das Problem. Wäre ich ein egoistisches Arschloch, würde ich das komplett sofort annehmen? Ich würde Casino-Deal ab übermorgen im Millionär so gefühlt. Nee, einen Monat bist du Millionär mit Casino-Deal. Ist wirklich so. Und das mit meiner Reichweite. Ich könnte einfach von heute auf morgen Millionär werden, Leute. Ich könnte das machen. Aber das frisst, also ich glaube, das würde mich zerfressen innerlich. Und ich wüsste auch nicht, ob ich das aus der Not heraus, dass es mir immer mal scheiße gehen würde. Und das läuft mal nicht mehr so. Ich weiß gar nicht, ob ich es dann machen würde. Aber ich meine, ich kann irgendwie es trotzdem nicht verstehen. Auch wenn man Leute sieht, weil bei denen läuft ja gut. Die verdienen ja viel, Leute. Die verdienen 40, 50, 60.000 Euro im Monat. Und heulen rum, sie müssen Sachen abbezahlen. Wo ich mir denke, Bruder, überleg mal, was du verdienst. Und teilweise, die sitzen auf Madeira und heulen dir da was vor. Alter, weißt du was? Ich zahle über das Doppelte in Steuern, was die zahlen in Madeira. Und die heulen halt rum, ja, ich mache ja nur meine 40, 50, 60.000 im Monat. Wo ich mir so denke, Alter, sag mal. Dann so Casino-Deal annehmen. Sag mal doch mal, kicke ich mit ihm, was du hast. Immer diese Hand offen halten. Und ich sage halt, das ist halt so die Sache. Klar, es ist sehr verlockend sicher für die Streamer. Aber man sollte vielleicht mal mit dem glücklich sein, was man hat. Und nicht seine Seele für verkaufen. Das muss man nicht. Aber manche sind so egoistisch, denen ist das scheißegal. Die machen das, die ziehen durch. Die Casinos sind Betrug, 100%. Ja, das sowieso, Bruder. Casinos sind automatisch Betrug. Also Betrug an dem Fall so, weil du zahlst ja ein Casino ein und am Ende musst du ja einen Umsatz machen. Das heißt, du musst Verlust machen, dass die einen Umsatz machen. Schäfchen, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Brauchst du immer noch Hilfe wegen deinen Autos? Ja, ja, aber die brauchen da etwas länger in der Garage. Es dauert noch ein bisschen das Auto nach oben. Ach so, alles gut. Dann sag Bescheid. Jawohl. Also, für die Unterbodenbeleuchtung wären es dann nochmal 9.500. Jawohl. Genau, die könnten mir solche in Rechnung ausstellen, oder hast du das Bar dabei? Also, dabei. Ah, super. Dankeschön. Genau, dann wäre der Rote in dem Fall fertig. Der Lambo. Der Mercedes ist auch schon fertig. Okay. Genau, und wir machen uns jetzt noch gemeinsam an den Rollenunterricht. Okay. Dann gehen wir den auch schnell durch. Perfekt, danke. Dann fahr ich mal mit dem los. Jawohl, danke. Alles klar. Bei Casino-Streams muss dein Publikum aber 18 plus sein, somit hättest du wesentlich weniger Zuschauer und eine Million hast du never innerhalb von einem Monat. Also, was ich so mitbekommen habe, also, ich sag jetzt keinen Namen, aber ein anderer Streamer hat in einer Woche 200.000 Euro gemacht. Vom Casino. Das Ganze dir ausrechtert, wenn du die Wochen zusammenzählst, wie viel dieser Streamer in einem Monat circa verdient durch Casino-Stream. Und das ist ein Streamer, der ist kleiner als ich. Also, der ist kleiner als ich. Und ich muss dazu sagen, der hat keine 18 plus Zuschauer, weil der auch aus der GDRP-Szene kommt. Der hat weniger Zuschauer als ich gehabt. Und das Lustige ist, aber jetzt, wo der Casino streamt, hat der jetzt mehr Zuschauer als davor. Der hat immer weniger Zuschauer. Der hat jetzt viel mehr Zuschauer, weil er Casino streamt. Und ich muss dir vorstellen, der hat GTA-AP gemacht. Das heißt, hundertprozentig, auch jüngere Zuschauer dabei, hundertprozentig. Hundert, hundertprozentig. Und ich hab da mal reingeguckt und hab halt gesehen, dass halt Leute dort auch eingezahlt haben und auch gesagt haben, ja, ich hab jetzt erstmal da eingezahlt und spiele da auch. Das ist halt so eine Sache, wo ich mir denke, möchte man sowas? Weil im Endeffekt verkaufst du ja nicht nur dich selber, sondern du verkaufst auch irgendwie deine Community dafür für Casino. Das ist ja so. So gesehen bewerbe ich ja auch, wenn ich was bewerbe, werbe ich ja für euch. Das heißt, die denken sich ja was dabei, dass ich dafür Geld bekomme, wenn ich euch was bewerbe. Hat ja einen Grund, warum das so ist. Es gibt ja einen Grund, warum man Werbung macht für etwas, oder? Beim Casino oder nichts anderes. Da wollen wir euch anwärmen, dass ihr da drauf zockt. Ah, ich wollte jetzt einparken fahren. Nee, ich wollte allerdings... Das ist so das Ding, weißt du? Das ist so das Ding. Und da denke ich mir so, wenn du RP machst... Ich sag ja vielleicht nichts, wenn du eine ältere Zuschauerschaft hast. Jeder soll das machen in seinem Leben, was er will. Aber ich weiß, ich hab auch jüngere Zuschauer. Bei mir ist komplett gemischt. Und ich würde das nicht machen so einfach. Weil warum? Klar könnte ich jetzt sagen, ich scheiß da drauf, aber ich find's ja wiederum so lustig, weil du musst halt auf die Community scheißen, dass du das machst. Das geht halt nicht anders. Du machst Werbung für etwas, wo die Leute übelst einfahren können. Das ist halt so. Das ist halt wie, wenn ich jetzt Werbung für Drogen machen würde. Weil von Drogen wirst du abhängig, du machst dein Leben kaputt. Und das ist halt nicht gut. Oder auch für Alkohol. Alkohol dasselbe. Wenn ich jetzt Werbung für Alkohol machen würde, würde ich auch nicht machen. Also ich sehe Casino so gleichgestellt wie Alkohol und Drogen. Kann man schon so sagen. Weil du verfällst ja auch in so eine Sucht. Warum beschädigst du? Ich hab den doch frisch gemacht im Wagen. Du verfällst ja eine Sucht und viele kommen da auch nicht mehr raus. Und ich sag so, diese Casino-Streams, die zeigen ja so den Leuten, du kannst da fetten Gewinner am Stamm. Die spielen ja damit einsetzen. Das ist ja sowas so hoch. Dann siehst du halt so Stream-Ausschnitte auf TikTok, wie die halt gerade mal so 200.000, 100.000 Euro machen. Aber die sehen dann den Verlust wiederum nicht so. Dann sehen wir das. Dann denken sie so, boah, geil, das will ich auch. Und ich meine, ich kann das umso mehr nachvollziehen, weil ich ja auch mal kleiner und blöd war und damals im Internet auf YouTube-Videos gesehen habe. Das hab ich für euch eh schon mal gesagt. Wo jemand auf dem Roulette-Casino, also Online-Casino-Roulette gespielt hat. Da war ich vielleicht so 13, 14 Jahre alt. Und hab dem tatsächlich, also ich hab diesem Video geglaubt, dass ich da Fettkohle machen kann mit. Und ich hab damals meine Mutter angefläht, dass ich da spielen darf in diesem Online-Casino mit 13, 14. Nur weil jemand ein YouTube-Video gemacht hat, wie er bei Roulette gewonnen hat und das immer wieder, weil er irgendwie unter Anführungsstichen einen Trick hatte. Ich weiß im Nachhinein kompletter Schwachsinn. Das war halt alles Werbung für das Casino. Der hat da irgendwie gefakt. Das kannst du gar nicht machen und so. Und ich hab das geglaubt mit 13, 14. Und wollte das halt auch. Und umso mehr weiß ich deshalb aus dem Grund, wie verlockend sogar sein kann, wenn du jung und naiv bist und alles glaubst du, was im Internet so stattfindet. Und dann glaubst du das, willst du das auch machen. Und das, Alter, mit 13, 14. Musst du dir vorstellen. Und die einzige Person, die mich abgehalten hat, war meine Mutter damals. Und ich hab denen da was geglaubt. Das funktioniert 100%. Ich funktioniert das. Er macht das ja auch in seinem Video so, ne, weißt du? Themawechsel, bitte. Ich will jetzt gar nicht asozial sein, aber für mich ist das ein sehr wichtiges Thema, weil ich sehr viele junge Zuschauer habe, die vielleicht diese Streams auch nachverfolgen. Und bitte verstimme ich nicht falsch, aber ich möchte jetzt nicht ab hier rumklicken, aber es ist mein Stream und ich möchte das ansprechen, auf das ich Bock habe. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiges und richtiges Thema, das anzusprechen. Weil, wie ich gerade gesagt habe, ich selber damals auch gedacht habe, dass das so funktioniert und das funktioniert halt nicht so. Und der hat mich irgendwie verarscht, weil da ist nichts drin. Perfekt, da fahr ich nochmal zurück. Da ist nichts eingebaut. Ne, weil, Alter, man ist halt dumm und naiv und denkt das halt vielleicht, dass das klappt. Deshalb, ich möchte die Leute davon abhalten, dass sie sowas machen. Also, wenn ihr jung seid, bitte glaub dem nicht, dass du da so viel Geld machen kannst. Am Ende gewinnt das Casino, Leute. Und ich rede das auch aus dem Grund, muss ich auch sagen, weil das vielleicht dieselbe Konjunktur ist. Der Typ hat, also, es gibt jetzt zwei GTA-RP-Streamer, zwei große GTA-RP-Streamer, die jetzt Casinos streamen. Das heißt, ich weiß, dass da höchstwahrscheinlich auch Zuschauer bei mir dabei sind, die auf mich gucken, weil ich auch GTA-RP mache. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb sage ich euch, ich warne euch davor, zahlt niemals in so ein Online-Casino. Weil ihr verliert das. Ihr könnt vielleicht mal Glück haben, aber wenn ihr weiterspielt, man spielt immer weiter und weiter und immer verliert ihr das Ganze. Und das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich finde es traurig, dass man es ansprechen muss, aber ist halt so. Ist halt so. Ja, aber das ist halt 3-Streams das gleiche Thema. Naja, ich wäre auch darauf angesprochen. Ist halt so, weißt du, je mehr Leute das hören, desto besser ist es. Aber ich habe das im letzten, ich habe das, nee, nicht 3-Streams, ich habe es in zwei Streams angesprochen. In dem einen, durch im Krankenhaus gelegen bin und jetzt hier. Heute ist das richtig angesprochen. Wenn ich das jetzt zweimal anspreche, in Streams, die über 6 Stunden gehen, dann tut es mir echt leid. Oder dann, also wenn ich das stört, weiß ich auch nicht. Jetzt muss ich mich dabei beschweren. Hallo? Hallo? Mein Auto hat kein Tuning. Das hat nur ein Tuning-Teil und das war's. Ich gucke nochmal nach, aber das kann eigentlich... Also, nee, das ist, wirklich jetzt... Ich habe geguckt. Okay. Der hat nur mal Bremsen oder sowas drin. Okay, ich gucke nochmal schön drüber. Nee, und das, ey Leute, ganz ehrlich, das ist für mich, finde ich, so eine Sache, das muss ich euch sagen, weil ich weiß, dass da Leute bei mir zukommen, und die, die auch die anderen Streamer verfolgen, Leute, weil das eben dieselbe Community ist, das ist die AP-Community und wenn die GTA-AP-Community umsteigt jetzt auf Casino-Streams, da sage ich halt nur meine Meinung dazu und je mehr Leute das erreicht, desto besser ist es, desto weniger Leute hast du, die ihr Leben damit zerstören. Ich will nur davor warnen und wenn ich das jetzt in zwei Streams anspreche, nach 5 oder 6 Stunden einmal, dann, und mich einer gefragt hat, wie ich dazu stehe und der das vielleicht noch nicht gehört hat, die Meinung, ich werde jetzt natürlich das nicht jeden Stream ansprechen. Ich habe das jetzt in zwei Streams gemacht, das ist ja auch ein komplett neues Thema. Das ist jetzt seit wie, seit einer Woche, seit zwei Wochen? Nur wenn ich das jetzt zweimal angesprochen habe in Streams, bis das da will an, mit Themawechsel und so, also wirklich. Bruder. Ich finde, das ist richtig und wichtig, sowas zu sagen, weißt du? Hm. Komisch, also, es war tatsächlich, das Tuning war weg, weiß aber nicht warum, weil ich habe es definitiv getunt gehabt. Okay. Haben sie das Auto eingeparkt gehabt? Ja, aber das Tuning war dann noch immer da, aber nur das eine Tuning-Teil. Ich habe es eingeparkt in der Zwischenzeit, ja. also, ich habe es jetzt, ich habe es jetzt nochmal, nochmal rein bestellt. Mhm. Müssten sie nochmal gucken, also es müsste jetzt definitiv drin sein, also jetzt auf jeden Fall. Okay, Dankeschön. Hier. Ja. Hallo, machst du auf, hallo? Monte wurden 30 Minuten geboten, oder was abgelehnt. Finde ich auch gut so. Aber weißt, was auch ist, ich weiß nicht, ob Monte das machen würde, wenn er woanders leben würde, weil in Deutschland ist das eine graue Zone, ne? Mit Casino-Streams. Außer du gehst in so ein lizenziertes Casino, wo du 10.000 Euro maximal im Monat einzahlen kannst. Das ist jetzt irgendwie anders in Deutschland. In Österreich ist zum Beispiel Online-Casino komplett illegal. Also da gibt es, glaube ich, keine einzige Seite, aber das ist halt auch so eine graue Zone. Ja, ist halt so. Ja. Wie habe ich es euch angehalten? Ich bin doch uhr langsam gefahren. Ich habe doch nichts gemacht gerade. Alter, ich will nur Tune fahren. Ich war doch erst Tune. Das ist frisch gekauft, der Wagen. Ich war doch erst Tune, Bruder. Das ist mein Kumpel. Ich brauche bitte Unterstützung. Ich kenne das Thema sehr gut, weil mein Kollege ist deswegen gesprungen. Deswegen tügt das Thema halt auf meine Gefühle. Ja, aber schau mal, umso besser, dass man das anspricht. Schau mal, bei dir ist der Kumpel wegen Casino runtergesprungen irgendwo oder was. Aber da siehst du halt, was das anrichten kann. Umso besser ist das, wenn man das in einem Stream anspricht. Weil viele nehmen sich das Leben wegen Casino. Ist halt heftig. Ich meine, ist halt dasselbe. Ich sage halt euch, ist das dasselbe, wie wenn ich euch jetzt einen Stream vorbereite, wo ich halt sage, dass Drohnen gut sind und dass man sie nehmen soll. Oder halt, naja, ich zeige halt, dass ich damit Spaß habe, aber oben steht dann, ja, bitte nehmt sie nicht. Aber ich habe trotzdem so viel Spaß dabei. Wisst ihr, das meine ich halt. Das ist halt kompletter Humbug so, ne? Guten Tag. Guten Tag. Kriegt bitte auch mal einen Führerschein. Was habe ich denn gemacht? Ich bin langsam gefahren. Ich bin maximal 90. Ich habe keinen irgendeinen... Ich bin halt ohne Tempomat gefahren, aber ich habe geguckt, dass ich immer wieder so langsam fahre. Habe es probiert zumindest. Ja, war 107. Ich komme gleich wieder herrumpel. Ja, ja. Ist ja nicht angemeldet, doch. Schönen Feierabend. Gut, Herr Rumpa, dann würde ich Ihnen einmal eine Rechnung ausstellen von 1000 Dollar? Jo, klar. Kein Problem. Ich hoffe nur, dass ich jetzt noch zum Tuner komme. Ich versuche die ganze Zeit, das Ding zu tunen und immer ist irgendwo was kaputt, weil der am Boden ankratzt. Ah ja, das ist blöd bei tiefen Autos, gell? Ja, ich fahre schon das 50. Mal zurück. 107 kmh, aber den habe ich perfekt getroffen. 1 zu 7. 1 zu 7. Oh, schon, was da vorbeifährt. Apple-Immobil, das haben wir noch nie genutzt. So, dann haben wir die Rechnung und den Führerschein. Jawohl, danke schön. Wunderbar, danke schön. Wenn es Blaulicht ausgemacht hat, dürfen Sie weiterfahren. Ja, ja, danke. Wiedersehen. Schönen Abend noch. Okay, darf ich jetzt fahren? Ja, Leute, das ist halt so ein Thema, ne? Ich meine, das werden wir jetzt nicht, das werden wir jetzt nicht jedes Mal im Stream ansprechen. die Sachen, äh, ich habe das jetzt so gerade im Chat aufgefasst und jetzt konnte ich gerade gut reden mit euch, weil ich gerade in der Werkstatt war, hatte ich gerade nichts zu tun. Und ja. Aber jetzt sagst du euch, wie es halt ist, ne? ich habe es, ich habe es glaube ich schon einmal gesagt, da sieht man halt, wer eigentlich so seine Community würdig und wer nicht. Finde ich halt. also, 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 wenn du Casino streamst so, schmeißt du so ein bisschen also, du verkaufst halt deine Community für dich halt. Du verkaufst sie komplett für schlechte Sachen. Das ist halt der Kacke. Sollte man nicht machen, Leute. Sollte man nicht machen. Aber ich sage, wie es ist, manche kriegen den Hals nicht voll und das ist das Problem hier auf dieser Welt. Aber sehr viele sagen, sie würden es selber machen, wenn sie, wenn sie, äh, das können und viele können dann nicht widerstehen. Das ist halt, ne, also, du kriegst halt zwei Millionen auf dem, auf dem Ding gesammelt für zwei Monate Stream, drei Monate Stream, hast zwei Millionen Euro. Ist halt schon heftig, ne? Das ist halt, das ist halt das Fiese. Da musst du halt auch widerstehen können, ne? Da musst du halt auch widerstehen können und das können sehr viele nicht. Weil für viele Geld alles ist, ne? Das ist es halt. Muss man halt so sehen. Oh, oh, hallo. Das sieht ja mal geil aus. Aber ja, Leute, ich wollte euch nur warnen, zahlt nicht in Casinos ein. Ihr gewinnt am Ende nicht. Wenn ihr mal einen Win habt, dann hat man Glück, aber am Ende gewinnt meistens die Bank, also in dem Fall das Casino. So, schauen wir mal, was wir hier... Alter, da kannst du ja gar keine Felgen drauf fahren. Ach, die werden geil. Erstmal die Lackierung will ich machen. Lackierung. Lack, 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 lack. Wo ist die geile Lackierung? Ich wollte nämlich eigentlich euch den Chrom machen, den Wagen, ne? Boah, das ist ja schon geil. Ey, Leute, das ist ja aber schon nice, so. Oder der Lack war halt auch heftig. Ne, aber ich glaube, ich mache den Chrom den Wagen. Ich mache den Chrom. Auf Ehre mache ich den Chrom, Bruder. Auf Ehrenbruder-Basis wird er Chrom gemacht und in Weiß, Alter. Ja, das ist doch geil. Das sieht doch mal heftig aus, oder? In Weiß, außen Chrom, da noch fette Felgen dran. Äh, Fenster machen wir noch. Wo ist das denn? Anbauteil? Ne, nicht Anbauteile. Äh, Lackierung, Lackierung, Lackierung. Ne, Scheibentöne noch da. Boah, komm, das sieht doch Hammer aus. Also, ich finde, bei einem Lambo passt Chrom so geil drauf. Das war ja echt richtig hart. Also, könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber bei einem Lambo passt das so gut. So, die Frage, ob ich andere Felgen fahre drauf, ne? Ach, die wären halt auch Hammer. Alter, die würden fetzig sein. Wenn wir die umlackieren in Weiß oder in Schwarz, wären die richtig fetzig. Boah, wie die rausstehen. Richtig geil. Boah, du kannst nicht so fette Felgen fahren auf dem Wagen, weil der halt, ne? Du siehst, die Bremsen sind halt im Weg. Das ist ja kack. Die Bremsen sind im Weg. Das ist der Problem. Ah, komm, die passen schon, ne? Ich würde fast sagen, bessere Felgen gibt es gar nicht, außer die hier. Komm, ich baue die mal dran. Felgenfarbe Weiß oder Schwarz? Ne, Schwarz machen wir die. Ja. Ja, das fetzt. Alter, das fetzt richtig. So, Kennzeichen machen wir noch. Können wir noch schwarz machen. Das machen wir auch schwarz. Jawohl. Und ich glaube, ich bin fertig. Scheinwerfer würde ich nicht machen. Alter. So, hat er jetzt wohl Anbauteil für Unterboden. Hat er die? Unterbodenbeleuchtung? Jetzt wird das mal gucken. Verwenden. Neon Aldo. Unterboden ist eingebaut. RGB. Geil, hat er. Gut, ich mach dir aber erstmal blau, weil sonst kommt Polizei und hält mich an. Digga, war la Film heute. Jetzt hast du die Polizei am Tisch. Alter. Das ist mal ein Gefährt. Und wir können auch noch, passt auf, wir können auch noch den Spoiler anbauen, ne? Und wir können abbauen hinten, das Kennzeichen. Das ist ja geil. Alter, sieht das her. Kräftig aus. Also, das ist doch mal geil, oder? Leute, was sagt ihr? Aventador in Full Chrome mit Unterboden und innen weiß. Das ist schon, hat schon Stil, ne? Felgen passen auch, wie ich finde. Boah. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. hier. Guck. Schau mal, wie breit der da steht. Ich finde, der fetzt hier gerade alles weg. Ja, das ist, das macht was her. Ja, dann jetzt mal rüber. Jetzt hole ich mal Fahrrad. So, los geht's. Wenn wir uns die anderen Autos holen, das dauert heute echt etwas lang, aber ich kann nicht das wissen, dass die so lange, die brauchen eine Stunde zum Tuben. Ich meine, ist schon, klar, RP oder so, ne? Aber die brauchen halt echt lang zum Tuben. Heftig lang. Also so lang, glaube ich, haben wir noch nie gewartet aufs Tuning für drei Autos. Boah, wird die Mira genannt? Hallo? Das habe ich gehört, die Dame. Schneller. Schneller. Gesundheit. Roter Perlack weg. Auf Chrom siehst du den Perlack nicht. Also kaum, du siehst ihn halt kaum. Felgen sind schlimm. Ja, ich finde, die sind halt abgehoben. Das passt schon. Besser als die Originalen. Die Originalen haben mir gar nicht gefallen. Wir speichern da drauf. Hauptsache so. Ist besser. Fortnite-Mobil, absolut agli. Stimmige Unterboden und die Chrom. Ey, aber ihr kennt diese japanischen Aventadors, die rumfahren mit den Glitzerbeleuchtungen überall am ganzen Auto. Überall LEDs dran. Genau sowas wollte ich eigentlich nachbauen. Man kann es nicht schlecht nachbauen, aber es sieht halt geil aus. In echt, wenn man sowas sieht. Diese Felgen gehen nicht. Ich feiere die. Es muss ausgefallen sein. Bast schon. Das ist Bast schon. Wisst ihr, was ich richtig schlimm finde? Diese Rotiform-Felgen. Auf den GTIs und so. Die finde ich richtig schlimm. Aber ich sage ja, jeder hat so seinen eigenen Geschmack. Ich finde auch so ein... Ich weiß, ich hätte jetzt da keine anderen Felgen gefunden für. Ist jetzt mein Auto weg? Ah, da steht der Wagen. Das ist unser nächster Wagen, den wir jetzt holen. Schauen wir mal, ob der wohl getunt ist. Ich hoffe. Spoiler mit. Jawohl. Oh, Alter. Geh doch auf. Mein Gott, ey. Eine Stunde hat er gebraucht. Muss Blaulicht reinballern. Digga, baller Film heute. Mach ich Blaulicht rein. Jetzt fahr ich aber extra mit 80. Ziemlich keiner... Kann mir keiner ans Bein pissen jetzt. Also, sie warten noch welche. Ja, aber die Wege sind eh nicht fertig, Leute. Bis dahin. Das ist jetzt eh egal. Die Lackierung finde ich gar nicht so schlecht bei den Wagen. Also, ich finde die... Für die No-Shirt ist das ganz gut eigentlich. Gibt's einen Opel-T... Nee, wir haben keinen einzigen Opel auf dem Server. Keinen einzigen. Tut uns sehr leid, dass wir keine Opels haben. Tut uns und mir sehr leid. Ich hoffe, dass ich da nicht abgezogen bin. Schaut, da ging alles. Guck. Ja, ist schön alles eingebauscht. Ich habe mich vorhin so verarscht gefühlt, dass es auf einmal nichts mehr drin war. So. Äh... Lackierung. Weil die Lackierung schon echt nice ist, ne? Die haben wir so bekommen. Bei dem Wagen. Ähm. Heftig, ne? Kofferraumleistung. Ich mache mal Scheibentöner. Das ist aber das Erste, oder? Scheibentöner-Fool. Ja, schon, ne? Zeitnapdeckung. Felgen-Typ-Sport. EBS-Felgen. Oh, den Benz. Kommt mir schon was Ausgefallenes drauf fahren, auf dem Benz. Mercedes-Felgen. Da waren die Mercedes-Felgen, ja. BMW-Felgen, auf dem Mercedes-Benz. Bugatti-Felgen. Habe ich da gerade Bugatti? Ne. Oder habe ich gerade... Keine Ahnung. Alter, die werden's doch. Oh, Alter. Oh, yeah. Oder die hier. Sternfelgen. Aber die... Alter, die werden's ja wirklich. Die werden's wirklich. Alter Schwede. Wird ich damit ankommen. Ey, Leute. No shit. Ich glaube, ich baue die drauf. Auch wenn die übelst hässlich sind. Aber das sind die größten Chromfängen, die wir haben. So 1-8-7-Stil, ne? Wollt ich die draufballern? Also, ich würd die feiern. Ich weiß nicht. Die sind richtig heftig aus dem Chrom. Den Wagen schwarz machen. Also, ich würd die übelst feiern. Mal schauen, da tunen wir dann was finden. Aber die sind gerade mein Favorite. Also, die hätten jetzt richtig draufgeballert. Das ist schon von 50 Meter gesehen, dass ich da komme. Die wären auch geil. Und die wären... Also, die gehen richtig deep rein. Wären auch geil. Wenn wir die schwarz machen. Hätten die was. Na, die nicht so. Ne, auch nicht so. Die würden noch gehen. Boah, die Chromfängen. Huiuiuiuiui. Uff. Die würden auch ballern. Shish. Ah ne, da gehen die Dings durch. Leider, die speichen. Geht nicht. Sieht dann blöd aus. Sport. Komm, ich bau die dran. Das passt schon. Ja, komm, ich muss das angucken. Das passt schon. Lackierung. Äh, weiß, schwarz. Mach mal hier die sekundäre Farbe weg. Ach, warte. Da kann... Ui. Uiuiui. Die kannst du schwarz machen. Ach, das ist jetzt Chrom. Ah, wie cool. Okay, das ist... Das ist Chrom-Standard. Das checke ich jetzt erst. Das ist Chrom. Das kann ich ja umändern. Das wusste ich vom letzten Mal noch, Halb. Aber, ey. Krass, krass. Ne, ich mach... Ähm... Perlack mach ich erst mal schwarz. So. Schwarz, schwarz. Primär nochmal schwarz. Komm, ich mach so komplett black. Sekundär mach ich auch nochmal schwarz. Yes. Und dann ist der Wagen, glaube ich, fertig, ne? Da tiefgelegt ist er schon. Ja, tiefer geht nicht mehr. Optik passt. Kennzeichen passt. Finde ich ja auch. Perfekt. Fertig. Heftig. Alter, irgendwie... Das feier ich mit den Felgen. Hat was. Hat nicht jeder sowas mit den Felgen hier. Geil. Richtig geil. Alter, das fetzt, finde ich. So lassen, ne? Auf jeden Fall. Alter, das fetzt richtig. Können wir uns da ein neues Anzeigen-Mobil werden, wie der aussieht. Ach, komm, bitte nicht hinter mir. Alter, ich dachte schon. So, jetzt haben wir noch den letzten Wagen, der anscheinend nicht angemeldet ist. Den oben hat es noch und dann... Ja, passt das. Ich will mir ein Skateboard holen. Die Lackierung davor war wieder schön. Da fand ich auch. Die waren richtig... War schon eine Lackierung, aber ich wollte irgendwie schwarz. Weiß nicht. Hat mir besser gefallen. Da schreibt er wegen den Felgen dem Geschmack. Also in real life hätte ich den Geschmack auch nicht. Ich habe es jetzt an 187 angelehnt von den Felgen her, weil die fahren immer solche, ich sag mal, 90er Jahre Kromfelgen, die nicht mehr so in sind. Aber jetzt irgendwie finde ich das, wenn du so einen neuen Benzer fährst, irgendwie ganz geil. Aber mein Geschmack in real life wäre es eigentlich auch nicht. Ich denke halt wie ein 1.07er bei Felgen gerade und nicht wie ich gerade denke. Das ist halt... Du musst es halt so denken auch so ein bisschen... Das ist halt im RP halt wer anderes. Wenn ich damit in echt rumfahren würde, ich würde mich glaube ich auch für schämen, wenn ich solche Felgen fahren würde auf so einem Mercedes. Ich würde, wenn dann schon, was anderes draufballern. Ich finde schwarze Felgen sehr schön. Also in real life würde ich mir auch keine Kromfelgen draufballern. Auf gar keinen Fall. Also alles gut. Unterbohrenbeleuchtung. Ne, das macht das. Also Unterbohrenbeleuchtung auf dem Mercedes geht dann auch zu weit, finde ich. Auf dem Wagen geht das gar nicht. Auf dem Lamborghini geht es dann wieder. Oder auf dem Skyline. Da, ich glaube das ist auch gut. Aber ja, man muss schon ein bisschen als Charakter denken. Nicht immer das, was einem wirklich gefällt, sondern das. Was will jetzt so ein 1.07er an so einem BMW dran klatschen? So. Nochmal einmal rein. Einmal in alles drin. Aber die Aventador-Fällen waren zu groß. Du, bei Felgen gibt es keinen zu groß. Das ist ein, ähm, physikalisch gibt es keinen zu groß bei Felgen. Die, das musst du. So ist dann mal jetzt. Sieht nicht so ganz gesund aus. Ja. Ach, endlich. Ach. Die Doni wird nicht angezeigt von mir. Ich weiß, wahrscheinlich. Ich habe sie aber trotzdem vorgewiesen. Ich merke schon, dass wieder ein paar Sachen nicht funktionieren. Oh, Auto, Auto ist fertig, ne? Jawohl, perfekt. Super, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Jawohl, ebenfalls. Danke. Danke. Tschüss. So, der Rollsie wird jetzt noch als letztes getunt. Aber da lasse ich die Standard-Felgen drauf, weil der hat so schöne Felgen. Guck mal. Also da, da würde ich nichts anderes drauf tun. Auf dem Rollsie. Guck dir das an, wie schön du sind. Also das, also wenn du da andere Felgen drauf machst, hast du echt Räuber dein Leben verloren. Gut. Komm mal auf die letzte Karretune und dann haben wir es. Sind wir heute sogar mit dem Tuning fertig geworden. In USA gibt es die, glaube ich, Serie. Unter Bombeleuchtung. Nee. Wirklich. Hallo? Warum sind Sie mir reingefahren? Na, warum bremst du auf einmal? Weil da rot war. Da war rot. Die Ampel. Ja, hallo. Haben Sie einen Werkzeugkasten? Ja, habe ich. Ja, aber ich will das Ding gern tunen, wissen Sie? Warten Sie, ich... Ja, warten Sie. Ja, warten Sie. Ich halte das mal an. Ich war gerade in der Werkstatt, bin schön herrichten lassen. Sie haben die Spur auf einmal gewechselt und dann mit einschlaggebremst. Wie sehen Sie denn aus? Ja, ich bin vorhin runtergefallen von einer... Von einer... Von einer... Von einer... Ach du Scheiße. Ja, von so einer Leiter bin ich runtergefallen. Anzahl ist nicht möglich, Moment. Ja. So, jetzt bitte schön. Oh, danke schön. Dann parier ich mal das wirklich. Die Leit war jetzt kein Habs. Ja, nee, alles gut. Ich war nämlich gerade dabei, das Ding tunen zu lassen. Dann komme ich sonst nicht rein. Aber wissen Sie was, ich mache das vorne, wenn ich dort bin, dann passiert mir nichts. Nicht, dass ich dann sonst noch reinfahre. Bis dann. Was? Dankeschön. Lass dich nie mehr mit... Vierte Wind drauf, der Backfisch. Oh, nee. Jetzt können wir uns das gönnen, Leute. Jetzt können wir überall reinfahren, wo wir wollen. Ohne Angst zu haben. Ist das nicht schön? Äh, wollten wir mal durchgehen. Ich bin mit allen Autos gerade durch. Ist noch jemand da? Oh, schaubein zu sehen. Wir sind schon alle schlafen gegangen. Perfekt. Bin ich noch der Letzte. Dann kann ich da ganz gemütlich raus. So. Oh, nicht Katze, bitte. Nicht jetzt. Katze nervt mich gerade die ganze Zeit. Nein, aus. Perfekt, oder mich. Gerade schlecht. Ich kann doch nicht kommen. Ist das schlimm? Nee, muss doch auch nicht. Ich bin fertig. Hast du die schon alle abgeholt, die Autos? Ja, ja. Habe jetzt alle einzeln gemacht. Dann passt eh. Ich bin gut. Ich bleibe erst mal am Kultusenfunk. Immer schön nachgucken, ne? Nicht, dass wir da... Oh. Guck mal, was hier ist. Frage ist, ob dann das Kennzeichen wegbleibt oder ob man das wieder anmontieren kann. Das ist die Frage, ne? Man kann den Grill halt schwarz machen. Das wäre halt... Ich weiß nicht, was soll ich draus machen, Leute. Überall Käfig. Was ist das? Das ist sicher in irgendwas. Linker Kotflügel. Ach, da kannst du die raus und rein tun. Alter, das ist geil. Motorhaube? Kannst du den halt komplett auf schwarz umbauen. Alter, richtig geil. Die Rückleuchten. Blackline-Rückleuchten. Die baue ich mir ein auf alle Fälle. Egal, was ist. Ich überlege, Leute, soll ich den schwarz machen? Oder soll ich den so lassen? Das ist jetzt die Frage. Müssen wir mal gucken, was noch alles es gibt für Dings. Also Felgen lasse ich so, wie sie sind. Das hundertprozentig. Die ändere ich nicht. Da werde ich nicht viel dran ändern, Leute. Da werde ich nicht so viel dran machen. Lackierung. Ich weiß nicht. Gold fühle ich gar nicht auf der Karre. In Gold. Null. Vielleicht schwarz-weiß. Oh, alter. Okay, schwarz ist heftig an dem Ding. Aber weiß ist halt auch geil, ne? Also wenn wir den direkt so Blackout machen, ich weiß nicht, ob mir das gefallen würde. Richtig Blackouten, das Ding. Nachtschwarz. Oder einfach nur schwarz. Oder so ein... So ein schwarz hier wäre auch old. Das wäre heftig. Uiuiui. Ödenschwarz. Aber in weiß sieht der halt so richtig luxuriös aus. Wie so ein Boot halt. Das ist halt geil. Alter, was mache ich denn mit der Kiste jetzt? Ich kann mich nicht entscheiden. Soll ich den komplett weiß machen? Dann gehen die Farben finde ich irgendwie unter. Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. So Perlack mache ich mal weg. So sekundär vielleicht irgendwie was mit... Mit, ähm... Chromfarben? Das, was wir jetzt haben, sowas? Hm, der Blackout war schon sehr krass. Ja, da gebe ich dir recht. Aber ich weiß nicht, ob ich das will. Ich weiß nicht, ob ich darauf Bock habe. Das ist die Frage. Will ich das, ob ich das nicht? Schau mal hier. Du kannst jetzt einen kompletten Grill halt Blackout machen. Da wird hier alles schwarz, Leute. Guck dir. Alles. Dann können wir das hier auch noch schwarz machen. Aber dann würde ich den kompletten Wagen halt schwarz machen, wenn ich das mache. Um das geht's. Ich glaube, ich lasse ihn erstmal so. Ich glaube, ich will ihn grad nicht ändern. Ehrlich gesagt, weil... Ich finde, das passt so, wie es grad ist. Also, jetzt meine Meinung. Ich könnte nochmal gucken, ähm... Was sind das hier? Felgen nicht. Kennzeichen nicht. Scheibentöne. Scheibentöne bringt sich an dem Wagen sowieso nichts. Dann lasse ich die mal weg. Scheinwerfer. Ja, lass ich auch mal. Ne, ich glaube, ich lasse ihn erstmal so. Ich weiß nicht, was ich da sonst machen soll. Hab jetzt nur mal die Rückleuchten schwarz gemacht. Das ist das Einzige, was ich jetzt hier verändert habe an dem Wagen. Aber sonst hab ich ihn so gelassen. Ja, ich weiß nicht. Ich lasse ihn mal so. Vielleicht mal ein anderes Mal, dass ich hier mal umlackiere, wenn ich mal Bock hab. Ich hab jetzt die Rückleuchten getönt. Wobei ich grad nicht weiß, ob ich das sogar besser oder schlechter finden soll. Aber ja. Ja, das ist schon so. Guck mal hier noch was. Okay, Bett ist es gekommen zu machen. Ja. Das Ding find ich halt auch lustig hier. Der Schuh, der da drin längt. Ja, Leistung hat er jetzt. Alter, ja, Leistung hat er jetzt. Gut. Da stehen so unsere Autoskop. Boah, heftig. Alter, Lambo steht so breit da. Gefällt mir gut. Erstmal einparken, das Ding. Anmelden. Ja, mach ich schon. Mach ich nicht mehr heute. Anmelden kann warten. Alles wieder eingeparkt, bis auf den Wagen hier. Ja, Alter, sieht schon luxuriös aus, der Schlitten, ne? Ach, geil. Kein Wort verstanden und trotz dabei. Der Wagen wird mit Absicht nicht angemeldet, um irgendeinen Cop anzupissen damit. Wetten, nach zwei Minuten kommt ein Cop hinter mir? Der hängt mich dann an. Und ich mal guck. So. Ich liebe Leute. Ich glaube, ich werde mich heute für heute mal hier ausloggen. Ich wollte mal hinlegen. Ich bin so der Masin-Höne. Also wirklich, wirklich, müde Leute. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Und die Katze, mir haut mich schon die ganze Zeit an. Bei der Polizei, perfekt. Auf jeden Fall, Leute, wenn euch dieser Stream gefallen hat, lasst komplett kostenlosen Like da. Lasst komplett kostenlosen Abo, da würde ich mich sehr freuen. Support ist kein Nord. Und ich glaube, ich glaube, ich glaube nicht, dass ich, ich glaube, die nächste Fußballspiele werde ich dann im nächsten Stream machen, weil, Alter, ich bin so dermaßen müde, also. Ich bin wieder, ja, fünf Stunden, 35 Uhr gestreamt. Ja, moin. Bis 1 Uhr 7. 1 Uhr 7. Wir machen bis 1 Uhr 7, Leute. So, und, äh, ja, ich hoffe, ihr hätt's gefallen, dass, äh, was ist mit dem Nistern? Ja, der bleibt jetzt da oben stehen, der wird abgeschleppt. Ich hole den jetzt nicht mehr zurück, Alter, ich hole den nicht mehr zurück, den Nistern. Einfach heute wieder zu lange gebraucht. Weißt du, ich wusste halt nicht, dass die wir so lange brauchen bei den, äh, Mechanikern. Ich dachte, das geht viel schneller. Ich dachte, das geht viel, viel schneller mit den Mechanikern. Das hat er wieder so lange gebraucht. Ich meine, ihr könnt's verstehen, machen hier ERP und so, ne? Alter, das flext halt dermaßen. Guck dich das an. Also, das flext schon dermaßen. Wenn der Wagen hier vor 1 Uhr 7 steht, guck ich das an, bitte. Das ist doch geil. Also, mir fällt gerade auf, das passt zum Haus, das Auto. Guckt, von außen. Das passt zum Haus. Kommt bei 3.0 das neue 1 Uhr 7 Haus? Ja. Kingschatten, da ist ein Doni untergegangen. Ui. Mal gucken. Ah, hier. Ähm, Kings, wann kommt wieder der Kopf? Weiß ich noch nicht. Äh, weiß ich noch nicht. Ähm, ich hab jetzt ehrlich gesagt, er hat Bock 1 zu 7 aufzubauen, das Kopf zu machen. Dass 1 zu 7 halt gut läuft. Und, ja, deshalb mache ich derzeit viel 1 zu 7. Oh, Katzen, perfekt. Katzen haben sich ganz toll lieb. Äh, liebe Leute. Ich würde sagen, wir machen auf heute wirklich Schluss. Kuss geht raus und wir sehen uns höchstwahrscheinlich, ähm, morgen. Weil es ist ja schon 1 Uhr 7. Also übermorgen. Wie auch immer man es sehen will. Die Hochzeitskutze, ja, ist wirklich, ist wirklich die Hochzeitskutze. Ich glaube, jetzt kriege ich eine geschlackt von dir. Komm, raus. Katze nervt. Wirklich. Also Leute, haut rein. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Mit Mark Rumpel, der Pumpe. Schickowski und Multi. Kannst du mal eine Mitglieds-Nachricht an, ähm, Multi? Also ich sehe die gerade nicht, ne? Ich sehe keine Mitglieds-Nachricht von Multi. Aber er geht auch manchmal unter bei YouTube, leider. Ist ein bisschen problematisch. Also wenn du verlängert hast, geht sowieso oft unter. Erst wenn man neue Mitgliedschaft sich holt, dann, äh, wird die Nachricht eingeblendet, tatsächlich.